Quatsch gab zum zimmer radio also vorher kommt die musik ja ich glaube ich kann mich da noch an erinnern und sowas ist was mit dir ich bin lust ja wirklich auch so erreicht von dg wie wirst du mit der schwer sein welchen anschreiben ich bin heute so schön denn ich bin auch im schlafen gegangen gemacht 003 12 danke für den vollkommen du bist jetzt praktikant ich muss kurz aufnehmen ich wünsche einen wunderschönen guten morgen ist die sache ein wunderschönen morgen nachzeit die schnauze hast du bock auf familien gelacht oder was egal wenn das konzert nicht stattgefunden hat warum bist du dann nicht rübergekommen also bist du für eine sacknaht was für ein konzert wird eigentlich gestern auf ein konzert gehen hat aber nicht stattgefunden warum auch immer von hat er mir geschrieben gehabt chris webby kenne ich auch nicht so kann kann wahrscheinlich sein dass es wieder metal oder so ist deswegen ich bin wieder euer commander krieger war metal leute nicht eigentlich drachenlos 38.000 ernte zucker rüben machte zucker rüben wieder helfer oder transportieren gegen stoffen können wir zum hafen jetzt machen außer gut aussehen erst mal gut aussehen ja stopp ja du arsch dass meine zugmaschine mitgenommen ich ja nein was meine zugmaschine steht ja im feld ja man muss ja auch irgendwo hingeliefert werden ja machst du das fertig noch weiter oder sind wir mit hafen fertig ne ich mach das noch fertig ich muss ja mal da drüben was zu sagen ich hasse es ist da gerade ein helfer drin was sitzt du da gerade drin ne ich sitze da gerade drin können wir da nicht reinkommen bei wie viel prozent bist du nur kurz äh nicht mal selbstverständlich voll bitte beide da sind was naja der eine muss jetzt gerade abgetankt werden ja wenn nicht kann ich das auch übernehmen ja ich will erstmal wissen ob es ja nur kommt wenn nicht kümmere du dich um das andere und ich mach hier weiter wir haben es geschickt da wurde er zerstellt lustig hallo meine freunde sein nee lass sie nicht rein ich hab zwar einen zweiten sitz aber da ist mir die luft reserviert ja ich hab ehrlich gesagt gerade keiner was ich machen soll nimm dir einen auftrag und machen dann auch was zum dümmen ein auftrag zum dümmen wir haben noch ein oder nicht ja wir haben noch schon auf wir haben noch ja den kannst du machen feld 12 steht auch schon alles bereit oder weniger haben sie überhaupt eine dünnmaschine nein also erst meine kaufen ja kartoffeltechnik das ist neun tausend 51.000 johannes lecken das kurse gps bei dem ding holen ja oder nein ja bei dem schon war dabei das dünge die karte welches über den kaufst du gerade ich habe gerade den rubicon 9000 ach so ja dann ja also wenn er sich seitlich ausfährt 52 meter ja muss sogar mit flüssig dünner befüllen haben wir schon dünger nein du musst plötzlich dünner da rein tun wir können den dünger für den nicht produzieren wir müssen wir immer kaufen und ist relativ teuer so gut das ist eine zuckerrohrpalette dünnertank nach dem antrag ist das richtige das richtige du siehst für 2000 liter kostet das 3200 euro ja kann man nichts machen oder was hier naja mit mineral dünner kostet für warum drück ich immer ein verletzt weil das was in ihrer spiel so ist ich will ja gerne auffinden aber muss einfach noch ranfahren und erdrücken hat er gerade nicht funktioniert deswegen funktioniert immer noch nicht doch auch jetzt so viel scheiße noch um die wird sieht man hat das mit dem radio ich glaube es war mit online stream sind nicht durch ok das elektroradio schon das beste moment moment das ding hat keine blinke doch wenn dann jetzt richtig und ich werde ich glaube ich muss los perfekt meine rolle leuchtet auch wieder es fällt 19 auftrag oder gehört das uns mit 19 auftrag und kartoffeln die willst du nicht machen naja es geht mir darum dass ich den rüberfahre wie rüberfahre ach so das ist es war einmal kartoffeln machen bevor er das das ist ja wie auf die entladen werden was zum fick macht der typ hier er will dich entladen ja weil wie verwirrt ist der bitte sehr verwirrt entscheidend oh mein gott im moment was war das steuerung AA nein halt AA nein der rüben typ ist gerade zu mir gefahren weil ich bei mir aus versehen noch fels 10 warten drin hatte der ist von ganz oben nach ganz unten gefahren nur um mich zu entladen obwohl er hinten rüben drin hat oh was ein faggot äh alter ja welch ein wunder jetzt müssen beide entladen werden und beide fahrer sind gerade hier kann sein dass ein randalierender bot gerade auf der straßen rum fährt er soll ich für großartige unterschiede zu mir und von daher eine sparte wenigstens schön rum jetzt kommt er echt absteppen radio holen steht ja sonst bin ich fällt wo sind meine helftlinie jetzt das ding ist einstellen ja war das nicht irgendwie brauchen AA oder so nein dann sind AA ich steuern c um das ding überhaupt zu aktivieren stören x um den link modus anzumachen wenn dann er alt x oder klappt nämlich bei ja 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 sorry alles mit alt auch als sie zum anmachen schützen alt x und wenn alt x nicht geht dann musst du mit alt e erstmal den a punkt setzen und danach mit alt e nochmal den b punkt setzen damit er die strecke kennt der a punkt kommt erst nach zweimal stunden er alt e drücken er war ja gerade guckt ist doch in der feste fordern davor und dann drückt die alte jahre nach 15 m zücke leute reichen so jetzt habe ich steuerung s automatische breite domo arigato dann haben wir einmal zuklappen entladen nein b 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 25 durch ja aber der muss auch nur etwas aus stimmen und nicht die ganze zeit in einem bestimmten takt sachen dreschen müssen die geräte schneller dreschen wenn wir aber das kann ich ja dass der tank nicht reicht natürlich auch ausmachen was soll ich ausmachen beim wenden solltest du raus machen das fällt der scheiße was zum fick ist hier passiert heute könnten nicht einfach hier so hoch fahrheit behindert ich sehe gerade was die traktoren hier veranstalten und lkw beide nebeneinander auf einer klippe hättest du halt nicht zu mir fahren sollen du dummer lkw dass man einfach nichts in diesem menü nicht auswählen kann nicht erAngent All good tenemos man 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 und gerade rechtzeitig wieder zurückgekommen ich habe zu spät ich habe gerade auf die karte ich habe letzte zeit so krass in vorks jetzt keine ahnung wenn du willst kann ich die intervalle mal ein bisschen weiter erhöhen so nicht zu speichern und multiplayer ich habe eigentlich gerade nur kurz geöffnet die sind schon wieder an ich glaube da steht jemand auf dich ob ich stehe nicht zurück aber im netto kartosch system spielen in letzter zeit final fantasy und dadurch dass ich jetzt irgendwie der höchste bin denke ich meine ich bin profi und weiß aber das ist du hast einfach nur die meiste zeit bis jetzt reingesteckt ja heute macht es die wochen angefangen zu spielen ja okay gut das ist in temperaturen bis jetzt 100 stunden warum backen das cash bei mir alter ach so das ist so komisch mit der 0 und 1 flacker der minder zwei und eins aber ja ich habe es einfach nur nicht geringe das hat nichts mit nicht glauben zu tun neun meter arbeitsbreite schon was 53 meter arbeitsbreite schon was man was bist du für den wohnen sohn verpiste ich vor weiter wichser das mein lkw der pen hat mich einfach gerade kommen von der seite weggezogen alter ja weil er auf dich nicht achtet du musst du siehst du soviel dazu die behinderung menschlichkeit aber die verstehen sich nicht untereinander zwei fahrer wieso sagen sie sich nicht gegenseitig hallo wie die bvg fahrer bvg berliner verkehrsgesellschaften kennst du aber schön 10 prozent transportiert von feld 19 mitteilung gerade nicht mehr bekommen wo die stadt war bei mir umrecht zu sehen 47 prozent von feld 10 ja rüben sind angenehmer als kartoffeln und bei so einer großen weg mit zwei körpern und haben wir jetzt wie bei dem sonnenblumenfeld von uns ja haben wir das eigentlich schon wieder nachgepflanzt nenne sollten wir auch mal machen erst noch nicht habe ich dafür die maschinen gekauft hat ein traktor habe ich dafür das weiß ich erst mal sie geendet werden ich wusste es wie du weißt du was noch von selten vorkommt aber es kommt vor warum denke ich die ganze zeit diese blöde menü geht mit b auf ich drücke die ganze die drei mal durchs feld gebrettert deswegen steuern ist jetzt bitte ich bin schon bei der oberen hälfte ich bin schon bei der oberen hälfte ansonsten war das mal richtig wach man kann so gerne noch mal reingucken was sonst war das mal richtig 22 22 november kommt ls 22 und das neue feine fände gleichzeitig ja und du kannst ich nicht teile ich werde fangen fände sie spielen es steht außer frage funktioniert um alles ja einer wird abgetankt der andere wurde abgetankt 16 prozent dünner noch ich habe schon mehr gekauft als normalerweise wahrscheinlich geholt wird es reicht einfach nicht viel prozent habe ich auch von siebzig ne mann da reicht einfach nicht ach nee es sind 81 prozent inzwischen beim dünn dünn der wird aber trotzdem wahrscheinlich nicht vorbei warte mal mit 16 prozent habe ich angefangen jetzt haben wir eine fuge könnte ich sogar noch ziehen und jetzt wieder zurück ein drei freudy kommt vorbei ein vier vier fünf 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 sechs sechs sieben acht fünf dann muss ich noch viele waren ziehen zehn 10, 11, 12 Stück noch. warum muss ich drei, vier, fünf mal raufkicken, damit ich scheiße einklappern wo sind die kacken Fahrer ich sehe sie nicht auf der Karte, da ist der eine, da ist der zweite, gut es gibt schon direkt Panik ja wenn ich sie nicht sehe, treiben sie Unsinn selbst wenn du sie siehst, treiben sie Unsinn ja aber dann weiß ich es wenigstens let's go to the motion bank im zweiten Pan ja ich sollte das Licht mal doch lieber anlassen gleich jetzt mit Beladen jetzt kommt Power 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 kann ich hier wieder Nice Lohnzahlungen Nice oh ich glaube Blizzard kann bald den offiziellen Tod von World of Warcraft verkündigen ja wir haben jetzt nur noch eine Million Spieler von 26 Millionen ok warum das was passiert blizzard hat in letzter Zeit super viele Skandale und hat ihr schl also seit fünf Jahren bringen sie jeden Patch Probleme raus wo die Spieler schon im Test Server sagen hey das könnt ihr so nicht machen das ist scheiße geben das Feedback und blizzard denkt sich jedes mal ne das ignorieren wir jetzt und wir machen es auf unsere weise ok da springen halt immer wieder und immer wieder die Leute ab und das letzte Ding war so scheiße dass halt niemand mehr Bock drauf hat außerdem haben die äh sexual harassment Skandale bei sich intern laufen ja das mit den Skandalen habe ich schon mitbekommen die Aktie im Blizzard ist ich glaube innerhalb von einem Tag um 20 Prozent gesunken oder 30 Prozent ja und jetzt haben sie auch ihre ganze Spiel database verloren weil die ganze Spieler haben jetzt mal Final Fantasy ausprobiert oder andere MMOs wie Elder Scrolls Online und die haben gecheckt Alter die sind eigentlich fast genau so weit wie WoW 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 hat einfach nichts mehr neues zu bieten während die Spiele schon was neues zu bieten haben und ja und so haben sie halt innerhalb von fünf Jahren der 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 Peak war zu zu äh äh keine Ahnung wie hieß die Expansion mit dem Lich King nochmal Raft of the Lich King hatten die 56 Millionen Spieler oder so die Expansion danach nur noch 26 Millionen und seitdem sinkt es halt immer wieder es gibt zwar ab und zu wieder einen Peak wenn die neue Expansion rauskommt aber der hält sich ein zwei Monate und das war's und die versuchen halt künstlich ihr Spiel interessant so gesehen zu machen weil die dann nach einem Jahr sagen hey guck mal wir machen das jetzt so wie ihr das wollt ja nach einem Jahr das hätte schon beim Spielstart so sein müssen bisschen spät, ne und so verarschen sie halt die Player Base extremst und ja ach man deswegen will niemand mehr WoW spielen ich hab ja schon vor ca. einem Jahr aufgehört nein meine Rohrlampe ist los ich hätte auch gern so einen riesigen Fan-Madrescher für 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 was für Lohndienstleistungen dann könnte ich auf Felder fahren sagen hey ich trash dir dein Feld gib mir 25k und dann mache ich das ich glaube ja dann machen die Typen dasselbe ne so eine Maschine kostet ja 500.000 die können sie sich nicht leisten 25k ist auch relativ unrealistisch aber ja du bist so ein behinderter Traktor ich würde dich so gerne einfach abschießen nein abschießen ist Chantal überhaupt noch da hallo hallo hab da this was unexpected was machst du? machst du wieder immer noch Tiere? erst mal Tiere kaufen ja schon und dann nicht benutzen ne? ja ist halt wirklich so naja erst mal Tiere kaufen und dann zum Beispiel nicht ausweiten ja äh hätte man sich schon denken können so äh äh was wollte ich machen ich muss jetzt mein Getreide wo muss das Hafer hingeliefert werden? 60.000 und liefer jetzt beim Getreidehandel ab der Getreidehandel ist da oben bei Chula ja mann da stinkts doch oben so das müsste dann die letzte Line sein und dann geht's los die Line für Chula ist hiebne Line ich hab mehrfahre Line gezogen ich bin nicht mehr jetzt bei 96% oh Alter wieso haben wir hier so viel Scheiß rumstehen mein Scheiß mein Tee ist kalt am Schopf sehr froh dass du Tee trinken kannst sagst du selber n Wasser kocher ja aber sobald man da drin Wasser kocht kommen gleich Kalkplättchen raus oder so ein komischer Kalkfilm oben auf dem Wasser und das ist widerlich dann nimm deinen Topf Wasser Wasser kochen Alter was passiert hier hier gerade wieder äh 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 Er ist erst komplett neu, ich habe ihn auch letztens erst gereinigt und danach kam der Film direkt wieder. Da kamen die Plättchen zwar nicht mehr, weil die alle vom Boden weg waren, da war er blitzblank, aber oben war es trotzdem noch und deswegen. Ja, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Eigentlich muss ich mir ein Wasser filtern, damit der ganze Kalkmar da so gesehen nicht mehr drin ist. Dafür muss ich mir aber erstmal ein Wasserfilter leisten können. Und dadurch, dass ich zu dumm bin, meine Prioritäten richtig zu setzen, habe ich mir noch kein Wasserfilter geleistet. 98% Der einzige, der Kohle macht auch heute 560.000 dafür ausgegeben, die zu machen. Hat er Kohle gemacht. Ja, er hat Kohle gemacht. Du? Bei? Fels 12. Kannst du auch, kannst du düngen, wir sind fertig. Du kannst 38.000 hast du jetzt für uns verdient. Mhm, dann 500.000 dafür ausgegeben. Ich habe gesagt, hast du minus 530.000 für uns verdient. Immer wieder gerne. Ja. Das Produktive daran ist, das ist nur einmal Ausgabe gewesen. Also die 400k. Okay. Ja, die brauchen ja für Feld 12 noch. Äh, 16 noch. Für Feld 12 noch. Für Feld 12 hast du ja gerade. 16, 16. Naja, für unser eigenes Feld. Mhm. Ja, aber dafür braucht echt und definitiv Dünge. Ja, mal schauen, wie wir das überhaupt düngen. Wir müssen erstmal das besäen. Ich brauche ein kleines Ding. Ja, dann fahle halt runter, du. Kannst du mir keiner gesehen? Das hat wirklich niemand gesehen. Mhm. Ist da gerade ein LKW, den Typen auch abladen? Du gerade vorbeigefahren bist an der roten Maschine? Nein, das ist kein LKW. Ah, der kommt erst oben. Ist auch ein Traktor. Ist auch ein Traktor. Nein, 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 nein. Nein, ich habe nicht gerade aus Versehen, Tula ist. Ich bin da fast in Gefahr. Hm, in Winn. Bei dir weiß ich wenigstens du hattest das Ding da wieder raus. Ja. Ja. Bäh. Mal schauen. Ich möchte das Welt so lange hier weitermachen. Welches? Da wo du glaubst du bist gerade eben raus. Mit dem Hafer. Ich bin gerade da erst wieder angekommen. Ich kann da nichts annehmen. Schade. Ich kann da nichts annehmen. Ja. Oh, da fängt der Juli an zu dreschen. Oh, da fängt der Juli an zu dreschen. Jö. Let's... Ich muss jetzt wieder mit streamen kommen. Okay, ich hole so zwei weg. Wow, was ist denn das? Klaustiger weißer Hoodie. Der sieht aus wie ein Badehantel. Nein man, das ist ein Poncho. Wie suchst du jetzt ein Poncho an? Digga, weil der mega weich ist, mega warm hält und mir bis zu den Knien geht. Schau mal nach vorne wieder. Oh ja, das machst du gut so. Ja, aber du rischst du ganz in Ordnung. Das ist in Ordnung so. Mach weiter so. Oh Mann, dass man einfach nicht mit durchrennen kann, ey. Wo zum Fick ist der Fahrer schon wieder? Als ob er schon wieder bei der Reife Alpen ist. Ist er auch nicht. Ah, er ist schon da. Ja, was machst du falsch, Junge Dauer? Ja, das ist so die Kartoffelerntemaschine problematik. Die Kartoffelerntemaschine. Aber kack. Die scheiße. Wobei, warte mal. Müsste... Haben wir nicht jetzt sogar gerade die Große? Ja, trotzdem versteht sie sich nicht so gut mit den Worten und so. Kartoffelerntemaschine ist Bullshit. Wie reitet man denn? Ah. Diese Frage beantworte ich dir nach dem Stream, wenn du möchtest. Ah, wenn ich ja auf der Weg bin. Warum ist denn das Pferd so dreckig? Hat er sich selbst angeschissen oder was? Warte, welches müssen wir überhaupt ausweiten? Das Ding ist voll mit Scheiße. Erstmal zu einer Bukake-Party ausgeritten. Okay, welches kann man dann ausweiten? Und das weiße? Jörg! Komm her! Das ist Indigo, egal. So geht das aber nicht, Chantal. Ja, aber man sollte Paletten hier einfach vom Gabelschlepp runterwerfen. So lange es funktioniert, dann weiß ich ja nicht. Was möchten wir denn überhaupt anbauen auf Feld 16? Ich weiß nicht, aber mir ist es egal. Von mir aus können wir Weizen, Gras, Weide... Ach, Gras, Dingensierde, Weide ist Gras. Ich meine, da war ein anderes Graf. Ja, das gibt's hier nicht. Das muss man ja erst als Add-on installieren. Gibt's das wirklich als Add-on? Stimmt. Ja, das war ein... Ich hab schon Bock, ne Megafarm-Mann zu bauen. Ich hab schon Bock, ne Megafarm-Mann zu bauen. Äh... Karte, zack. Etwas andere Megafarm. Warten, willst du mir bei einer Lasagne-Produktion helfen, oder warum kommst du mir mit dem Pferd entgegen? Aaaaah! Und... Hoppa! Oh fuck. Ja, what the fuck. Hey, das kann ich... Hast du das grad gesehen? Ja. Hui! Hui! Ah, wie noch so friedlich durchs Feld springen. Ich bin ein Regenbogen! Derpy, 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 derpy. Ich bin gleich wieder da. Hui! Oh, oh. Gerade noch so geschafft. Hättest du den Sprung nicht geschafft, gäb's das nachher erstmal Lasagne, Alter. Junge, guck mal die fetten Pansons auf dem Poncho, Junge. Fett, eyla. Fett. Panda! Jetzt ist die Panda drauf. Ja, scheiße. Ja. Wieso habt ihr ein Bauarbeiter-Ding bei euch da, Chantal? Ja, weil so Dinger relativ teuer sind, wenn man sie nicht gerade von der Straße nimmt. Ich hab Alarm nichts. War er dicht? Okay, dann hätte ich noch nicht meine Rechtfertigung dafür. Sieht auch noch voll neu aus. Oh, da ist Chantal. Ja, da gibt's hier keine Pistolen. Und man weiß nicht, wieviel aus, äh, ob ich mein Pferd genug ausgeritten hab. Ja. Oh, oh, ist das nicht passiert. Du musst wieder warten. Ne, um 11. Um 11 bin ich eingefannt. So früh, da hab ich noch frisch gespielt. So früh, da hab ich noch frisch gespielt. Du meinst doch, ich kann starten. Hey lol, du bist abgestiegen. Warum, warum geh ich einfach durch deine Maschine durch? Aber das kalt jetzt bitte nicht um. Zu spät. Ja, perfekt. Das macht er gleich. Aber er ist gerade da, um mich abzusaugen. Das ist eigentlich dein Job, Chantal. Ist auch gut. Juli hat's nicht mehr mitbekommen, oder was? Weiß ich. Ich enthalte mich der Aussage. Ich auch. Ich sage dazu. Obwohl ich die Idee nicht darf. Ich sage dazu einfach nichts. Lassen wir das einfach. Ja. Da gab ich das. Hast du damit angefangen? Ja, ich bin aus, aus, nicht Absicht. Kannst weiter schwimmen bei Null. Würdest du mal bitte nicht in meinen Motor oder dir das ganze Hafer rein schicken? Ja, warum nicht? Jetzt muss ich zu Fuß zu diesem dummen Pferd laufen. Das steht doch, Indigo. Ach nee, das ist ja nicht Plätze. Ich wollte gerade sagen, du kannst ja einfach pfeifen. Bitte? Nein, das ist ja nicht mehr in welcher Zeit zu. Warte? Warte? Warte, warte. Warte, 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 warte. Warte? Warte, warte, warte. Warte, 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 geh! Hähn. Lustiger Tackle Gelenk? Wenn du mal das schönst чистýst? Das ist kein Grund, nicht sicher zu sein. Ja Digga, ich werde mir jetzt keine Möber mehr anhören, ich bin am Stream, jo, hab ich gefallen, hab ich schon gesagt. Mal gucken, vielleicht hole ich mir demnächst noch eine Kippe, aber beim Rauchen, also ja wenige, dann höchst du mir an. Bei Pferdeschweif sieht das so aus, als ob das einfach nur so Haare um irgendeinen Schlauch sind und deswegen denke ich die ganze Seite, dass das wie so ein erweitertes Anschluss mit dem Europa geht. Das Model sollten die vielleicht nochmal überarbeiten. Schau dich das Mann, Jo, da, ja. Während die Ernte vollführt wird. Geh mal eine Sähmaschine holen. Nochmal zwei Millionen Minus. Aber egal, ganz ehrlich, so kommen wir dann wenigstens noch mal klar. mit dem Cash. Nein. Wir geben die ganze Zeit nur Cash-Cash aus. Ja, und danach müssen wir damit klarkommen, wenn wir dann nichts mehr haben. Weil wir endlich schon alles haben. soo, sie Technik. Soo, sie Technik. Soo. 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 Aber Sämaschinen brauchen wir für das Feld 2. Ja dann kaufe ich vielleicht nochmal. Ich möchte nur noch mal dieses blöde Feld zurückkriegen. Ich möchte lieber Kühe ausreiten. Zum Teil mit ihrem Mini Traktor hier. Der blaue. Der sieht sehr klein aus. Da stehen hier einfach Autos rum und so'n Scheiß. Ja da braucht es halt... Moment, warte mal. Der ist einfach Terra-Dreck ey, Alter. Komplett unnötig für ihn. Ja ich muss einen Wassertank ziehen, deswegen kaufe ich mir einen Terra-Dreck. Ja man, komm das rein. Also ich werde, keine Ahnung, insofern ich entweder mit dem Feld fertig bin oder jemand das Feld übernimmt, werde ich mich darum kümmern, dass der Shop endlich mal leer ist. Dass wir alles bei uns haben und dass der Shop komplett leer ist. Das geht mir voll auf den Sack, Alter. Ja, ich muss erstmal meinen Drucker finden. Oh, der ist ja. Aber jetzt mein Wasser. Das ist ja noch mal. Oh, der ist ja noch nie ein bisschen Drehdown. Deshalb können wir die Shopperspolen sein. Das ist ja noch mal ein bisschen Drehdrehen, jetzt kann ich das mal machen. Und dann kann ich da schnell dir noch einen Erinnerungsanblick aus der Homeoffice. Ja, das ist ja auch noch ein bisschen Drehmarkt. Das ist ja noch mal ein bisschen Drehkrieg. Das hat das Gesicht rein. Oh, und das ist ja noch ein bisschen Drehkrieg. ein Traktor von Huren und Söhne mein Tee ist jetzt komplett kalt gewesen du musst dir noch einen Traktor mit mindestens 600 PS dann auch suchen doch du mir ein Haus die einzige Farbe die ich nehme ist grün ich weiß nicht nur die meisten kann man nicht nur lockieren okay unsere Straßen sind viel zu eng für dieses gewaltige oh let's go to the mall today oh nein warum was falsch gemacht bei Option 1 zum 2 geht es nicht gern geschehen ach du musst jetzt nicht was falsch nein okay das heißt gleich mal die älteren Streams mal durchgucken er hat er gerade gelacht keine ich weiß du weißt was ich dein gesicht sehe glaubst du es ist dann ratsam mich anzulügen ratsam nicht aber es ist lustig sehr lustig mich anzulügen ne alter shit ist das gespann riesig ja ich meine du siehst mich lachen also ja für mich ist es lustig okay nicht mit 40 um die Kuh erfahren wenn du so viel zurück hinten drauf hast ja das ist der Map-Ersteller ja das ist der Map-Ersteller wie viel kostet so eine halle die ich gerade hingesetzt habe keine ahnung ich habe gerade nichts irgendwas mit Minus oder so nein zumindest habe ich nicht drauf geachtet jetzt noch mal da reicht es 44.000 kostet 31.000 alles klar duuuuu duu 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 aber das ist jetzt auch noch vorab da kann ich die leiter nicht hoch ah jetzt aber ich habe fast reingelenkt Möchtest du irgendwann ein Werkzeug dran stehen? Einer will nicht. So, weiter jetzt. Kann sein. Ich muss aber wirklich mal zwei Dinger pro Feld nehmen, das geht deutlich schneller. Dekoration, ja. 28.000 Euro. Hast du gerade ernsthaft dabei, Bäume zu kaufen? Ja. Wofür? Wenn es schön aussieht. Ja. 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 Ich mach gerade einfach nur in den Hof schön, das kannst du einfach nicht einbinden. Aber warte, ich muss einfach das Wichtige kaufen, bevor ich Geld einfach so verschwende. Okay, wir brauchen jetzt noch einen großen Traktor. Wenn man das in 600 Fests hat. Grün wolltest du, ne? Ah, immer kaufst du das gleiche wie ich. Dann in einem Schwarz. Es gibt kein Schwarz. Blau? Es gibt auch Rot. Dann in einem Rot. Dann habe ich auch kein Problem. Haben die ja noch viel PS? Hier, John Deere. Äh, 420 nur auf der höchsten Leistung. Uff. Oh, der Fan 1000 war ja, ne? Wie viel hast denn du? 517, das ist uns zu wenig, du. Ja, dann nehmen die halt hier, du sagst hier, 692. Holy fuckaron. Kannst du auch einfach die ganze Zeit sein, ey. Chantal, was wird das? Verlässige nicht mein Traktor. Was? Sie dippt mein Traktor die ganze Zeit. Was? Da passt dich! Na! Mach mal die Tore auf. Du dippst seinen Traktor. Linksflick. Ja, okay. Dann sind wir, von denen. Da sind wir nicht mehr, jetzt sind wir nicht mehr. Da sind wir nicht mehr, da sind wir nicht mehr. Das hat mir nicht gefallen. Ab Chantal ist zu langweilig. Er hat es wieder gekauft um Bäume zu zählen. Das ist jetzt etwas suboptimal. Ist das auch suboptimal? Oder ist das eigentlich kein Tränk mehr? Dann hol dir was. Du musst eigentlich abgetanpt werden inzwischen. Nein, das habe ich gerade selber gemacht. Bei Pferde keine Eierlegen, soweit ich weiß. Wieso ist unsere Geschwindigkeit auch 15-fach? Keine Ahnung. Ich habe 5 oder 1. Bis jetzt mal als ich dran war, war 5. Ja, 5 ist okay, aber 15 ist ein bisschen zu schnell. Okay, dann warte ganz kurz. Ich höre mir gleich was zu trinken. Und dann kannst du mir sagen, wo ich das Ende habe. Zack, zack. Du fährst jetzt die nächste Bahn, dann gleich wieder da. Okay. 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 Yep. Okay. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja Mann, so lange Zeit gelassen, das ist immer wieder warm fertig. Oh shit man. Schon wieder was entlarm werden. So und jetzt sagst du mir, wie ich das einstelle, das für die Geschwindigkeit. Nee, hab's schon gewonnen. Schuss. Wie gesagt, das Feuer funktioniert nicht. Danke schön. Danke schön. Normalerweise macht das Joshua, aber er ist gerade nicht da. Ich werde es halt immer wieder vergessen. Ich werde es halt immer wieder vergessen. Vergisst du, dass Rauchen schlecht ist? Nein, ich vergesse den Command einzugeben. Achso. Damit die Leute, die da sind, das auch sehen. Dass du raus? Nein, dass Rauchen schlecht ist. Ich glaube, wir haben hier noch hingekaufen müssen. Was ist denn das? Komm mal, du hast es gerade gesagt, hoffst du mal. Hoffst du mal. Was geht? Was geht? Wir fallen. Alles klar bei euch? Alles super, alles super. Bei dir, alles gut? Bei mir ist auch alles top. Ich wäre wach geworden. Ich habe einen sehr schönen Traum von einem Bankausraum. Also von einem Juwelier aus, auch eher gesagt. Wer hätte ich Bock drauf, Digga? Ich glaube. Lotto habe ich leider nicht gewonnen. Da war nur eine Zahl richtig. Gibt es aber bei einer Zahl nichts. Nicht mit 2 Euro? Naja. Leider nicht. Von der letzten Ziehung habe ich gesehen, hatten zwei Leute sechs Richtige. Nur sechs Richtige. Und haben jeweils 2,4 Millionen bekommen, Alter. Und ich hier mit meinem scheiß Trick-Tiff, ja. Aber eine Zahl richtig und noch nicht mal an der richtigen Stelle. Obwohl, weiß ich nicht, ob das überhaupt egal ist. Naja, passiert. Was passiert, den Jack hat noch nicht geknackt. Außer auch. Ich wäre aber stumm von nicht, wenn einer von uns mal den Jack mal knacken würde. Ja. Betonung mal wieder auf wenn. Natürlich, betonung wieder mal auf Sternchen, wenn Sternchen. Wie immer. Ah, wo wird denn meine Kippen? So, ich hol mir mal kurz ein Chipchen. Ist ja, Leute. Fällt nicht an zu rauchen. Ist tödlich. Lohnt nicht. Kostet Geld. Krebserregend. Wie ist das? So ein Krebserregend wie Schrimmsäule. Zwei Minuten bin ich mehr da. So ist es mal so. Ich besitze dieses Land nicht. Willst du mich? Du besitzt dieses Land nicht. Du besitzt dieses Land nicht. Oh. Ach ja. Was ist das Land? Zockt ihr auf der Map, wo wir letztes Mal zu viert haben? Richtig. Perfekt. Die andere Map ist glaube ich jetzt zu dauernd, wa? Leider. Kann sein, I don't know. Also wo ihr. Oh, ich glaube ich bin auch dabei. So hätte es dann einfach beitreten können. Ohne dass ich irgendwie entscheiden kann, muss. Ob du erst angenommen wirst. Wahrscheinlich wird bei euch dann erstmal Synchronisation passieren. Einmal kurz, aber komm drüber. Ja, alles gut. Ich bin ja eh gerade nur noch zwei Personen richtig. Achso. Nur zwei? Mhm. Die andere ist gerade wieder mal mit dem Handy beschäftigt. Ja, da guck da rüber. Mhm. Das habe ich ja auch schon gesehen. Ja, kommt mir bekannt vor von mir, Alter. Da kannst du mich auch direkt angucken. Ach, Mann. Das habe ich gemacht. Hab ich gesehen. Mal kurz als Alibi die Maus in die Hand nehmen. Alibi mäßig. Ach, Mann. Der ist dann ein härter Klatsche bekommen, ne? Ich denke aber sowas von 5-0, Alter. 5-0. Vor allem in einer Kneipe, wo ich letztes Mal halb war, da hieß es, äh ja, härter Bayern Spiel. Bei jedem, äh, bei jedem härter Tor gibt es einen kurzen Osten los. Ja, die wissen, warum sie es gesagt haben. Ah, ich hoffe, die Bude war Feuer, Alter. Ah, wo ist denn die? Achso, hier. Lade. Ja, laden mal schneller. Ja, da muss auch wieder was entladen werden. Es passiert schon. Ja. Ja. Irgendwann mal wieder. Oder wovon habt ihr gerade geredet? Äh, von den NPCs gerade. Achso. Gut. Ja, ich dachte, was anderes zu lachen. Ist dummer. Ich habe keine Ahnung, was du gerade gedacht hast. Bin ich ganz ehrlich, ich komme gerade nicht drauf. Das einzige, was ich gerade im Kopf habe mit Laden, das, damit haben wir gestern noch im, ne, doch gestern, ne, doch gestern. Vor, gestern. Ja, gestern. Ne, vorgestern war das. Vorgestern zu gestern. Ja. Das könnte ich wieder auspacken und wieder durchladen, ja. Achso. Oh, wie meinst du? Ich dachte, ich dachte eher an, an meinen Film, also gestern, vorgestern. An meinen Entladungsfilm. Mhm. Jetzt war jetzt so. Ja, daran habe ich gedacht. Aber ich wusste, was du meintest. Mhm. Das Passwort ist dasselbe. Mhm. Mhm. Brauchst du eigentlich nicht nochmal auswählen, wenn du es einmal gemacht hast. Ja. Das ist ja das Spannter. Hallo. Fabi, ich sehe, du guckst gerade. Sage, da ist zu. Geht's hier? Ja. Hier wird geladen, wird lauten. Schwierigkeitsgrad, Wirtschaft, Schmutz. Ne, das ist aus. Ja, kann gerade nichts machen. Synchronisiert. ja keine ahnung ich guck gleich mal bei den einstellungen weiter vielleicht hab ich da ja irgendwie was bei den tieren falsch eingestellt dass sie so lange brauchen oder die tiere sind buggy ich hoffe ich kann die pferde schlafen und essen ich finde dass das dass die tiere bedürfnisse haben dass die pflanzen bedürfnisse haben dass alles bedürfnisse hat auf wasser essen oder sonst ist aber der eigenen die eigene person einfach kein hunger muss nicht schlafen könnte eigentlich für 27 durch akka ich danke dir also ich habe nichts was zum thema ja aber ich habe keine einstellung zu orientieren das meine ich damit ich habe zudem keine einstellungen meine einstellung ist hier essen die manche aber nicht ich meinte er weil sie sich ein video angeguckt hat da brauchte eine stunde um einzulegen bei ihr steht einfach noch 120 stunden und es ändert sich nicht es gibt ja also ich glaube braune hühner legen einmal am tag und ich glaube weiße hühner legen ja wirklich die die pressen um ihr leben raus am tag jeden tag also wer gibt denn so viel geld aus warum ist denn das sound nicht auf meinen kopf ich habe ich überhaupt sagen ja ja ich will dir der geld ausgibt ach bist du wieder am dings schön machen ja so ähnlich du wolltest ja dich später um den shop kümmern dass da die sachen weg sind richtig die regale für tierfutter für flüssige sachen und für trockene sachen heißt jetzt muss ich noch sc maschine kaufen was möchtest du auf deinen nummern schild haben ich kann mir nummern schild aussuchen ja buchstaben oder nur zahlen kannst drauf schreiben was du es glaube ich das hat aber nur eine begrenzte begrenzte felder bitte auf dem mail drescher wo du bist kein nummern schild hinzufügen nein ich habe meinen mail drescher gekauft ja du kannst du nehmen was du gerade brauchst aber halt jeder kann sich auch sein eigenes fahrzeug holen wie zum beispiel du hast du denn ein pick-up gekauft für dich und ich habe mir den pick-up gekauft für mich so nach und ich habe eine zugmaschine die kannst du durch die farben unterscheiden genauso wie mit ein ernster für sonnenblumen aber ja die fahrzeuge die julie kaufst kaufst du für dich die anderen leiden sie sich von dir wenn du wieder nicht brauchst so mit wir nicht zu viel geld es ist fast eins das hat noch etwas vor oder was ja meine mutter hat gesagt ich soll um eins im mittagessen fahren hat wohl gesehen dass ich nicht viel essen habe ja bei mir ist eigentlich der umzug von michels der freundin da aber tja heute ja der kollege der eigentlich der war gestern auf einer automesse in frankfurt am main und er wusste er wusste dass wir eigentlich heute den umzug machen wollten oder einen teil umzug erst mal nur so dass das wichtigste erstmal da ist aber so wie es verstanden hat hat michael noch nicht geantwortet wir haben es schon vor zwei wochen gesagt also ich bin richtig die ganze zeit erst mal zu sagen ja ich helfe euch beim umzug gar kein problem wie ist das anders und dann erstmal ich bin frank oder mein tschüss eigentlich eigentlich war der umzug ja gestern geplant ich verstehe nicht und wo auf einmal das problem war ja auch er hat so ein kumpel heißt dennis bis jetzt älter stunden glaubt fünf sechs sieben zehn jahre älter und um den kümmert er sich also mit dem fährt darum er will mal umgefahren werden ja und dann fahren wir auf einmal nach frankfurt bei einer bei einer mama mal nach ruf springt er vielleicht eltern muss man nicht verstehen aber mama 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 da gibt es eigentlich dumme frage ich habe das läuft jetzt mal schon mal warum blicken die felder abgebaut werden müssen ja ja und dann kann ich eine aufgabe sehen drückt man escape und dann hast du oben in der liste diese mehreren zettel in einem bild zweiter das ist das in der mittel genau der scheune und genau der drei amten verzehnten ernten 19 ernten lieben transportieren lieben transportieren das ist bei liebe was ernte hafer wo finde ich bin ich schon darum brauchst du dich nicht gemacht das mache ich gerade diese wagen die darunter sind sind es die die wir dafür bräuchten als beispiel machen wenn du dann noch ausleihen drückst du zahlst du gesehen nichts dafür du kriegst hat nur weniger geld also zahlst du indirekt dafür also dieser war eine runde chillen damit leiden und was macht und von dir schon von wieder zurück nach klärwerk was ist denn das bei liebe für gegenstand irgendwelche paletten mache ich dann mache ich ein bisschen lieferdienst wo ist eine gabelstapler von hier hier ist der gabelstapler bei uns auf dem feld keine ahnung hast du gestern auch gezockt nein ich habe gestern gar nichts gemacht mich hast du gestern nicht aus dem bett bekommen ich habe keine ahnung was gestern los war ich hatte einen kompletten downer ich war wahrscheinlich hast du mich getraut dass ich es nicht geschafft habe ja wahrscheinlich dankeschön mitleid geschindet ne weiß ich nicht was das war ganz weird scheißhaut da muss sich doch jemand die mühe gegeben haben diese dummen kleine langsamen gabelschläger bis dahin rüber zu fahren wer von euch das so motiviert das war ich achso ich hab den für die für die heuballen also diese heubierkasten da habe ich die benutzt oder für die big packs um die da um das essen nach rein zu streuen so ich fahr mal zu dem und guck mich das mal an machen wir dies und angenommen ne solltest du vorher hast du sonst sehe ich da nichts richtig sonst hast du die aufgabe nicht weil das sind die möglichkeiten die wir haben du musst dir in auftrag erst annehmen vertrag akzeptieren mhm achso ich helfe nicht transportieren chantal mag rote fraktoren chantal mag rote fraktoren ja 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 nein interessant dass du immer einen case nimmst gibt es für die aufgabe eigentlich Zeitlimit nein nein Zeitlimit gibt es nicht wir machen wir ernten schon seit drei tagen Felder ab also wir machen wir ernten schon seit drei tagen Felder ab also wir machen wir ernten schon seit drei tagen Felder ab also ja gut dann ja ja ich gegen den traktor fahren das bringt mich schon toll noch um das ist überall nach Alkohol bei mir heftig guck mal kaum hört sie Alkohol wird sie aggressiv ich glaub da ist jemand auf Entzug ich glaub noch drei naja das Lidl sieht aber auch wirklich aus wie so ein typisches deutsches Lidl also jetzt mal wir doch nein alles typisch das ist eine deutsche Karte das ist ja auch in Deutschland ich glaub ich man an jeder Ecke bist du scheiß Kiste bestreuen über der rein an jeder an jeder scheiß Ecke ja vergesst die DHL Kisten nicht vergesst die DHL Kisten nicht das ist auch und an jeder Auswand ist es diese äh 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 kann man kann man von der backup klappt bestimmt musst du mal gucken wenn du f1 drückst sofern ähm deine Einstellung noch nicht runter sind da einfach mal dann durchgucken maus und außerdem hat der hat der von ja hat er ja ja ich nehme dir ja einfach n 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 welche ausführung also welchen verstärken oder hast du den einfach so gekauft und dann drückst du unten auf das auszeichen der gabelstapler und der lkw liebe sich gerade ich kann also ich habe mal geguckt hier gibt es leider keine auswahl für die klappe hinten leider ich kann ihn nicht mehr steuern jetzt es ist okay gabelstapler was ist ich drücke gerade gar nichts er macht die vierkröte am shop wenn ich jetzt rausgehebe dann bestimmt wieder aufgeht jetzt nicht mehr hier 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 ich bräuchte mal den gabelstapler hier Liede im Urlaub alter Grillmeister Liede zuschlagen und sparen und nein man sieht so wie gesagt ja was alter du meinst warte meinst du das hier das wasser ist ja komischerweise immer hinter die glasscheiben neben der kasse und hier ist das ja auch dieses dieses mit dem roten sondern dieses das andere rumste nicht bio nein das ist so billig wasser es ist nicht wohl es ist nicht bio es ist auch ne das ist nicht nur ne das ist ein husten aber es ist hat auch so einen roten streifen da ich glaube das du meinst an wolvik ich glaube das du meinst an wolvik ey ich krieg den gabelstapler nicht wiederhoben kacke mach ob ich so naja zu wann wäre die stelle wie viel Geld in vollzeit muss sie überhaupt machen oder wenn jemand äther fehlst ey ey muss man schweizer ekw mann hier an die stelle wäre weiß ich nicht ich denke mal nächste woche also irgendwann laufe der woche auf jeden fall vollzeit wie viel geld haben wir noch nicht gequatscht weil wir das ausstellungsgespräch noch nicht hatten ist ja erst morgen kapper übergangsweise erstmal auf jeden fall weil ich vielleicht noch eine ausbildung kriege und ja natürlich absolut kapper also sprich habe ich noch gar nicht weil ich noch keinen antwort bekomme und fühle ich es mir nicht auf den sack geht habe ich das morgen das klingt gut das klingt gut und hola wie sieht es bei dir aus? hast du irgendwann mal wieder einen job? ey was soll das heißen Doran? ok entschuldigung ähm anders anders ist wahr hast du mal eine bewerbung geschrieben? ja ich bin gerade dabei erstmal mein scheiß nach und nach zu regeln dann lasse ich mir das beziehungsweise bringe ich mir das programmieren bei und danach heißt es leckt mich am Arsch lecker dann suche ich mir eine ausbildung dann mach ich mehr Geld als hier hier ficker ja ok außer als du dazu wahrscheinlich noch wenig als Tim Tim ist ja gerade nicht hier achso 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 ja gut von Tim bin auch noch ich noch nicht dran gekommen hallo 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 hier siehst du mich ich springe hier hallo hallo siehst du mich hallo nie iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii ja ich habe ja aber der hatte ja oder niemand glaub ich habe da rum oder wird der gerade irgendwie benötigt ne ne die kannst du nehmen ich glaube der wird gerade er genötigt aber jetzt läuft aber scheiße ok hier nicht bin ich falsch drin jetzt du hast beigetreten urcheiß natti wo ist jetzt oder wie eine gruppe nur bei einem discord also ja wenn ich denn hier jetzt ist hier der shop diese palette passt nicht auf meinen picker ist ja nicht so dass ein palettenwagen haben und so ja dann immer komplett runter beraten bis feld 3 schon wieder 10k weg und kannst du vielleicht im hotel das vorstellen oder nicht so deine auf dem handy und drinnen stunden bei euch ein unfall alter wenn du fährst ja ja wenn du fährst dann sollte sogar so ja das scheiße meine mutter schickt mir gerade ein bild wie sie werbung von sky gesehen hat dass sie jetzt so wieder dringend mit der bitte suchen mitarbeiter verloren haben selbst was mehr verkauft gemacht in einem monat als die in drei jahren nein sind sie nicht ganz ehrlich nein ich kann dir auch ganz einfach sagen warum ich sauber verkaufe ich sage den kunden immer was auf was sie sich einlassen ich sage nicht so haben heute bekommen ist für zehn prozent weniger sie zahlen nur die hälfte blablabla einleger ich sage komplett was zu zahlen haben und das hat ihnen anscheinend nicht gepasst das ding ist aber warum ich habe wenig verkauft aber dafür ist meine geschwindigkeit meine arbeitsgeschwindigkeit ziemlich hoch gewesen die anderen sind gerade bei einem call gewesen ich habe in der zeit das hatte ich zwei drei calls gehabt und deren probleme gelöst und das ohne probleme sie auch nein ich bin so ein affenkopf alles richtig nein ich kann das wird man fällt nicht weiter ausnehmen so dass schon abgegeben ja weil die zugmaschine auch voll war ja deswegen fährt der traktor oben noch auf welts sehen und weiter an die hatte jetzt schon durch das ist wahrscheinlich unten oder oben aber das ist nicht von uns ja hier ist es aber nicht okay gut einseitig Da hätte man gerade ein Handy in die Wand gehalten und dann den Lüsch geblieben lassen, dann haben wir uns nicht mehr gespackt. Grüße. Grüße von Yoshi! Ja. Von wem wurde ich gefragt? Was ist denn für eine dreckige Palette? Wieso kann ich die Palette da nicht draufpacken? Auf dieser langen Seite? dieser langen seite von der palette kann man die scheiße nicht kann man mit den gaben da nicht rein reinfahren das war ich wieder die scheiß karte um zu gucken wo ich hinfahren muss dann schon auch kurz an gabel start da dann alles gut machen wir schon selber trotzdem brauchst du den drescher noch irgendwo oder solchen wieder zurückfahren aber vergiss den anhänger nicht vergessen ich mache das mit dem drescher wir sollten den lkw einfach zum silo fahren oder man gibt hier ist nicht rein ich muss eigentlich geht schon los gehen ich check aus wir gehen als mut rücken damit du die klappen von vorne nach hinten durchschaltet deswegen habe ich oben bedingt wo ist denn eigentlich dein mädrigscher meiner ist in großen ich glaube nicht auch ein mädrigscher hast aber das mädrig für ich bin an die ecke gefahren und jetzt klebe ich an das mädrigscher der der den der 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 ich habe noch ein verladen aber das war nicht meine frage ich frage war ja schon immer noch den transportierauftrag verladen ich bin ich will du kannst du gar nicht wissen ob du es geschafft hast ich habe durch lange seite kam ich mit dem start mit den mittelgabeln nicht durch da ist eine barrikade oder so ist keine ahnung das ding jetzt irgendwie darauf gepackt hält aber ein bisschen rum aber passt welcher stadt weiter habe ich auch die ganze zeit ja wenn ich dann muss wenn ich diesen blöden fahrrad irgendwo in der stehen dass ich meinen wir die nein ja sonst musst du ihn wieder neu einstellen ich kann es ihn ja neu einstellen weil er jetzt zu blöd ist unsere mädwäscher stehen jetzt bei der in dem leinbinder ach so wo muss ich in die lage hinüber klärbe nach klärwerk 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 unten so ganz unten in der mitte und diese fordern lenken die fahrzeuge ganz schön langsam nein die lenken ziemlich lange habt ihr da jemals noch eine einstellung für gesehen dass das noch länger schneller nein weil die fahrzeuge auch sich wirklich so lenken lassen ja wenn die keine servolenkungen haben ich kann ja noch nicht mal ein tempomat einstellen alter verkauft ich habe das hier ein fahrzeug wo man den gabelstapler hinten aufladen kann ich hatte beispielsweise auf der auf der playstation hatte ich also ein anhänger mit mit also es war also tieflager da kannst du wirklich sachen grob stellen auf fahrzeuge oder sowas aber die gibt es leider nicht ja findest du unter kategorie tieflager ziemlich schnell nach hause gehen ja wie immer ok ich lasse euch einfach dieses eine problem hier ihr werdet das sehen wahrscheinlich irgendwann bin ihr ja was war jetzt mit der kartoffelernte wenn nicht dann mache ich sie einfach du musst eigentlich nur abladen und wegbringen wenn dann nach und zu ab unten steht entladen werden dann fährst du einfach hin entlädt und fertig das ding erntet von selber also die die erntemaschine kriegt selber hin nur der fahrer kriegt gerade nicht hin das zu entladen und ich muss jetzt echt los ja alles gut dann macht den entspannen und lass uns hier schufen soll ich hier mal abgeschlossen vom feld weil ich auch mal abschließend vor euch ne jo kann ich machen wenn ich gerade hier drauf bin what the fuck ok du hast gesehen what the fuck sagst du was zu ficken machst du denn man das ist rüber schieben auf die andere plattform das muss nach der auf die ganz richtig da kommt das futter für hühner und so ein scheiß hin nicht mehr runter bekommen ich hab ihn einfach nach vorne gestoppt ich hab rüber gefahren siehst du das muss ganz rechts hin auf die paletten ok was auch wenn du da jetzt macht ich geh dir nach solchen scheiß vom shop wollen man immer kurz auf spiel sprechen ich glaube schon teil hat das alles schon gemacht nein was brauchst du heuballen hier oder was spiels gespeichert spiels gespeichert nein ich hole die heuballen vom shop weil damit der shop endlich mal aufgeräumt ist genau tschüss lass es schmecken bis später bis später alti du fährst komplett in die färste Richtung zu laufen merk ich gerade handbremse erstmal gegen den Baum fahren ja mal fahren hey ich kann fahren ne junge keine ahnung es geht los alter ich hab kein markaufgabe stoppt ja es wird schon drin keine sorge ich hab auch schon heubein vorbereitet zum raufladen klar zum schmacken der erst mal wegen gta oder was wird man durch die gegenseite ja alles gut pack auf die kacke die neue seitlich raufmann du hättest du einfach nur geradeaus zu fahren müssen ach okay am stück nach hinten bitte ja warte ich muss kurz kartoffel entladen ja 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 wonders ja aber was für ne niedliche Rupe die dich Ja, das war der Film mit diesem Direkt hier auf den Ding. ich bin zu schnell um die kurve gefahren aufpassen aufpassen es fliegt von anderen seite wieder runter sollte ich noch einen zweiten gabelstapler holen ich glaube wir haben eine gute seite oder es dauert aber es gab ewig du hast schon wieder umgekappt? ne ne das ding hab ich gerade umgekappt so warte mal bevor du hier gleich wieder ran gehst lass mich von einer anderen seite gegen schieben ne guck dir mal das packt warum siehst du wie sich bewegt ne doch ich sehe was du meinst der motor der motor farming bug simulator der motor weißt du was ich jetzt einfach mache wenn du es abgelegt hast sagt bescheid dann trepp nehme ich das wand wieder weg mann muss schon wieder entladen werden man wird es mich ficken oder was mann mann ey ich vergess immer dass die lenkung ja nicht zurück geht ich kann sie im prinzip noch mal achso alles gut ich mach das mal selber So, warte mal, wo sollen wir die hinbringen, ernten? Reifeisen? Was für Reifeisen, Junge? Bei der Futterfabrik meinst du? Ach, das ist sogar direkt hinter mir. Oh, Jackpot. Jackpot. Und dann kommt das über das Feld fahren, der Panda ist gleich wieder voll. Okay. Weg die Kacke. Wie kommst du über den Gabelstapel zurecht? Ja, ist okay. Auf die man ein bisschen gerade hingekriegt. Es ist, es ist eine nervige Sache mit dem Nabelschlappler. Ich habe es mir echt ein bisschen witziger vorgestellt. Ich glaube, das haben alle. Allein mit der Lenkung. Allein, ich glaube, die Realität ist noch lustiger. Ja, glaube ich auch. Aber ich meine eigentlich die Realität ist im Spiel. Achso. Spiele, spielerische Realität. Spiele, spielerische Realität. Spiele, spielerische Realität. Spiele, spielerische Realität. Spiele, Spiele, wofür die Samenkundteile Jessica, in der Ablesheit stecken. man kann es direkt gleichzeitig mitnehmen die sind ja nicht gesichert musst du besser aufpassen aber ich glaube ich sollte die erst mal abladen oder wir haben sitzen sie nur aus ziehen raus wir haben anscheinend jetzt regale dafür kaputt ja das hier soll noch ganz rechts ich habe keine ahnung ja kannst du machen ich muss das mal überlegen wo jetzt was hin soll das ist ganz recht das ganz recht ist hier dann packst du in der mitte dann einmal wieder aussteigen cooles manche in den jungen also bei den shitstorm habe ich mich lustig gemacht wenn ich ganz ehrlich ja man ist schon schlimm gewesen von haut um sowas zu machen das ist schon ja was ist ehrlich gesagt ich habe ehrlich gesagt keine ahnung wie man die dinger ins regal legt habt ihr so dass in die mitte da wo du schießt total ist alles das nicht was wir hier gerade haben ja also dann bin ich hier nach hinten Ja, fahr einfach drüber, sonst wird's automatisch eingelagert. Glaub ich tun das. Oder auch nicht. Ja. Vielleicht ist es dafür gar nicht vorgesehen. Ja, aber Stroh ist ja Futter, aber Heu. Ach so, Big Packs. Ich hab ihn jetzt einfach mal geplagt. Jetzt brauchst du einfach nur mit dem Gabelstopp von der anderen Seite kommen und auf die andere Seite kippen. Ich hab jetzt auch geschrieben, einfach mal nachgefragt. Flüssigdünger, Dünger, Kalksatgut. Soll ich dich an die Wand drücken, Juli? Vor Gabelstapler wird nicht gelaufen. Ich kann mich nicht sehen, ich bin ein toter Winkel. Ey, sowas kann man sich immer wieder in Solara anhören. Äh, das ist genauso wie mit Gabelstapler, mit den Gabeln wird nicht gespielt. Oder mit elektrischen Ameisen wird nicht gefahren. So, und was passiert am Ende der Schicht? Genau, nicht mal Alter morgens, ich war bei Holzporsling und da sind zwei mit Gabelstappen und der eine hat den anderen. Die können ja, es gibt ja gar nicht, wo die Gabel so zusammengehen können. Da hat einer mit einem Mitarbeiter, also Mitarbeiter mit einem Mitarbeiter einfach Gabel zusammen fahren lassen und einfach kocht zwischen, das ist ein Joke. Mitten morgens um 8 oder so. stand aber das was wir bei mir gemacht haben als ich mit händler gearbeitet habe entweder stand jemand oben auf den gabeln und die haben den so durch die halle gefahren oder die haben mit 50 cent gespielt 50 cent auf dem boden gepackt und derjenige mit den meisten skills schafft es die auf eine gabelstapler gabel zu klatschen also im prinzip müsste man nur mit der spitze ein bisschen runter drücken und nach hinten damit er so einmal nach hinten wenn du aber nicht weißt wie dann ja ich habe gemastert ohne reichen jemals in der abschlag gefahren ich scheiße nicht runter gehen was denn ich versuche die scheiße abzuladen man ist auf dem dach ach so auf dem dach kann man damit ach schade dass es so eine kleine rampe vielleicht noch geben würde weil dann könnte man da nämlich auch barzeuge drauf stellen gibt es hier irgendwas rampen mäßiges rampen mäßig ich glaube nicht ne erst mal kopf zerquetschen geil wow wow was sagt man ja shit ey schade aber ey drin der kartoffeln soll aber schon wieder entladen werden ich gehe fahr das ding kurz weiter zum shop oder habt ihr jetzt schon alles ich hätte ich hätte ich hätte die vier beine auch mit dem gabelstapler schnell übergefahren ja alles gut der gabelstapler ist eher das langsame ding ja nah zum einzelgrade haben wir wahrscheinlich noch nicht aktiviert also wir haben noch nichts für die ballen komm mal da hinten richtig fahren okay er heizt einfach über das land rüber ja der kann eh nicht kaputt gehen wir sind 70 erlaubt ja okay dann lassen wir den eingabestapler lassen wir am lager würde ich sagen oder äh am shop und das andere beim lager ja das ist ja sonst nervig wenn ich mich herfahren ja dann im konzip nur gerade drauf nur gerade drauf macht er eigentlich die stapler mit den mit tasten oder mit der maus Mit dem Aus Süß Ah Let's go Hahaha Hat er echt alles festgemacht Easy Erstmal ein Blinker setzen und mal einen Gänz Ja Ich kann dich ja nicht mitnehmen Nein, das geht nicht Versuch's Ich glaube da bist du schneller wenn du rennst Ja Lass mal mit 70 rumheizen 80 85 Das ist 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 Nur Ein bisschen Das überfällt 16 sollten wir noch nicht fahren Oder allgemein sollten wir nicht fahren Weil das gehört uns Na ist ja schon die mit den grünen Mal ein Mhm Ah okay Okay warte mal wo war der Shop hier Ich will mal kurz mal gucken Wie hieß das äh was du meintest Tieflader 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 Radlader Mehl Technik Tierhaltung Machen Ahja Das ist das das blaue Haben wir das schon? Tieflala, allgemein haben wir noch nicht, ne. Alright. Dann auch vielleicht immer eine weitere Million. Aber das geht nicht. Was hattest du von Grün genommen? Dieses Deutz-Fahr-Hellgrün, wa? Ich hab keine Ahnung, man. Kaufen, ja. Hast du auch geguckt, wegen Motorstärke, dass du da noch was machen kannst? Ecker hab ich noch nicht gekauft. Rüffelt euch auch so ein... Das rüffelt mir da... Vault-Banner. Das hat glaube ich am besten da. Das ist jetzt 120 PS. Schau. Das kann ich einbauen hier. Aber ja, kann ich hier nicht machen. auch mal um... Oh. 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 Aber funktioniert irgendwie nicht GG Arschkampel Kartoschka Weg damit Kartoschka Warte Warte Jetzt können sie die Kabel Da sieht ein Buchstabler aus, vom Shop. Okay. Von Lidl meintest du, ja? Von Lidl zu Aral, ja. Aber den Auftrag habe ich noch nicht angenommen, ne? Achso, ja, warte, dann nehme ich den schnell an. Das ist Werkstatt, haben wir die Lidl-Werkstatt nach Campingplatz? Nee. Hä? Ah, hier Lidl. Von der Lidl-Werkstatt nach Aral. Gibt aber nicht viel. Vertrag akzeptieren. Alter, Kartoffeln meint 71.000 Euro. Wieso, wieso? Wollt ihr denn hier weit machen? Halt man da drauf und schmeckt ihn an. Ich bin gleich wieder da. Ich sehe gerade mein Handy auf für ein neues Kartoffel-Update. Fick doch, wieso? Trin gewichst du? Wieso? Ich will mich nicht gucken. Weil du schon blöd gefragt, wenn ich schon extra die Serien wechsel. Ja, was mache ich dann? Ich bin ja erstmal von der Kamera in Köln oder? Boah! für die Augen. Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Okay. Ich... ... 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 gucken wer lustig wenn ihr das sind actions youtube kanal mit dir ich habe keine ahnung es könnte es noch sein hof tanke steht da irgendwas zum abholen ich muss da irgendwas abholen mein handy was willst du denn jetzt muss man den werkstatt kaufen an kunst bestätigt okay halt die fresse chronisch live sind nach einem standard und heute fresse wetter halt die fresse was interessiert mich das wetter junge ich bin zuhause am zocken wo ist die werkstatt bei farming simulatoren sind mobile workshop mobile workshop in diesem mod können die fahrzeug überall konfigurieren ja nimm den anderen auftrag nimm den anderen also das ist doch so nervig die reparatur zu einem händler oder in die fahrzeug gewerkschaft bringen fahrzeugwerkstatt beim pressen guck mal hier gibt es sogar beim pressen aufträge wenn welche übrig bleiben könnt ihr die sogar mitnehmen um die die Ja, weil ich es gerade raus, weil ich den Auftrag abgeschlossen habe. Abgeschlossen? Ja, dann lasst ihr auskennen, dann wirklich weiter. Also auf der Karte mein Setzer. Bei Erika? Ja. Baumarkt, Digga. Einfach Baumarkt. Jetzt kommt es schlecht übersetzt Werkstatt Baumarkt. Ich habe das Erika mit mir gesehen. Fahre ich da mal hin. Aber nicht im Fahrzeug. Danke für den Tipps, ich fahre da mal hin und guck mal nach. Ja, deswegen habe ich den anderen ja auch abgeschlossen. Und das, was du gerade gefragt hattest. Deine Auftrag schlug doch fehl, weil du das eine Ding komisch hingepackt hast. Ja. Ja, und den habe ich jetzt auch so gesehen komplett aufgegeben. Achso, ich habe den noch gar nicht aufgegeben. Richtig. Ich dachte, ich hätte es nicht mehr laut. Ja. Kein Ding, kein Ding. Da ist es. Ja. Und das lagern in Hühnern. Die Bambagi des Todes. Wolltest du nicht noch weiße holen und einen Hahn? Ja, einen Hahn habe ich unterbrochen. Ich habe einen Konsant. Weil Kiebskirchen können wir eigentlich auch noch verkaufen. Ja, der ist mal ein KFC. Okay. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es im Spiel wirklich einen Unterschied gibt zwischen Braun oder Weiß. Hol mal zwei Weiße noch. Reiswissen. Reiswissen. Also du hattest schon Weiße geholt um zu gucken. Und da hat sich nichts verändert. Ja. Ja. Danke für den Follow. Oh so. Danke für den Follow zum zweiten Mal. Das ist ein zweiter Count. Achso. Ja, ich sage dazu nichts. Danke dir auf jeden Fall. Dankeschön. Ich habe die ganz leichte Vermutung, dass es das hier ist. Ja. Geil. Aber hier steht nämlich was. Danke. Punkt nach. Hm. Ähm. Ja. Mehr sage ich dazu, der Fall noch nicht. Ja Digga, passt. So lange der Scheiß in sich abgeschlossen wird. Alles gut. Der wird dir nicht angezeigt. Nochmal. Ja. Ist doch egal. Follow ist Follow. Er wird mir wahrscheinlich auch nicht mehr als, nicht als Follow angezeigt. Ja. Trotzdem bedanke ich mich dafür. Ist doch egal ob BOT oder nicht. Oh. Ich weiß aber was ich mache wenn ich gebottet werde. wir werden erstmal bei MMOGA Partnerschaft sagen hoch. Ups. Dann können Sie nämlich nicht sagen ja nee hm 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 hm. Da habe wir nicht verloren. So. Ach, halt ich den Shit auf der Gabel Alter. Ist mir sowas von egal. Auflöser ich aber ein bisschen anders machen. Glänzende Felgen, glänzende Felgen, schön, glänzende Felgen, yeah. Eigentlich wäre cool noch so ein LKW mit Ladeflächen. Mit Kran dran, dass man so einfach runterheben kann. Ja, chill mal, hast du vielleicht ein 22 Tonne? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Höchstwahrscheinlich auch nicht. Hauptsache aber irgendwelche Ami-LKWs, ne? Besser als die MAN-Scheißdinge, bin ich ganz ehrlich. MAN sieht halt wirklich aus wie Kotze. Da sind mir die Oldschool Trucks aus Amerika viel lieber. Einfach so'n schönen Classic Optimus Prime, Alter. Supermaschine, gib ihn. Let's go to the campingplatz. To the mall today, Alter. Richtig. Und sie ist so auf ein kleiner, kleiner See. Ich hab wirklich ein bisschen mit der Karte in die... Mann. So. Vielleicht. Aber warum könnte ich mal nicht verwirren? Das ist ja eine sehr gute Frage, die kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Aber... Wenigstens frage ich mich das schon selber. Das ist schon mal ein Fortschritt. Äh, irgendwas lenkt doch nicht einfach so ein, bist du behindert. Das ist doch so schnell, oder? Und... Du bist mal einfach so ein... ich habe vorhin gefragt wen geschlafen ging vor einer stunde oder so ich bleib jetzt da sitzen guck dem kartoffelernter beim kartoffelernten zu geben eine tasse rausbringen pandas und der kämmerle guck meine scheiß pandas an an dankeschön bitteschön was hast du mit deinem einen? egal wegen was hast du dein wein schücheln mit? er wäre mein lieber schücheln ja trotzdem machen wir dich hier auf einen langen bitteschön danke immer wieder gerne ja das ist ja nicht gehört nö liefung nach baldweilig es war so alt das richtige danke dir schattel edk ey lad das doch ab man mega alter ja 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 hundertprozentig da war ja weil sie es gemacht hat ja ja dann weg damit ja 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 was machst du denn bist du völlig behindert oder was wie fährst du denn mann ja und zu dem ich auch mein sohn alter scheiße nein Das ist schon mal ein Ding, mein Draug ist doch mal. Das ist das, das ist das, das ist das. Den höchsten sage ich jetzt mal ein bisschen mehr Fp als jetzt noch mal, ja? Jetzt machen wir meine 19 Dinger, jetzt habe ich wenigstens mal hier 2,40. Auch nicht das wahre, aber... Es ist besser als 19. Ich weiß gar nicht ob man überhaupt FPS einstellen kann. FPS oder PS? FPS. Keine Ahnung. Achso, du meinst gerade, du hast jetzt mehr FPS das letzte Mal? Ja. Achso. Was dachtest du gerade? PS. Achso, mehr PS als jetzt mal? Achso, PS. Playstation, ja. Ich habe gerade auf Playstation gedacht, gut. Mehr Playstation als letzte Mal. Ja. Hm, das wäre irgendwie lustig. Ja, schon so ein bisschen. Ich stelle die wieder ab. Was kommt mit dem Mediamarktlager bei sich zu Hause, huh? Ups. Guck mal, was machst du schon wieder da? Bist du Tork? Tork? Ja, mit dem Irrenmann. Irren, Irrendoll. Tork? Ich bin jetzt mal. Ja, ich bin jetzt mal. Was? Ich steh auf dem Baum, Alter. Hä? Ich bin gerade am Baum hochgelaufen. Ich seh gar nichts. Ich seh einfach gar nichts. Es ist so dunkel. An sich witzigerweise ist es ja im Himmel hell. Bist du denn auf der einen Seite da? Wird ja gleich wieder richtig hell. Ich meinte, wird er gleich wieder richtig hell. Hast du dir die Zeit schneller laufen lassen? Habe ich doch schon. 30 fache Geschwindigkeit. Achso. Ich dachte, du gehst noch ein bisschen schneller. Hier hast du 120. Das wäre jetzt ein bisschen heller geworden. Let's go, gamble all. Striegel? Ja. Striegel? Ja. Striegel? Ah. Wie lange war die Party? Party? Ähm. Ich weiß es gar nicht. Was kam da an? Das ist... Vierer oder so. Halb vier. Halb drei. Halb drei oder so. Halb drei oder so. Ja. Ja. Es ist schön hell. キ � screaming. Guck. Ja. Ja, ich hab' gern. Wie? Ähm.. hm.. Uh, hm.. Tja, hh.. Hm, hm. Tja, hnh. Oh, hm. die prozentzahl die in der leistung der liste mit drin ist das ist die weiterschen außer ich wollte aus früher was passiert Scheiße. 75, Alter. Mal kurz auslaufen, dann einmal kurz Stricke und dann verkaufen die Viecher. Achso, ok. Das ist komisch, unsere Eltern, unsere zwei Deutsche erdenkt man. Ganz probiert. Also ich sage ehrlich, das ist am Anfang, dass ich diesen Pferdhof verkauft habe, absolut dumme Investitionen gewesen. Ja, egal. Man hat es versucht, hat nicht geklappt. Ja, das ist so eine unnötige Arbeit. Man kann es ja irgendwann mal machen, wenn man genug Mitarbeiter hat, die alles machen. Wer weiß, dass du mal arbeitest, genau den kompletten Scheiß-Kartoffelwagen die ganze hinterher zu fahren. Ja. 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 Indigo ist einfach immer ein bisschen komisch bescheiße Ja, das ist ein bisschen Ich kann kotzen, ist das langweilig. Pferde ausreiten. Geld schaffen. Ja, 1 oder 2. Waren die auf 34 oder 33? 1 fehlt. Ich war aber schon in einem Auto in der Nähe. Ich hab gesagt 34. Ich bin auch für 34. Arschkrampe. Ich muss das jetzt auch ausreiten. Ich muss auch ausreiten. Gehört dir. Gras. Geil. Erstmal ohne Pflücken gehen. Was hast du denn gehabt? Noch schön schön. Vagabond. Der Hund. Hui. Oh, schneller. Schneller. Gibt es hier Pferderinnenbahnen? Nein. Nein. Schade. Ich hab' die Pferde waschen. Wir haben hier ne Luftdruckpistole. Schade. Also. Mal gucken. Erstmal den Schuss geben. Gucken ob das überhaupt funktioniert. Ja. Um Pferde zu reinigen. Mal gucken. Mal gucken ob du noch strügeln könntest. Gibt nicht. Nein. Ich hab' das auch probiert. Ja. Doch. Klappen können. Nein. Witzig Lärs. Was ich gerade leite. Naja. 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 Ich probier mal. Jetzt mach das. Ich fahr' von alleine. Ich muss aber gerade auf Fels 19 zurück. weil das scheiß zu sagen wie der Fall ist ach ne alles gut ich reite dann noch weiter das war's nicht alles gut ich komm zum stellen ich komm zum stellen Junge 7 Tage Inzidenz ist bei 74,4 Alter Junge ich bin doch hier leider raus ich bin doch gleich wieder da ey man der Hund wo ist denn da? 5,19 ja ich bin doch gleich wieder da man auf geht Flynn Ganz loop 10,2 Wann Em Wann Sie Gibt es eigentlich Rasenmäher? Ich glaube schon. Kommt echt nicht weiter der Hurensohn. Kommen wir ein? Äh, ne. Das hat ja anfangs von ein bisschen geöffnet. Dann haben wir schon wieder die Hurensohn. Ja, wir brauchen gleich erstmal die Hurensohn. Das ist ein Eierkarton. Haare sind wie ein Eier. Nein. Oder 13. Oder 13. Oder 13 Küken. 1 oder 13 Küken. Genau. Ein 1 Küken. Oder halt, wenn es noch ein 1 Küken wird. Und mit einem 1 Küken. Weil ich habe ja die Hurensohn auch gesetzt. Das reicht doch, wenn du in dein Mic sprichst und nicht zu mir. Sonst höre ich dich da mit in 3 Küken. Stimme. Stimme. Gleich mal mein Handy werfen. 2. 7. Trotzdem ist meine Aussage nicht falsch. Ich habe ja auch, ne. Ich habe ja auch, ne. Nein, eigentlich. Und das hast du mal von 50 Eier machen. Das sind eine Menge Eier. Das sind eine Menge Eier. Die Hurensohn. Wozu habe ich mir einen Pferdeanhänger gekauft? Wenn ich dann nämlich mal ein Pferd reinkriege. Kannst du sie verkaufen? Nein, 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 nein. Das ist fast immer ein Pferd. Ach so, wenn man den ganzen, wenn man den ganzen Statt verkauft, dann... Ja. Aber ich glaube, das eine ist nicht richtig. Weil das Problem war noch mal so. Moment, Moment. Ich glaube, mein Handy ist nicht richtig. Ich habe mit ausgelaufen. Stridiumegel. Weg mit der Scheiße. Den hat er abgewohlen. Ja. 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 Ich habe keine Ahnung, wie man Sachen verkauft. Ja. Verkauft die Scheiße. Wir machen auch, wenn man das lustig findet. Vielleicht noch ein Lager oder so. Ja. Da müssen wir erst mal gucken, wie wir die Sachen verkaufen. Heu und Strohlager benutzen können. Ach so. Na was? Hier gab es doch... Was ist denn hier ein Landschaftsbau? Haben wir da wirklich Ruder in unserem Schiff? Ich glaube, ja. Soll ich mal probieren? Nein, bitte. Nicht, dass das ganze Ding hier abstürzt. Zum Schluss sind wir im Erdkern gelandet. Das war... Wirklich witzig. Wie? Ja. Ja, das würde ich gerne mal wissen. Ja. Ja. Da haben wir das zweite neben der Weltkarte. Mhm. Ja. Ja. Ja, Wolle. Ja, Wolle. Ja, ja. Was transportiertes. Egal, wo was. Ach, das sind Euro-Paletten. Ein Gabelstaubler. Ja, das funktioniert auch. Ja, das funktioniert auch. Der Pick-up, der Pick-up, der Leibniz-Zurista. Was ist das hier? Äh... Das war Schleichwerbung. Ich glaube das hier müsste meiner sein, ich weiß es nicht. Let's go man. Give me some Kartoschka. Ja, guck ich mal. Eine Palette. Aber so wie es sich gehört. Ich dachte das ist ein bisschen besser zum Auf- und Abladen. Ich hab Bock da. Ach, ich nehme das mal eine ordentliche Palette, die man von der Länge nehmen kann. Aber das ist scheiße. Wolle 99%. Wolle 99%. Ich nehme mal die Hälfte verdammt. Von dem scheiß Kartoffelfeld. Von dem scheiß Kartoffelfeld. Von dem scheiß Kartoffelfeld. Von dem scheiß Kartoffelfeld. Ach man, fick dich doch ins Knie, ganz ehrlich. Ach man. Verkaufte Fahrzeuge? Ah Bolle. Er hat einen Teufel gebraucht. es schmeckt natürlich es war geiles griffleisch dazu ist aber ja das ist vielleicht es war nicht nass dadurch war ein sehr geiler geruch von der straße also vom gras und alles aber perfekt dazu dass du wieder da bist stellen wir wieder den helfer ein für den der kartoffel ernt sich direkt durch der helfer der ist weg der kartoffel enter ist noch dabei jetzt drücken wir einfach hier auf feld 19 warten dann wäre dahin und dann bist du frei kann ich mir vorstellen das ist richtig herzlich alle zwei sekunden dahin zu fahren hey er braucht wieder was er braucht wieder was kannst du schon wieder was die ganze was anderes machen zum beispiel haben wir die pferde zum beispiel verkaufe sind absolut sinnlos also das waren die investition für mich ja ja dann wollte zule grad ausreiten und dann oh kartoffel voll oh kartoffel voll wo ist er überhaupt hingefahren ja der hat die kartoffel weggebracht nicht du der helfer ja 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 da ist das der kam mir gerade entgegen der sack er fährt so wie ich ihn eingefahren habe ein kleiner traktor gegen meine alter und ich habe eine schwere zugmaschine schickes feld hier kann man ja mal kurz ja wir haben ganz viele ach so du fragst nicht ob wir eins haben sondern fährt er echt mit dem auflieger und seinem kleinen gabelstab lasst den gabelstab da doch am ding entstehen ja noch ein teleskoplader ich brauche das aber für ein paar lieferungen teleskoplader haben wir ein teleskoplader wir haben zwei gabelstabler auf jeden fall das sehe ich jetzt gerade weil wir haben die wolle ein bisschen mal hast du die dinger gefunden ja aber ich habe keine ahnung nein das mit der scheune ist nicht richtig dafür das funktioniert so nicht und wer hat die scheune hing weil sonst kein platz mehr woanders lasst sich lasst dieses lager denn bei den schafen also als platz wenn die pferde und viecher weg sind ja das heute müssen wir so oder so da weg machen gebäude ich habe schon wieder gelesen was denn auch der kartoffel unten links ja ja lass ihn fahren wir kümmern dich nicht mehr drum er braucht erstmal ein bisschen bis er das signal losgesendet hat und so weiter ok wir haben anscheinend nichts für die heuballen und so ein scheiß es liegt alles wild auf dem feld herum wie sagen wir so wenig kühe überhaupt eine kuh geht sie wenigstens gut so in zwei geht gleich noch weiter ok zu keine angst dafür möglicherweise habe ich den wasserwagen gerade umgebracht hat irgendwie komisch gelenkt na hühner geht es euch gut naja ich muss nur trotzdem einmal im kreis fahren damit ich ihn wieder richtig da hinstellen kann ich sehe nicht Weit habe ich es raus mit dem Ding hier. Ist da Gras gewonnen? Achso! Mach die Welle! Mach die Welle! Kannst du die Klappen aufmachen? Probier mal mit X. Mit X hat vorhin auch irgendwas damit funktioniert. Kann ich mal kurz fragen? Ich könnte hier. Aber kann ich nicht. Das ist hier. Das bin ich mir kurz dran. Darf ich mal ganz kurz rein? Nein! Geh doch da ab, Mann. Ich will dich doch auf die Seite legen. Oder gerade hinlegen in dem Fall. Ja! So, zu welchem roten Wagen? Der da hinter dem Häuschen da steht? Oder was? Der hinter der Kurweite, ja. Dann muss ich den einfach rein schmeißen. Ja, hier nicht. Ich gebe jetzt erst mal ein Kippchen rein. Und danach gibt es noch was für wieder Pause von dem scheiß Kartoffelrohen. Kippchen oder Kippchen? Kipp-Kippchen. Oh, ja. Oh, ja. Chantal, wieso kriegst du hier nicht dazu, dass er eigentlich aufhört zu rauchen? Ja, ja. Ich hab da auch was vor. Du hast einen Job. Ich hab das zumindest schon gekonnt. Ich hab das mit den Menschen schon gekonnt. Ich hab das mit den ganzen Tag. Hm. Das wär mein Gerot, aber geil. Ich weiß nicht, das wird's gehört, wenn es unserer Sache da kommt. Ich hab das mit den Kippchen. Okay, wo ist die Kuhfarmen? Das ist ja schon. Ich hab das mit den Kuhfarmen. Ich hab das mit den Kuhfarmen. Wo sind die? Auf welchem Feld? Ab oder Bote. Dahinter. Ah, ist hier schon, ist hier schon. Ah, ist hier schon. Ich hab das mit den Kuhfarmen. Ich hab das mit den Kuhfarmen. Ich hab das mit den Kuhfarmen. Was sagt ein Kuhfarmen? Ich hab das mit den Kuhfarmen. Hast du keine Kuhfarmen? Hast du es mit den Kuhfarmen? Da kannst du dich nicht verstehen, aber noch ein. Auch beide rein dürfen. Wirklich wahr? Ja, mach mal. Ein Mischverhältnis. Das ist das. Ja, hink doch. Einfach oben rein lassen. Ja, einfach oben rein lassen. ich habe nichts gemacht dieser bein wird nicht unterstützt dieser bein wird nicht unterstützt verkehre bein an heute Ja, schon Stroh rein eigentlich. Warum gibt es Stroh? Legt es vielleicht darum, weil das Ding vielleicht komplett voll ist? Ja, können wir wirklich sein. Ja? Ja. Gut. Das ist absoluter Krampf. Bitte schön. Halt die Schnurzel. Der geht super. Joshua. Joshua. Ja, ich will mal kurz was probieren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey, ich will mal bitte mein Wassertrisch da stehen. Ja. Weil meine Küche lässt du auch auf die Weile. Ich will auch verheißen. Probier es mit dem Gabelstapel mitzunehmen. Wieso so gehen? Weil hier irgendwo der Kurs drauf gestanden. Mhm. Ja, hier haben wir ja nicht. 45. Ah. Ne, ich habe das. Falsche Taste zurück. Hups. Ach Mann ey. Ja, das schlägt werden. Ich habe Hunger. Ich lasse glaube ich erstmal was. Kurz mal. Ach ja. Falsche Pizza. Mhh. Fühlschrank. Falsche. 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 War lecker. Ja. Zu wenig. Viel zu wenig. Naja, allgemein. Die Dünner werden es viel zu klein. Bei Pia sind die aber auch ganz klein. Aber schon. Digger doch nicht bei Pia. Schäme. Witze. Witze. Witze direkt. Aber war halt auch nur ein normaler Dünner. Also von daher. Pfff. Mhh. Heuerraschner. Falsche. 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 feld 4 ernten baumwolle das lohnt sich nicht ja 31.000 ja aber dafür wie lang das kartoffel ernten für arme also schlimmer als das war schon mal geerntet so gesehen ja dann beim pressen wäre das einzige was gibt sogar einige aufgaben davon ja drei vier fünf maschinen die gleiche ist jedes zeug mal wieder machen selber dabei sind dass wir mähen können weil wir da wollen wir dann beim press machen oder wir kriegen halt damit nicht so wirklich viel geld aber das sind die einzigen sachen die noch wirklich was bringen ansonsten 15.000 noch mal baumwolle 90.000 baumwolle ja aber dann machen wir lieber die gerste aufträge und weil die maschinen haben wir ja dafür ja wir haben sogar alle maschinen dafür haben auch leute die abfahren können ja 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 ich nehme mich mal den für 16.000 an das ist erst auf feld 2 dünge haben wir auch noch ja dünge maschinen haben wir dafür soll ich die dann auch annehmen oder wenn du machen möchtest dann kannst du gerne annehmen ich mache die antwort ja ja wenn er sich jetzt eine auflieger dafür gekauft hat wir haben wir haben zwei transport dinge wir wissen alle nicht wo es ist ja also bitte ja ich auch und ich habe nichts gefunden doch ich habe gesagt ja ich habe eine frage wir wissen dass das hier in der kaste mehr besser keine offizielle ja aber es ging allgemein wegen den baustein dass man halt gelb abholt und zu rot bringt ich habe den großen hier gerade mal gewaschen na eben ja ich habe auch gedacht ich weiß nicht vor allem man muss das wasser im prinzip einfach nur auf das auto halten es wird alles von alleine sauber ja das ist so dumm ich scheide dass er nicht wirklich auch mit schlamm runter geht und sowas so dieser echte farming spaß ja ja das hat nichts zu tun ja wieso brauchst du da hinten einen traktor mit gabel auf der dinge wie heißt das zeug noch mit frontlader kannst du doch deinen roten nehmen und fertig ja dann habe ich ja dann hab ich den roten nehmen weil sie sind sie von krampf werden ich will mich noch mal an entweder was ist das vor einem von dir falsch Lieferung Lieferung rüst transportieren Stadion vom Stadion nach Campingplatz ähhhh gehen wir von den Pferdehof nach's Segewerk erstmal hier das Stadion wo haben wir Stadion bevor ich nachgucken bevor ich annehe großes Stadion Ah, dann kann ich das auch annehmen. Erstmal ein bisschen flüssig, Dunger gekauft. Ah, mega! Und ab jetzt. Womit ich hin? Im Stadion zu Camping. Dann musst du uns aber bitte auch auf den Pick-Up aufladen und dann auf den Pick-Up wieder transportieren. Ja, ja! Ich hätte es einfach nur auf den Pick-Up gepackt und wäre weggefahren. So, aber... Hast du den Pick-Up tatsächlich gesehen? Was ist das? Hast du auch schon kaputt gesagt? Ich sag, ich hab gar nichts mehr. Also ich weiß nicht, was dein Problem war dahinter, zum Teil aber... Kriegst du den Pick-Up dann wenigstens noch hoch? Ich habe den Lager mitgenommen, aber der will da jetzt nicht mehr recht. Naja, in die Lücke komme ich leider nicht. Nö, wir sind dann fertig. Fast. Auch jetzt etwas zum Rasenmähen schnell. Das wird jetzt aber nur gemietet. Das ist das dritte Mal, dass man sich, dass ihr euch jetzt Sachen zum Rasenmähen mietet. Kauft euch doch einfach so schnell Rasenmäher, Mann. Das dritte Mal nicht, ich habe mir keinen geholt. Ich hatte erst überlegt, aber habe ich das doch gelassen. Oh, ein Kuh könnte daraus erstmal Chicken Wings machen, oder? Also, er hätte ein Kuh oder 13 Kuh. Eins von beiden. Willst du ins Auto einsteigen? Warte, warte, ja. Das ist dumm, ey. Also kann man dann wenigstens zu zweit fahren, ne? Ja. Warte, 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 warte. Du stark. Boah, das war zu nett. Ich konnte mich schon in dein Auto setzen, während du rumgefahren bist. Äh. Warum wunst du jetzt dann bei uns eigentlich? So ist ja schon. Kannst du hier runterfahren? Ja, ich fahr ja schon. 25. Kann man so auf Anblick haben. Überbreite. Dann kann man so auf Wüsche da sein. Ich kann doch jetzt. Jetzt weiß ich gar nicht. Du fährst mal nicht. Boah, da- wo har jetzt- da kommt jetzt gleich dieser Berg. Ja, das ist ja schon Ich habe wohl gespann Mal gucken Ja, easy Boah, komm, stoppst das Ja, ich weiß Überweiter, du weißt doch Hat er geschafft, oder? Mega Das ist so dumm, ey Wirklich, aber dass ein Gabelstapler So viel Kraft sogar hat, das ist heftig Weißt du so So ein kleiner Traktor Hier kippt man gleich mit einer etwas größeren Schraufel Das ist aber so ein kleiner Gabelstapler Dann kann man mit dem Auto Nicht durch den riesen Traktor Ja Boah, so schön aus, ey Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig bloß Ganz vorsichtig bloß Ganz vorsichtig bloß Oh, ui Ich glaube ich einmal nämlich zu weit zur Seite Oh, oh, oh Oh, hau So, mit 30 bin ich gleich fertig Nein, nein Warte, warte, ich hebe dich auf Diesmal aber seitlich Fahre auf, ey Fahre auf, ey So, wir sind das Ja, ja Der ist ja Ich hoffe, ich bin schon von der anderen Seite wieder, ohne was das hinter mir sehen muss. Das ist Anlauf, Baba. stelle ich mal dass du genau auf dieser linie in der mitte ist diese seite könnte so passen die lenkung ist aber auch die sie mal einfach frisch gewaschen doch bloß nicht bloß nicht dreckig werden schon wieder so ein scheiß feldmann naja weil ich nicht von keiner seite richtig anfangen kann kannst du ja und zwei sogar oder eigentlich ja sollte machbar sein zu noten packe ich bei dir falls da keine zwei rauf passen pack ich bei dir eine rauf und die andere so einfach kann ich den längst greifen natürlich nicht ich krieg das sind ich krieg das sind ja okay längst kann man die nicht greifen lassen nicht irgendwas vor so richtig das ist richtig so sind keine paletten so dämlich gemacht wirklich ich bin ich bin Das ist ein bisschen hoch. Wow, es ist halt wirklich. Die Klappe. Magst du mal die Klappe einfacken? Es geht auch mal wieder da. Einfach wie es reingerutscht ist. Jetzt noch die andere. Mal gucken. Gehen wir die auch noch da raus? Kannst du festguten mit L? Ich glaube ja. Ja, ne, keine Ahnung. Gar schon meinte halt vorhin nur, dass du vorhin schon drin warst. Deswegen. Ja, alles kläre ich mir soweit. Alles kläre ich mir soweit. Ich kaufe bei dir auch. Der Albtraum von vorhin ist vorbei. Der ist nicht mehr da. Ja. Halt die Schnauze. Lotto wurde leider auch nichts draus. Ja, leider nicht. Aber eine richtige Zahl hat er. Nein. Ja, klar. Meines passt jetzt keiner. Ja, das stimmt. Nein, das stimmt. Nein, das stimmt. Nein, das stimmt. Nein, das stimmt. Warte zu nehmen. Dann probier mal zu sichern. Nein. Er hat beide genommen. Geil. Er hat aber beide genommen. Ja. Wie schnell kriegen wir das wieder rein? Wie viel Geld haben wir noch? 3,4 Millionen. Wie viel kostet die DGA? Ja. 420.000 kostet die DGA. Oh. Ja, easy. Hofer hat wenigstens geschmeckt, die Tüte. Äh, und ja. Die eine Zahl hat leider wirklich nichts gebracht. Ja. Nicht mal, wenn man die Zahl und die Superzahl hätte, hätte was gebracht. Man muss mindestens zwei Zahlen haben. Ab da, ab da geht's erst halt los. Ja, DGA. Dann streng dich mal beim nächsten Mal ein bisschen mehr an. Ja. Ja, wo geht's? Wir haben noch die BGA Nord. Wo sind wir näher dran? Wette, ja. Hier lang und in der anderen Norden. Hm? Ich bin mit der Schlafhase. Regen? Aua, das tut weh. Aua, Aua, Aua. Aua. Was machst du? Was machst du? Es wird noch schlimmer. Warum, was machst du denn? Äh, wusstest du wie man in Farming Simulator am besten Geld macht? Mhm. Das mach ich. Hm. Also ich weiß, wenn man in Farming Simulator gut Geld ausgibt. Ja, das weiß ich auch. Hab ich gerade gewiesen. Äh, ähm, irgendjemand muss... Fuck, ich hab da keinen Traktor, der... Nee, das ist jetzt. Dann hol dir noch einen Traktor. Nützlich kann ich mich ausgeben. Nee. Sehr gut. Ja. Nur wenn ich weiß, wie ich bei einer richtig heftigen Kurve um die Ecke fliege, und dann auf der Seite zu liegen, und dann wie ein kleiner Kack-Bayblade hier... Ah, nein. Ja, doch. Bayblade spielen, Bayblade Simulator. Das sieht so dumm aus. Scheiße. Also wir haben jetzt eine Biogasanlage für euch zur Info. Wir haben eine Biogasanlage, holy shit. Will wir zu oben bringen? Tja. Nein, nein, das weiß ich nicht. Hahaha. Die Menschen. War so hipster. Hm. Das sagt mir nicht. Das sagt mir nicht. Nein. Wir müssen vorm Sonnzer fahren, ey. Scheiße. Äh, Feld 21, das neben dem Shop gehört jetzt uns. Da solltet ihr jetzt nicht gleich fertig drüber fahren. Welches? 21. Oh ey. Nee, ich bin wirklich ruhig dran. Nee, ich bin wirklich ruhig dran. Nee, ich bin mal mit. Was hast du dich denn gebildet? Oh, den Betrieb kenn ich, das ist ein fantastischer Betrieb. Wo, 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 wo arbeitest du denn du? Bei Hohen und Silne? Digga, ohne Witz. Sofern ich selbstständig bin und wirklich irgendwie eine eigene Firma hab, Digga, Hohen und Silne. Und dann kommt sowieso die, die eigenen Kinder einfach. Genau. Familienbetrieb. Naja, Tochterunternehmen ist dann nur eine Tochter. Der, dazu wollte jetzt zuerst einen eigenen, ähm, Dings haben. Hatte ich auch noch gesagt, okay, eigene Veranstaltungen und Hechter. Moin. Fährt sie doch mit'n kleinen Gabelstab, glaube ich, Digga. Ich hab sogar gewöhnt. Das hör ich in der Entfernung nicht. Oh, fuck die Legs, oh shit. Holy fuck. Wir haben wieder richtig reingeschöppert. Ehrlich, glaube ich, dann teile ich mir das mal zu. Hast du den schon weggebracht denn? Ähm. Ich geh mir grad wieder an. Hm. Ich glaube... Sie wurde gemäht. Ja, anscheinend richtig. Ja, ich weiß nicht, warum nur Teile davon gemäht werden. Vielleicht, weil die Idioten drüber gefahren sind und das Blatt gefahren haben. Damit meine ich jetzt niemanden von mir. Ja. Alter, warum? Was ist los mit dem Stulei? Was denn? Stulei? Das Gras, das ich mähe, wird gerade nicht mal gemäht. Ja, was soll ich da jetzt machen? Ich kauf dir einen besseren PC. Gib mir das Geld dafür, du Hund. Hallo. Ja? Ja? Wir kriegen jemanden von meiner Eier auch mit der Internet in den Schrei gefahren. Also wer mal das? Äh. 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 Ja, na so. Ich nicht? Äh. Transport. Flusslassen. Chantelle hat sich kein GPS für den Traktor gekauft. Oho. Ich bin fertig mit meiner Arbeit. So, wo war noch Lieferung? Pferdehof. Ach so, der Dienstag hat Pferdehof nach See gewählt. Pferdehof. Wo bist du? Pferdehof, wo bist du? Pferdehof, wo bist du? Pferdehof, wo bist du? Pferdehof. Wo ist denn der Pferdehof? Wo waren denn noch mal? Pferdehof. Pferdehof. Weiß ich nicht. Pferdehof. Weiß ich nicht. Pferdehof. Pferdehof. Ach da. Ja, ich sehe schon wo das ist. Das ist da beim Mischfutter da drunter. Bei den, neben der 13. Pferdehof. 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 Ja. Pferdehof. Ja. Pferdehof. Unterfutterfabrik Mischfutterfabrik Aber auch die... Jaja, das ist... Das ist genau die Händler, das ist gerade überhaupt keine Ahnung So, nur zu... Was muss jetzt nächstes gemacht werden? Gerade muss Gas gemächt werden Sorry, ich hab versucht unten durchzufahren Müsste aber eigentlich passen Ich kann wieder Spiele von anderen spielen Mama! Alter! Gehen wir aus dem Weg Scheiß Gabelstoppe Auf Feld 21 muss so gemäht werden Auf 21 auch Dann hab ich doch gefragt, ob 21 Ja, ich gemähte doch schon Rasen Das ist unser Feld Die meiner haben unsere halb gemäht, ja? Und dann würden wir den Scheiß hinterlassen, ja? Ja Ich sammle gleich alles auf einmal auf Es bringt nichts jetzt Und dein kleines Ding ins da reinzufahren dafür Und ich brauche einen Gabelstoppe Einen halt am besten weiter platt Ich hab echt keine Ahnung, warum es da sonst so scheiß abliefert Ich hab echt keine Ahnung, warum es da sonst so scheiß abliefert Die Gabelstoppe Die Gabelstoppe Die Gabelstoppe Weil ich fahr jetzt mit dem zum Jörschirm Und dann bei den Müller das Futter einfach so zu sein Wenn du noch was hast Wenn du noch was hast Und dann bei den Müller das Futter einfach so zu sein Und dann bei den Müller das Futter Einmal mit einer Schaufel Aufnehmen und du mir deine Müller packen Was ist denn eine Schaufel? Was ist denn eine Schaufel? Ähm Ich hab jetzt mal eine Schaufel BischTON Ah Bisch, mach halt jetzt nicht ne 16 und 21 gehört uns 19 also grün angezeigt ja das ist eine aufgabe also das ist eine aufgabe so mit den gabelstabeln soll ich jetzt was machen ich stehe da schon ja hier kann man ein Pferd spielen Und wo soll ich das Ding hinpacken? Er war daneben oder? Was? Nein, du sagst daneben, ich würd's daneben hier machen. Ja, aber nicht so daneben. So, dass wir da gleich mit der Schrauben lang machen. Sie ist unten. Guck mal. Unten noch Boden ist vielleicht so. Ja. Ja. Ja und? Was? Kommst du von vorne direkt ran? Wo ist das Problem? Es sah halt so aus, wenn du das Ding hinpacken wolltest. Nein, wollte ich nicht. Ich wollt's daneben hinpacken. Einfach mal ne Runde chillen. Nein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es noch nicht. Ja, das verwirrt mich. Bei GTA zum Beispiel ist immer, du lenkst und der lenkt direkt zurück. Und hier muss man immer wieder gegen lenken und sowas. Das ist halt Simulator. Ja. 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 Jetzt einfach so ein bisschen Schustuch. Ja. Oh, okay. Und jetzt haben wir die zweite Kiste. Ich kann schon wieder die Autopartner. Okay. Und wo hast du hier noch einen Frontlader? Oh Gott. Oh Gott. Oh. 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 Du suchst ja gerade nach Aufgaben. Ich muss es mal. Oh. 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 Ich lass die Ware fallen. Ich hab heute gesehen, wie ab und zu Gras geschmuggelt wird in Wassermelonen. Dass sie da Gras wirklich so in Sortierhäuter und sowas einmachen und danach so eine ausgehölte Wassermelonen oder so. Das fand ich favorierend. Und dann Mangos oder? Mangos habe ich noch nicht gesehen, aber das mit Wassermelonen, das war schon ein richtig krasser Schritt. Man kann in den Frontlader keinen verkackten GPS machen. Wieso? Wie willst du einen Frontlader einen GPS machen? Das ist ein Aufsatz für einen Traktor. Wie ist das? Außerdem wieso solltest du GPS für einen Frontlader brauchen? Ja ja, da man sich einfach nur ein 3 drücken kann und gegenlenken muss. Ja, aber du brauchst GPS eben, um nicht zu lenken. Also du machst mit dem Frontlader ja keine Feldarbeit, sondern du stapelst was oder sonstiges. Ich drücke auf die ganze M. Also 19 wird uns nicht. Nein. Wenn du gleich wieder fragst, warum blinkt das Grün dann auf. Nein, weil es natürlich. Wollen wir den Feldfahrer da drauf nicht behen, das ist okay. Ein Feldfahrer. Das ist der Typ, der abfetscht. Wie wird der Geld nicht getragen? Ja, ist das schon. Boah. Na, Teiler sehen. Oh, scheiße. So wie ist er ja schon an der Seite? Das ist wie meinst du hier wahrscheinlich? In echt kann ich das besser. Noch ganz besser an der Seite zugehauen oder was? Ja. Aber dann kommt mir wieder hin. nicht auf die von der ab den dingen desto gekauft habe ich gemerkt das habe ich aber auch gemerkt das playstation oder so darf ich mir sachen gekauft also so dieses wo man die schippe machen kann oder gabeln oder oder sowas und dann wollte ich das ja die ganze hermann der hat mir nicht angezeigt dass ich sage ich hab doch von der gleichen marke gekauft was wollte denn von mir dass mich das einfach daran machen wir sind der groß traktor der von frontlager ganz mittelgroße traktoren nehmen ist egal welchen wir haben hier ein deswegen du kannst ihn gerne haben dann nehme ich einen anderen traktor wenn du benutzt doch gerade einen oder nicht ja aber dann ist ja kein neun kaufen ja aber was wir haben haben wir oder nicht also wenn du mir jetzt sagt ich kann ihn auch fürs erste mieten wobei wir haben einen der 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 frontlager aufbauen der dem man nicht schlafen kann genau benutze ich gerade dann kann ich dir aber abgeben ich schließe mal ein paar sachen für euch ab und dienst leistungs umsatz haben beim ersten kohle muss nur sagen dass du jetzt dann raus alles gut ja stadion und wieder auf bekämpfen stadion 34.000 zu feld 12 ich fühlt einfach überall gabestapel einfach weil einer ist 12 ernten gersten ja natürlich die vertrag brauchen wir verrabsen opfer spezielles nennen da brauchst du das was mal mehr weg also nicht das was wir vermeiden sowas brauchen sondern das andere besteht aber wir uns auch auf den hof brauchst du jetzt auch nicht kaufen ja alles gut wir können es ja nicht parallel nutzen nimmst einfach mit und kannst du schon mal auf feld 12 anfangen muss schauen dass das düngern sie also dass das düngen sich auch lohnt weil wenn so ein 2000 liter dünger 3200 kosten wir für den auftrag und 3000 bekommen lohnt sich gar nicht der auftrag in der zahl 17.000 dann war es okay also keine sorge ich habe das schon witzig zwar trotzdem nicht so wirklich lohnen weil du wirst 34 stück kaufen müssen aber mein ding ist schon also mein düngwagen ist bei 90 prozent der ist noch voll der steigt einfach in den feitschneiden da können wir dann mit gülle düngen wenn stand als kühl genug produziert haben also mal mehr kühl kaufen und die mehr produzieren also ich sehe hier in den fahrspuren das schon irgendwie will jemand über die 21 drüber gebrettert ist ich bin vor der 27 an der straße lang gefahren also hinter zwischen 21 und 27 einfach so quer tue ich kann aber auch sein dass man früher ist vielleicht weiß ich nicht ich sehe es nur halt weil ich jetzt auf dieser seite des feldes angekommen bin da machen keine früchte kaputt deswegen würde man das leider nicht sehen also die können quer durchs feld fahren die machen nichts kaputt bei denen ist es deaktiviert weil helfe einfach dumm sind und so es gibt auch noch Dollar die Che cosa ist die Chega ab und da ist es die Chega ab und da weil man das nicht k sending die Beziehung der Große an den Rundleisch zu machen die Chega ab und bin die Chega ab und die Chega ab und die Chega ab und die Chega ab und das die Chega ab ist ... ... ja klar die paletten sind ja wir kennen auch nicht 10 euro-paletten sondern nur irgendwelche bill und dinger selbstgebracht wahrscheinlich mit der gabe reingefahren ich will das jetzt mal von der seite zum abladen mache ich ja eben mit anlauf dass es so wegrutscht einfach ich habe das gibt wenigstens ein paar viele millionen tonen gras mit der bga kann 100.000 am tag machen indem man sie befüllt das sind fünf minuten arbeit die man aber erst mal gras in den silage verwandelt hat dadurch dass ich sie bga 400 noch was gekostet hat müssen wir halt erst mal fünf tage sie befüllen damit sie sich rentiert hat danach noch für das feld drei tage und dann sind wir so gesehen auf null 700.000 so Wo wollt ihr euren Scheiß hin haben? Hier. Ah, meine Maus ist leer, meine Maus liegt leer gerade. Ja, ganz sicher. Das einzige was mich gerade ein bisschen abfuckt sind die Vibrationen von meinem Handy. Aber die Vibrationen vom Nachbarn? Nein, diesmal sind es meine. Ich mach mir kurz mal noch mal was zu essen. Ja, bis gleich. So, was geht los? Wie komm ich das heute auch nicht mehr mit? Jo, mal gucken. Nein, falsch. Du bist noch am Farmen. Passt. Eine Karte. Nice. Nächste Bestellung. Das war nämlich auch eine der Benachrichtigungen. Reddit ein paar Mal. Dann Gmail. Das der Typ jetzt bestellt hat. Ja, schön Digga, dass du bestellt hast. Wir machen den Scheiß jetzt trotzdem nicht fertig. Ich darf schön warten müssen morgen. was dann am Kunden Dienst. Hm? Was nennt man Kunden Dienst? Digga, ist es Sonntag. ja also amazon ich bin nicht immer ich bin nicht mein unternehmen ich bin ein privatperson das heißt wenn wir die haben verständnis oder wenn ich ins kieler person darfst du sogar sonntags arbeiten als unternehmen darf ich ich weiß aber ich will nicht das einzige was wir jetzt machen könnten wir halt das hast du schon mal auf den brief schreiben heute ich jetzt nicht dazu bringen jetzt irgendwas hier machen zu müssen die karte aussuchen das ist nicht mal eine minute das ist alles fresh gepackt sieht man ganz leicht da in dem koffer drinnen alle karten was sieht mega funny aus das spiel oder mein outfit also von daher das ist jetzt für mich keine großartige arbeit am ende wegen der komischen dinge hinter dir was für der komischen ding hinter mir dem straßenlaternen ding straßenlaternen ding der ganzen baustellen stellen aber das sind nicht nur gestellt das ist eine wahlkirche wo willst du denn ich was zuerst machen und bist jetzt wieder da ja mein outfit beste leben von panda ich habe extra dieses christ wieder angemacht damit ich danke danke sei jetzt auch wenn ich jetzt dann natürlich nicht nach hinten lehne oder so dann hört man es nicht so aber sehr nett dass du da wachsicht auf uns nimmst weil du weißt dass keiner von uns hören will wie du deine chips fährst das wird glaube ich aber krank jungen lass mal vorhin als ich mir eine kippe gemacht habe ich bin raus ich höre david nur schmatzen ich so junge hör auf mit der scheiße zirka ein bis zwei meter und platz zwischen uns gewesen und ich höre ihn einfach schmatzen und ich denke mir so junge was stimmt nicht mit dir – so jetzt klatsch nicht dagegen ja jetzt klatsch nicht dagegen – sehr chaxe moment wenn da bei einer fast leeren Chipshütte einfach nur noch Krümmel drin sind, statt so diese großen. Oh, aber ist tüft, tüft. Ähm, magst du mir mal kurz die Taschenücher geben? Schon wieder Zeit? Nee, warte. Joshua, guck mal in die Cam. Nimm dir eins. Guck mal in die Cam und nimm dir eins. Guck mal, sogar extra Service. Sogar mit rausgebracht. Die ist mal mit rausgebracht, die ich gar nicht kriege. Ist ja was neu ist, dass ich ein Hurensohn bin, ich glaub nicht, ne? Erstmal den Move hat als erstes Lea gebracht, ja. Ja, ja, richtig, aber sie war halt vor dir direkt. Ich muss halt nehmen, Digga, was mit Mario Bart, halt in die Schnauze. Wenn ich Witze erzähle, Witze, dann lachen Menschen wenigstens drüber. Mario Bart ist einfach nur bezahlt. Der Hurengrund verdient auch noch Geld damit, Mann. Willst du, willst du, willst du, willst du, willst du, willst du, willst du. Kennst du, kennst du, kennst du, kennst du, äh, schnauze, Mann. Pass auf, ist wirklich passiert, ist wirklich passiert, pass auf. Ja, Digga, und wenn du es jetzt noch dreimal sagst, dass es wirklich passiert ist, glaube ich es ja auch wirklich. Vor allem so fünf Minuten später ist die Story einfach immer noch nicht angefangen zu erzählen. Ja, man, mir wird gerade mega warm. Darfst du mich entblößen? Darf ich nicht, Digga. Schade. Sonst fickt mich Twitch. Ist doch kurz die Tastentücher. Na, wieso? Das ist für mich nicht so schlimm. Wieso? Also kannst du die Tastentücher gerne bei dir behalten. Okay, behältig. Ach, hier sind sie ja. Ja, ich hab's gegessen. War lecker? Ja, Mann. Mega. Saft in der Küche. Saft, ja. Saft. Ja, wir haben ja. Ach, schon fertig, der Bastard. Felt 15. Ich hab das in der Küche. Aber lag das in der Küche. Außer kotzt von Juli. Na. Ja. Ich hab bloß euch da anständiger anfahren können. Juli Reinigendorf hat am meisten Inzidenzwert. Ja, 103,6. Nice, Digger. Wenigstens etwas, wo wir die Besten sind. Was? Ja, ist da ein Grund zu feiern, oder nicht? Ja. Ja, also, das Problem. Zweiter Platz nach Köln. Ritter Platz, Mitte. Reinigendorf erster Platz, what the fuck? Ja. Naja. Wahrscheinlich auch nur, weil alle so dicht besiegelt sind. Ja, aber auch. Wohnerzeit. Versuch mal, hier einfach mal irgendwelchen Leuten, also während du rausgehst, Leute nicht zu begegnen. Funktioniert nicht. Ja. So, egal, wo du hingehst, du siehst immer Leute. Außer du wohnst alleine und gehst von dem einen ins andere Zimmer. Dann, äh, ist was anderes. War das jetzt gerade ein Diss gegen mich? Nein. Macht nichts draus, bei mir ist es genauso. Aber das sollte noch nicht mal gegen euch sein, Mann. Das ist gut. Ist halt einfach so. Naja, okay, gut, kann auch sein. Okay, was heißt kann sein, ist halt. Naja, okay, gut, hier in dem Umkreis schon, ja. Ja, aber. Ein Center und, äh, ein, so gesehen, äh, einzelnen Laden haben wir hier so noch. Also Lidl und dann einmal das Center. Halt, das sind zwei Hauptpunkte, wo man sich halt so oder so über den Weg läuft. Irgendjemand den roten Traktor vom Shopmap genommen? Nop. Ja, ich habe das. Idiot. Meinst du, er ist eine Custom Map, ne? Hier ist ein Auftrag, der halt, das ist einfach von einem Fett Action Let's Play. Der nächste Transport von Raiffeisen, äh, von Raiffeisen, Regenstoff von Raiffeisen nach Campingplatz. Einfach Fett Action Let's Play, WTF. Das ist der Ersteller der Map, nochmal so zu empfohlen für dich. Ah, okay. Ups. Scheiße. Fertig mit jemand? Es ist halt nicht gewusst und fertig. Hm, ein Bot fertig gerade bei mir entlang. Mit dir? Mhm. Fert 15. Mit 15 fährt niemand, der auf Felt 2 fährt, er hat einen Mähbäscher. Na loin, dann sah es aus, jetzt würde er auf der Straße fahren. Ja, der ist auf Felt 2 dann. Ich bin genau auf der anderen Seite. Guck dir mal, vielleicht guckt er jetzt zurück. Nein. Nein, bitte nicht, brauchst du nicht. Ich hab gerupt. Achso. Oder soll ich wissen, dass du es wirklich ausprobierst? Digga, hallo, wir rennen hier über mich. Natürlich probiere ich das aus. Keine Sprache, der nicht so rum. Achso. Deswegen will ich auch mal eine Bank ausrauben. Kann ja sein, vielleicht komme ich damit durch. Hm. Und wenn nicht, brauche ich mir danach sowieso keine Gedanken mehr um Geld machen. Genau. Miete muss nicht bezahlt werden. Essen muss nicht bezahlt werden. So. Bezahle ich dann schon wieder alles? Hey? Warum? Wenn ich im... Ach ja. Huch. Ja, das war ja. 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 Ja, let's go. Ich glaube, ich habe alles Traktoren von Jean-Pierre anschlagt und jetzt ist, jetzt hat sie nichts was zu fahren. Und du weißt, aber schon gehört, dass du dir auch gerne so einen Pick-up kaufen kannst, ne? Ja, ich kann am Arbeiten, man. Deswegen benutze ich den... Ja, Jean-Pierre jetzt habe ich die hier Lanes gezogen, ne? Und bald sage ich die hier auch noch auf. Bald. Das war auch bald so schön. Ja, geil. Erstmal ein paar Vogel düngen, ey. Hm, geil. Was für Dinge? Vögel. Ich habe gerade Vögel gedüngt. Ah. Oh no, das sehe ich jetzt schon kommen. Das funktioniert so nicht. Ich habe schon wieder ein Vogel gedüngt. Das stimmt eigentlich, könntest du ja Helfer anheuern, ne? Für die Bombenwolle. Ja. Warum tun wir es nicht? Wie kann das du es die Kartoffeln zu holen? Helfer. Kostenlose Helfer. Ja, ja, danke. Wir werden sonst... Ja, ja. Schau mal. Oh. Der Ideal ist aufgelassen. Auf dem Weg. Echt, der kleine verfickte Kack. Rotzecke, Alter. Der mich ja penne. Also, zuck. Zack. Zack. Bueno. Musik. Amen. Let's go. Let's go. Let's go. I don't know. Let's go. 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 Vielen Dank. Oh, du hast einen Dünger gekauft. Jo, das ist auf Vorrat. 22 K. Und ich will so. So kann man wieder Batterien rein. Nein. Hat keine Batterie. Nur mit Aufladen. Wenn man da nicht automatisch ein Aufladekabel reinstecken will, wenn man sie nutzt. Ja, aber das Kabel hat Wackelkontakt. Oder der Anstecker. Natürlich ungünstig. Mhm. Du hast fast schon über den Boden Schaben so gesehen. Dann sollte er das eigentlich aufsammeln. Musst du tiefer runter. Gebt hier. 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 Ich geb dir deinen Traktor wieder zurück. Ich bin schon auf dem Weg zu denen. Deine Reifen sind ein bisschen grün, aber ja. Ja. Kann man das abwaschen. Kann man eigentlich diesen Wagen von diesem Drupelreiniger, äh Wasserbruchreiniger, kann man den eigentlich bewegen? Nein. Das sind Piste, wozu auch das sind, so ein Kürbel. Und Dekoration. Und Reifen. Dekoration. Dreck mal Alt-L bei dir, Chantal. Dreck mal Alt-L bei dir. Also Alt-Taste und die L-Taste. Mal ein Sichtnummernschild drauf machen und dann kannst du da unten ein Nummernschild eingeben. Dann hast du ein Nummernschild bei dir. Okay. Dann ist es vielleicht bei deinem Gerät nicht zur Verfügung. Dreck mal so. Indeed. Und ich krieg gar keine zusammen auf. Dreck mal sie. als ob hier schon wieder gras nachgewachsen ist holy shit ich bin hier noch am zusammensammeln wartet mal ich muss jetzt erstmal das ding ankoppeln danach muss ich wieder den ideal abtanken und danach kann ich jetzt grasen mähen also weiter rasen sammeln nicht mal mähen wie bist du denn vielleicht kann ich ja helfen 21 bin ich gerade du könntest dir mal einen traktor nehmen und einen sammelwagen holen ein ladewagen sorry im beispiel der traktor oder reicht hier auch hier vorne das ist ein traktor die war vielleicht nicht wie sie konfiguriert hat aber sehr hundertprozentig 240 den einzigen ladewagen der hier ist das ist kein ladewagen das oft gebrauchte steht am dinge bereit meinst du zünden bei der garage beim shop weil wir so ein ding noch nicht besitzen wo ist der fendt ja ich weiß dass ich ihn abtanken muss wo steht er ist so ein roter lade also so ein roter wagen ja ich seh ihn schon davon ist er was ist das für ein symbol ich kann das ding da nicht rankopfen besser dran fahren und jetzt kommst du zu feld 21 ist direkt neben dran da ist schon eher das gemäte also kannst du normalen eigentlich drauf waren ja ich zeige dir gleich was zu machen muss ja aber das geht halt jetzt nicht dadurch kaputt das ist noch frisches gras und nicht schon ernte bereit ist vielleicht sollten wir die wachstumszeit auch nicht auf schnell machen sondern auf normal oder so ok du bist ja da fällt 21 ich bin zurück so muss auch nochmal ok dann ist es trotzdem recht schnell so du siehst hier erstmal so so komische das ding hat und so na dann gibt es eine relativ hohe gras dinge sie ist ganz rechts am feld damit die hier und die kannst du jetzt mit der mitte deines war hinteren wagens aufs sammeln in dem du drückst und danach den aufsammler unten runter lässt muss ja noch runter lassen der bewegt hier unten nur was genau ja genau jetzt kannst du damit das gras aufsammeln und hinten in dein wagen packen und den hohen darfst du aufsammeln die niedrigen erstmal nicht die muss ich erst noch zusammen schürfen ok alles klar und ich fahr halt genau vor dir her und mach die dinge dafür was jetzt halt echt schwer ist weil ich nicht mehr sehe wo was ist tja oh shit und der traktor bricht sehr schnell aus wieviel von dem gras passt in die grube da rein wieviel 56.000 also jetzt nicht in meinen anhängern in die grube ach so in die grube 5 millionen ok ok das ist ja was beim shop steht ein rasenmäher aufsatz ja das war schon unsere also den bringt es nicht zurück zu geben tut mir leid für die eine schlangenlinie hier drin aber ja alles gut hier ist mein traktor ausgebrochen kannst du auch ruhig mit dem mausrat ein bisschen zurück gehen dann siehst du vielleicht mehr das einzige was ich sehe ist dass ich schon wieder fast voll bin ok wenn du voll bist dann musst du runter zur bga fahren und es da abladen fast voll ja ok 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 ich bin jetzt mal ganz eingetriegt ok ok ich bin ganz eingetriegt Okay, dann lasse ich das kurz hier stehen, dann folgt mir einfach mal wieder. Ich fahre einfach geradeaus raus. Einfach durch den Shop fahren auf die Straße, wenn du kannst. Durch den Shop, ach so, okay. Solange du einfach irgendwie auf die Straße kommst, ist es okay für mich. Wieso brauchst du noch einen Traktor Fragezeichen? Also. Geld ausgeben, du kennst auch hier schon. Er hat auch schon den roten Traktor gekauft, ey, wenn er den jetzt nochmal gekauft, dann... Ne, den hätte ich jetzt sowieso nicht gekauft. Ich hatte hier so einen gelben gekauft, einen Challenger. Freierreifen. Ja, hier musst du noch ein bisschen weiter um die Kurve fahren, oder? Oder... Wie gerne sitzt jetzt direkt da drunter, genau. Dann mal 3 Meter. Gehen wir hier um die Seite. Ich glaube es noch irgendwo einen Traktor, den ich auch kleiner benutzt. Hier ist es angekoppelt. LKW, 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 LKW. Wir brauchen so oder so noch viel mehr Traktoren, das ist leider der Gehalt. Standard Traktoren? Einfach? Nein, für die BGA brauchen wir einen mit Doppel, äh, mit Zwillingsbereifung, der relativ fair ist. Wenn man da drüber fragt, muss man da wissen. Ähm, Großtraktorfent 10, 40, also du musst auch dann die richtige Motorleistung. Ah, stopp, 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 nicht so weit wie ich. Hier rechts, genau. Dann siehst du hier diese Farsi-Lustschule, ne? Das linke und, also das links von uns. Hier lässt du das in einer Lane raus. Immer wieder fährst du da drüber und lässt es halt hier dann so in einem Strick rausfahren. Kann es auch das größere nehmen, ist mir egal. Mit STRG-I entlädst du. Du musst aber am besten erst reinfahren. Also, es entlädt hinten einfach raus. diesen Fend, aber nicht der mit der Raupe, oder? Nee, nicht der mit der Raupe. Der bringt uns ja nichts, den können wir ja nicht hier auf Zwillingsbereifung bauen. Fend, hier. Großtraktor, der, wo ist er, wo ist er? Der Fend 1000 Vario. Fend 1000 Vario. Und danach gehst du unten bei Motorführung, statt auf 10, 38, gehst du auf 10, 50. Abgeladen. Ja, genau so. Und so befüllen wir jetzt erst mal das Sieber. Dann gehst du noch auf Zwillingsbereifung. Und ja, GPS brauchen wir eigentlich nicht. Einige Reifen, Reitreifen, Zwillingsbereifung, Motorausführung, was? 10, 42? 10, 50. Reifenhersteller? 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 benutzen wir den traktor braucht den kannst du dann erstmal vorerst benutzen wenn du einen traktor brauchst du wolltest du einfach wirklichen traktor kaufen fertig ich bräuchte den eigentlich jetzt gerade die ganze zeit rüber alter das ist vielleicht mit einer klappe schlagen smart dann schauen wir das so dem roten noch die größte motor aufführung gibt und ich glaube so gekauft ohne den abzugreifen was die roten ja den roten den hast du ja gekauft den habe ich gekauft wo kann ich ihn abrufen du musst glaube ich hier reinfahren so dass wir hier stehen genau und dann kannst du hier drauf gehen und danach konfigurieren muss da reinfahren wo ich bin ja gerade schon raus halt dann den motor nehmen mit den meisten ps der maus alter der zwilg gebernauer zwilg gebernauer zwilg gebernau gut gps kannst du machen ja und das 1 jahre habe ich schon ja komm das ist auch ein gps außerdem quasi 15.000 ja zum glück aber es ist fucking no gps ey Joachim Soll ich die Krängel die Händen eigentlich auch schon einsammeln oder ja bis dahin wo der Anhänger steht Wo muss denn Fels 2 abtransportiert werden? Fels 2 ernten und bringe es zum Getreidehandel Der Getreidehandel war da oben Soll ich halt parallel noch um Fels 2 kann man deswegen Ja alles gut Deswegen frage ich hier In der Zeit auch dann also wenn ich bis dahin nicht fertig bin auch bei uns auf dem Hof da wo schon Teilscheunen stehen auch einsammeln Schau mal rechts von dir der weiße LKW gleich Ah der ja auch von dir Du hast sogar perfekt noch mit deiner Kamera geschaffen Naja also ich glaube wir müssen uns mal also ich müsste mich mal demnächst noch in meinen Fahrraum gucken Hey das ist der schnellste Fahrer den man kennt Ja wenn die Ware auch sicher ankommt okay dann sage ich nichts Ja dann habe ich nichts gesagt Einfach nur der schnellste Fahrer Mini Das bleibt gleich Ich glaube die Felder sind einfach so groß wir werden das niemals schaffen alles hier hinzubekommen Das Schlimme ist einfach mal wir haben es bisher immer noch nicht geschafft unser eigenes Feld wieder neu zu bestücken ne Oh fuck das müssen wir auch noch machen wir haben aber wenigstens die zwei Maschinen dafür Aber dafür brauchen wir auch Traktoren wir bekommen so viele Traktoren unglaublich Naja so viele Felder so viele Traktoren oder? Ja ne also allein für ein Feld also ich brauche jetzt keinen neuen Traktor weil meiner kann meine Maschine ziehen Aber den Traktor den wir gerade gekauft haben für die BGA der reicht zum Beispiel schon wieder nicht Das ist die äußerste Bahn die du ziehst also Ja ja ich weiß Jetzt nur noch das von den Äh was wollte ich noch sagen Den den wir jetzt geholt haben der Rechner für BGA und für den Rest nicht Ja äh der ist für das ziehen der Gruppe und sowas ab und zu zu schwach also nicht für alle aber für das was wir uns gekauft haben ist er zu schwach Und deswegen Wir haben noch welche für 600 Also wir haben noch welche mit 600 plus oder nicht? Ja wir haben den roten den Joshua gerade fährt und meinen grün der das Ding zieht Die können das beide Deswegen hätten wir zwei Okay dann müssen wir noch nichts neues kaufen Ich hab schon wieder vergessen dass wir den roten haben Ey man ich bin schon wieder voll Ja das geht relativ schnell hier Maus möchtest du dich endlich entscheiden ob du ich verbinden willst du oder nicht? Ey Alter ich bin nervt mit dieser Maus schon wieder wirklich Brauchen wir noch eine neue Ich hab mir ja auch letztens eine neue gekauft Ich hab letztens eigentlich eine geschenkt bekommen Aber die funktioniert einfach nicht Die von Tim Man liegt auch Funktioniert nicht? Ne die Maus die funktioniert einfach nicht Hat nicht geklickt Ah nein Wie kann man äh Ich hab mir diese diesen Rasen-Mails lustigerweise einfach mal geholt Dort Wer das dann der da rum lag Kann man denn irgendwie absenken? Ja mit V Da muss ich aber auch heran schalten mit W und mit X ausklappen Ich frage mich, warum Warum wird das auch diese an der Leiste noch nicht angezeigt? Ich verstehe es nicht Du hast zwei waren nur so Und du musst glaube ich am Anfang ein bisschen langsamer fahren weil sonst hast du mal hinten sehr viel Kannst auch rückwärts fahren nur so Ich wollte Ich steh mal vor Ich bin schon ein paar mal damit jetzt gefahren Also allgemein mit Traktoren Einmal Mit Traktoren Zweimal Ich weiß wir haben auch rückwärts gänge Wenn ich hier bin Wie kann man das Tempomat Tempomat oder sowas 3 Damit machst du ihn an und mit 1 und 2 machst du die Geschwindigkeit hoch und runter Geschwindigkeit des Tempomaten siehst du da wo das Tempomat Symbol ist und wie hoch da die Zahl ist Wie wäre ich denn das wenn wir kommen dass die zwei gleich fast nebeneinander sind Ja es kann sein dass ich sie auf und zu so scheiße hingelegt habe Ok da war es einfach noch nicht blöd da tut es mir schon leid Ja alles gut Irgendwie Ok ich sag nichts Ein neuer Porsche Nein Porsche ist noch nicht eng Doch weil du dich noch nicht daran gewöhnt hast Ok wenn der Porsche Kenner das weiß Er sagt Und das ist wer Ganz schön du Ne Was dir noch nicht aufgefallen ist Der Gärche labert ziemlich viel Scheiße Aber den eigentlichen Spruch den ich im Kopf hatte den kann ich nicht droppen Ja ich auch nicht deswegen habe ich nichts mehr gesagt Sehr gut Ist das eine Jauche Mann Ist das eine Jauche Mann Was dann Was dann Hier rumzufahren Ja ich glaube da werde ich auch nicht mehr Gas nehmen das ist einfach zu umständlich Aber ich leider muss jetzt aufgeräumt werden nachdem wir Nachdem ich so einen Sauerstall aufgesetzt habe Ja alles gut Eine Putzfrau Warum werde ich denn nicht bezahlt Weil du der Geldgeber bist Geldgeber Putze Alles Chef Hurensohn Auch noch Ich glaube muss ich spielen Ich glaube muss ich spielen Partner Aber das ist nicht so schlimm Ich habe eigentlich gedacht dass er gleich sagt das mache ich gerne aber Ja Falsche Antwort gegeben Julai Wieso ist das dasselbe oder nicht Nein Ist nicht so schlimm Und tue ich gerne ist Ein Unterschied Ja dann Wenn ich halt durchgefallen Falschbomb durchgefallen Ja So ungefähr Ist der gute Nudelstern Hey weißt du was lustiger ist als 24 25 26 Ah Nein 25 nicht 26 Spongebob und Patrick Jetzt reicht's aber Aber man sieht Spongebob ist ein idealer Schüler Aber sobald er irgendeinen Idioten neben sich hat Ist er halt ein miserabler Schüler Ja Da ist vorbei Oh Schon wieder abgeladen Ja ja ich komme gleich Ich erscheine gleich so rum Dankeschön Mich das hier gleich wieder jemand rumholt Oh Keiner rum Sieht doch eh keiner Na dann richtig Na wieso Richtig und richtig Das heißt nicht kommen Das heißt erscheinen Falsch ich sage immer erscheinen reicht mir schon Sag ich doch Das ist das selbe was ich gesagt habe Nein nein das ist nicht Das ist nicht Wir haben ein Spruch Nummer eins Halt die Schnauze Halt die Schnauze Wobei warte bevor ich sage Halt die Schnauze Meinst du jetzt das was er gesagt hat Oder das was ich sage Weil wie gesagt das ist ein Unterschied Schulde du schaffst das schon Ja da gerne halt Schnauze Ja da gerne halt Schnauze Pass auf vielleicht kommt er mit seinen öko Sprüchen Und bringt Siehst du das ist schon der Äh Shit jetzt habe ich vergesst Ah ah du sagst zu mir Du sagst zu mir also ich bring Almanns Sprüche und kommst mit Äh ja ne mein reicht auch es ist ein berg baguette ja bist du für ein köpfvogel na sei mal ruhig was berg baguette lutscher es ist ein berg baguette ich habe keine ahnung aber ich weiß also lautfarbe lutscht du sie und du sollst lieber wandern gehen wie? wo soll ich denn wandern gehen? ja weiß ich doch nicht man er hat gesagt du sollst wandern gehen Bayern Bayern gibt es noch nicht mehr Berge zumindest nicht da wo ich bin ja fast kann man da gerade auf seinen Bergen es gibt ja keine Berge und abgestimmt als nicht deutscher ja ich bin auch Bayer das ist viel besser als deutscher zu sein du bist russer die schnauze ein ist trotzdem ein besseres bundesland als fucking deutschland ich bin auch ein bundesland als deutschland das passt schon so aber es passt schon wir sind dein land und du bist ein Hohen-Sohn also halt schnauze hey jetzt also würde mich irgendwie schon interessieren wie du aussiehst ich weiß wie er aussieht ich weiß wie er aussieht ich weiß wie ein Bayer nein ich bin Russe immer noch also ihn kaufst du den russischen combat dann wähl mal deine CSU uff 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 ich hab doch gesagt die schiebe ich lieber zu euch aber die brauche ich hier nicht jetzt fängt das hier an ich also Julai zügel mal deine scheiß Mods sonst wirst du gleich bei Twitch gewonnen so an sich müsste ich sogar wirklich aber es ist einfach so eine lustige Vorstellung aber nein er sieht normal aus und nein er hat mich auch nicht in Dirndl oder so abgeholt als wir uns getroffen haben es ist halt die Hunde in Dirndl kommen und ich in der Liederhausen warte fack in Dirndl würde dir schon stehen also musst du ehrlich zugeben nein ja ach woher willst du das russische ausprobiert oder was ja da willst du eigentlich mit deinem Anhänger einfach Rasen auf? ja ich sammle da mal Gras, Digga nehm ich ja ich mähe hier nämlich auch auf unserem Feld hier wo die Pferde waren aber ich versuche hier auch gar ein bisschen Rasen zu nehmen das ist nicht so einfach irgendwie das sieht voll kacke aus ich glaub mir das Sammeln das Hauptsammeln ist was anderes hoch da war auf einmal gar die Staffel im Weg wie geht's gerade oh oh nein das kleine Stück kannst du lassen Juliette pack mir einfach in die Kühe rein mit der Schaufel und fertig macht jetzt nicht die Mühe darüber ja dann hast du dich jetzt nicht so oder so ich hab dir ein paar in der Zeit inzwischen paar neue schöne Linien gezogen kann man den hier nicht so eine Hilfsarbeit einstellen weil der Rasen mäht? naja von Rosalep ist in welchen Rasen er mähen soll bei dir ja auf dem Feld hier ja dann wird der überall rumfahren und irgendwo dagegen gefahren am Ende also wenn du richtige Felder hast dann macht es schon eher so ja was geht'n what the fuck what the fuck was passiert hier gerade mit dem Feld nebenan es wird einfach gesehen ohne dass was passiert oder ich weiß nicht einfach weg ja es wurde geerntet nicht gesät naja nicht wirklich das eine ist das andere ist das andere ist Ende ja mach das gleiche alter ja ich hasse meine älter langsam naja ich sage ich kaufe mir selber ein scheiß wasserfilter und jetzt schreibt mir mein Vater ich habe ein Wasserfilter bestellt hast du denn wasserfilter bestellt hast du denn wasserfilter auch schon gekauft? mhm was gekauft? hab du denn wasserfilter schon gekauft hast und die Antworten nagen? nein ich habe kein Geld um mir ein Wasserfilter zu kaufen die er vorhin schon gesagt hat er sitzt die Prioritäten an falschen an die falschen Ecken das stimmt echt falsche Priorität mir meine Versicherung für das Auto bezahlen zu wollen statt irgendetwas das hast du vorhin gesagt nicht ich das habe ich hier für das Spiel vielleicht gemeint das kann sein aber wie gesagt das hast du vorhin gesagt naja möchtest du Kalk saufen oder was Fabi? ich denke das mache ich jeden Tag ok ne das ist eklig Falt saufen? ja man einfach das Wasser aus der Leitung unser Wasser aus der Leitung ist so kalkhaltig eieieie ne ne das finde ich zu eklig ich hasse als wenn ich meinen Kaffee trinke das ist schwarz alles und dann kommt da so weiße Blättchen raus Öl ok wie viel Kalk ist in eurem Wasser dann bitte nicht mal bei uns also nicht mal bei uns es kommt dadurch dass das Wasser abgekocht ist und dann Kalkablagerungen unten im Wasserkoch entstehen ja das das weiß ich ja genau wenn du danach noch mal Wasser äh noch mal so gesehen raus gießt da raus dann kommen diese Flachsen da mit das weiß ich aber so ich dachte auf dem Wasser haben ne alter noch wie ehrlich ey da könnte ich ja noch nicht mal irgendwelche Nudeln machen oder sowas ohne Kalk dran zu haben auf zur Kommunion alter chill mal alter wenn ich so warte mal im Status lese auf die Bühne ne enttäusche wo ist eigentlich schon mal etwas oder so ja wo bleibt man so ja wo ist eigentlich du warst eigentlich dann der Monster stand da jungener 23 du stimmst doch vor ich hätte morgen frühdienst alter den habe ich von vorbeziehung geschenkt bekommen vor einem jahr oder zwei jahren letztes jahr nein letztes doch stimmt dieses jahr habe ich die poster bekommen ja letztes jahr monster poster nein die poste da drüben jeder die vorzügliche qualität des berliner trinkwassers jetzt und in zukunft zu sichern kontrollieren wir es permanent und an jeder stelle des trinkwasserkreislaufs im boden in den brunnen in unser wasserwerken in den ortlichen und bei den verbrauchern zu eilt haben was mich gerade hier eingeschickt der qualität nach afghanistan wir halten diese strengvorschutzen ein und unterbieten ja und was ist vor allem eine kippe ins wasserwerfer ist ja erstmal 1000 liter wasser verbraucht alter war wie ich bin ja ich habe keine ahnung ich weiß nicht wasser haben wir über unsere mehr als 2500 beobachtungsrohe dauerhaft im blick wozu fliehst du das gerade alles ist der der terrat weg noch aus dem leben dann laden wollen das schlimme ist sie sind sogar auf dem feld nebenan man kann man sehen das bleibt alles mit dem rechten zu rechten rechten mit rechten dingen zu das ist ein sprichwort nicht so dünn wie er auf das heißt auf dem ich mich vorhin bewegt habe ich mich nicht selber gebremst gehabt ohne witz es definitiv eskaliert und ich bin morgen wird gewonnen weil man so ein job kann sein weil ich bringe das vorbei ist egal derger alleine schon die richtung sage ich denn nicht ich erinnere mich nachher daran beziehungsweise ich kann sie gerne gleich schreiben und dann ist sie going welche geschwindigkeit kann man am besten mit haben welche geschwindigkeit der schnellsten einfach über brettern wir echt noch kein unterstieg dann wird der einige somit rescher kann ja nun mit maximal wenig ja du kannst mit dem wenn der an ist und runter gefahren ist kannst du mit ihm auch nur eine bestimmte geschwindigkeit fahren das ist das das kappt das spiel schon automatisch und dann kann man heute auch gefühlt gar nicht was ist denn das mal gerät sich auch da wo er ist auch heute verschieben und dann nur erst abend um 19 20 uhr hatte erst zeit ja wo waren wir ganz kurzfühlig also das war jetzt nochmal rufen absolut frechheit also jetzt mal realtalk farby und 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 nancy und alle was was haltet ihr davon so erst man plant schon zwei wochen vorher ein umzug sagte und auf einmal barbie genannt ich habe auch mit ich habe mit farby angesprochen ich habe barbie verstanden und dachte mir so naja das ist doch was ist denn das jetzt im ernst und dann auf einmal erst um 19 uhr abends zeit haben und dann gesagt nee jetzt kann ich nicht mehr fertig erstens sonntags umziehen ist schon mal kompletter schwachsinn tja wenn man kein termin ausgemacht hat dann hat man den fertig zweite chance wäre heute auch gewesen dritte chance gibt es nicht also war der umzug an sicht ja 19 uhr war eigentlich auch gestern gelegt sollte heute sein dann doch wirklich fernk ist um 19 uhr Zeit dann fahren die eine stunde nach stellen da und um 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 was um 20 uhr da zu sein um alles einzuladen halt nicht alles so vieles eine menge um denn um 23 uhr den scheiß hier hochzuschleppen bewusst mit euch es gibt sowas wie also als ich original als ich mit felix umzug mitgemacht habe da haben wir uns alle um 9 getroffen an einem samstag und waren um ich sag mal 13 mit dem ausladen fertig wir haben noch vier stunden gleich der weg war vielleicht jetzt nicht der weitesten nach nach rieselang halt 20 30 minuten fahrt oder so unsere grundzüge sind auch immer frühst damit man wenigstens um 16 oder so dann fälliges macht auch am meisten sind der autobahn je nachdem halt in dem moment da ich gerade gehört habe nach ständen erfahren der autobahn ist morgens leer was macht das typ jetzt für faxen also jetzt mal ohne scheiß links rechts stelle gestecht ihn ab klaut mir das auto und dann macht den scheiß selber er dann müssten sie erst recht umziehen verwöhnt sich dritten mal einfach gesagt nur jetzt mal ganz ehrlich bezahlen auch nichts an frank jahre das war schön er bezahlen und so und joshua du wolltest vorhin noch was sagen hast du auf mein handy geguckt ich hatte auf mein handy deswegen habe ich auch um mein gott zu lassen und jetzt weißt du warum ich dazu hätte nichts sagen würde ich glaube die wollte er auch so nicht beantworten das ist ja gerade das thema ich kann dir sagen wie der umzug läuft stoppen die zeit wird immer enger was die zeit habe ich gesagt ja ich habe jetzt nichts von halt die schnauze ich weiß dass sie für ziemlich wild sind habe ich das habe ich gehört ding ha 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 ding ist es muss ja mit ich darf vier uhr aufstehen morgen nina? nina? was? morgen haben sie? was? 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 und jetzt schon mittlerweile ich glaube auch schon so 16 bis 10 welche jager und welche jager waren leer? drei? vier? das bin ich nicht mal dumme nutte ja sorry aber ganz ehrlich was ist denn los mit dem und guck einfach mal einmal nach links dann siehst du doch was ich gerade mache ja dann guck doch einfach mal dein kopf ein bisschen nach links drehen und dann siehst du was ich mache dankeschön ich muss ja mit ach so was meinst du michael ich muss ja mit ach so was meinst du michael wow das wird ein ganz schön langer abend heute glaube ich noch brudy hol dir einfach für morgen den gelben bin ich ganz ehrlich alter ja genau mein gelbes auto? ja gelbes auto nö what the fuck hm wo muss ich die Augen aufmachen ich guck's auch hin ja was hab ich denn jetzt schon wieder gemacht es geht ja du hörst mal du hol dir einfach den gelben jetzt mal ohne scheiß man wenn der wichser dir schon so komplett von der seite deinen kompletten plan zerballert dann ist der eigentlich schon seit zwei wochen steht michael ich glaube zwei wochen steht da schon der plan war eigentlich steht also allgemein der plan steht ja schon seit ich glaube zwei monaten oder drei monaten da habe ich ja schon irgendwas gelabert von wegen ja der zuge ist bald abgefahren der enthalt da ist komplett die enthaltungsstelle und so nach dem motto hab ich ja immer gesagt ja safe hat sie gehört und hat gedacht so ja safe schluss erstmal ne und dann hatten wir ja ich glaube dann letzte woche vorletzte woche irgendwie wird maxe gequatscht und dann haben wir so 28.28.28.28.28.28. alle haben voll gehypt drauf gefreut dass man wenigstens samstag nochmal weiß ich nicht ich sag mal jetzt ein bierchen trinken kann darauf nochmal anstoßchen kann weißt du was passiert nichts nach frankfurt digga ja wow das ist ein budi wirklich und dann muss hier muss sein dennis da kommen und muss ihm dann wieder erstmal ja komm wir fahren mal zu einer automesse er hätte ja noch nicht mal sagen können so ne geht nicht weil ich eigentlich bei einem umzug den fahrer spielen muss so nicht mal nein sagen kann aber sonst kann er ja verschieben weißt du ist ja nicht wichtig wozu macht man pläne wirklich man kann das auch alles eigentlich alles auch spontan machen naja so eine spontane fahrt nach stände und zurück ich glaube so spontan wird das nicht schnell mal mit u-bahn kannst du doch direkt eine robbe mieten naja auf dem sonntag ein bisschen schwierig ja aber samstag oder freitag hattet ihr das ja geplant gehabt eigentlich das kostet mein ubermann stände oh oh ähm normales uber 198 euro wo oder da fahr ich oh in vier minuten wäre ein uber sogar da 18,28 alter das ist nicht in vier minuten nein nein in vier minuten äh 18,22 wäre dann ein standard drüben und in vier minuten würde halt dann ja ein anderes das gebiet von berlin hm ist das ein anderes gebiet von berlin nein das ist ein sachen anheit ja ja das ist sachen anheit hoch beim markeburg fangen ja minder alter äh oder uber xl ich glaube das sind leute sechs leute 241 tschüss äh 241 habe ich 91 gesagt gerade nein 41 hast du gesagt 41 und komfort 226 was gibt es noch taxi ruin uber xl guck mal nach taxi taxi ist hier nur nach strecke und dauer berechnet steht hier aber ich kann ja nochmal google maps machen er könnte ja spontan nach frankfurt er konnte ja spontan nach frankfurt einmal hin naja gut hier heute ich bin hier sind genau am 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 an an Ja, okay. Dann bin ich auch so. Entschuldigung. Ich hab grad schon von 2 nach Malle geflogen. Von 2 nach Malle geflogen. Ich baue mal entspannt. Oder? So. 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 Also ein Ride kostet 160 bis 190. Ein Taxi kostet 180 bis 220. Ein Taxi XL 190 bis 230. Ein Eco 180 bis 220. Ein Van 200 bis 250. Ist jetzt mit Freenau berechnet anscheinend. 8 Euro Rabatt auf deine ersten zwei Fahrten mit dem Boot. Moin Google. Was? Und Executed? Falls ich es absolut falsch ausgesprochen habe. Gerade 240 bis 290 hätte er. Was kostet denn Mieten? Na ja, ist ne Kind. 5 Euro Rabatt alter. Taxi Van. Ich bin jetzt schuld. Ich finde das ist ne absolute Frechheit einfach nur. Weißt du? Also. Das ist. Das ist. Das ist. Ich weiß ja nicht. Ein Sackloch. Dann kratzen oder waschen. Kratzen. Sifo oder du? Nee. Nein. Letztens ausgesin. Letztens. Ja, bevor ich zu euch gekommen bin. Einfach dieses letzten klingt so wie ja. Damals. 1938. 1938 alter. Alter. Da habe ich mit dem guten. Ähm. Ähm. Mit dem guten. Abi habe ich da. In der Dusche verbracht. Was was in die Seife fallen. Und danach du oder wie? Nee. Das Ding ist. Wer ist auch so dumm. Und hebt so dumm ne Seife auf. Wer zum Ernst. Muss einfach nur einmal in die Knie gehen. In die Hottel gehen kurz. Oder mit nem. Ich glaube mal so ne Werbung. Da hat er einfach so ne Müllgreifer genommen. Und die aufgehoben alter. Ja man. Haha. Möge. Nöge. Whoa. kriegt man die scheiß tanks voll oder entladen die sich von alleine oder diese befahrbaren tans wir müssen wir danach verdichten und zu machen für dich nun zu machen was verdichten und zusammtressen also richtig das fest wird vermutlich mal oder so machen wir mit rein und danach macht man das zu damit das ding halt zu biogas verkaufen wir über unsere biogas anlage und dadurch kriegen wir nein nein halt die schnauze ich habe nicht eine sache gesagt und er wusste direkt was ich wollte weil ich als spruch von vorhin fast geglaubt wurde ja und das von mir zusammen gefärcht mit ganz vielen anderen leuten willkommen im gefängnis gar nicht lustig ist gar nicht lustig so es war keine tolle tolle sache da aber jetzt sagte er während er sein grinsen immer fetter wird alter nun gewinnen wir zu ficken die eine von neulich zugang zu dem langen fuchs bei tschau 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 aber ich glaube das hat er noch nicht mal gehört schlimm schlimm nicht aber lustig hast du eigentlich schon helfer für die bombenwollfelder eingestellt oder immer noch nicht dass du eigentlich noch nicht aber wie die 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 funktioniert deine heizung fragt er ja die funktionieren meine frage war ja ist max immer noch dort also oder ist er fährt er heute erst wieder zurück oder warum ist er erst 19 uhr zeit wahrscheinlich wird er sich noch ein bisschen entspannen wegen der langen fahrt er ist mit dem typen angeln junge hals zum maul gestern ist er nach frankfurt gefahren heute muss er unbedingt angeln gehen hätte er sich in zwei wochen machen können oder einfach danach werden wir heute morgen um 9 oder so losgefahren wäre doch alles perfekt gewesen alter junge ganz ehrlich dann bringt es auch nichts dass er ihn seit dem kindergarten oder sonst was kennt wohnen so bleibt wohnen so ich habe aber ich muss dafür dass ich das war wach bleiben und damit ich habe gefragt für früh er war erst nur zu hause meinte er will pennen grundschule fünfte klasse ich habe ja nichts aber trotzdem mir geht es auf dem sack dass wenn ihr denn erst weiß ich zähne wie hier seid alter und dann erst mal anfangen zu schleppen weil er dann was ich wollte eigentlich schon gestern fertig sein mit allem die haben sich bis jetzt immer noch nicht gemeldet aber trotzdem hätten wir trotzdem hätte es gestern alles schon fertig sein können wir hätten freitag den transporter mieten können wir hätten samstag den holen können werden sonntag den transporter wieder abgeben können gott so schwer ist das doch gar nicht was soll ich sagen muss man hier auf der mathe sei ja verständlich gelben ohne witz vor den gelben oder ich kann mit nachher kann ich auch machen dann gehst du pennen oder so obwohl du willst ja hier pennen dann ist es eigentlich egal naja außer er geht nachher schon direkt zu dir durch und du fährst dann einfach mit ja aber du pennst halt auf meiner couch ist ja auch nicht das ding auf dem stück was da noch steht auf dem stück was im wohnzimmer steht ach man es ist so nervig wirklich ich dachte man kann sich auch immer verlackt verlachsen verlassen meintest du nicht irgendwie wenn man ihm sagt dass er um fünf uhr da vor der tür steht er hat einen schlüssel schon ich habe ihm schon schlüssel gegeben siehst du dann musst du ja noch gar nicht da sind dann kann er doch direkt zu dir fahren ja zocken auf den strand vom trennen und genießt du bist jetzt erst recht schuldein äh man das steht vor einer minuten gerade noch nachschuhe gekommen erst lecker ich stüme seit sechs stunden morgen ich schon sechs stunden ja mann ja wer hat denn noch ein führerschein digga lass es mit irgendjemand anderem einfach machen digga ich hätte meine mutter gefragt ohne scheiß aber die hat jetzt eine zehn tage woche vor sich ja fragt frage fragt frage er ist doch selbst dabei aber ich glaube in seinem kleinen opc passt da nichts rein aber doch nun sind eine riesige haufe scheiße an geschichten dazu wie wie presse ich in die scheiße zusammen rüberfahren 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 mit dem roten rüberfahren mit dem größeren schiebe schild machen uns von scheiß schiebe schild ach hier mit so einem schild vorne so wie schnee schieber beziehungsweise wie bagger die vorne haben damit benutzt du es auch im glatt zu ziehen ja moin dann bringt es also gar nicht dass ich jetzt so gerade rüberfahre moin ja darf das eigentlich auch hier in autos sind zu klein eigentlich nicht ja einfach mit einer matratze einfach oben ran schneiden wie dieser balkar von kars der auf einmal mack überholt hat im ersten teil wofür auch immer autos matratzen brauchen diese sachen wenn nicht ich frage einfach dazu ob er euch empfangen kann aha hm hm erst ein stück mal nach berlin um dann nach stendal zu fahren um dann wieder nach berlin zu fahren um dann um 23 uhr nach hause zu fahren ja und rein sind wir in berlin wie bitte? er ist um 23 uhr er ist in berlin wiggi das an der holst die sachen ab frühst du uns dann müsstest du dann ungefähr so gegen 21 uhr sein das ist ungefähr zwei und nach halft stunden entfernt vielleicht und wird dann nämlich ja schon dann ein bisschen platz vorne haben vielleicht sind ein bisschen kacke wie ne kümmerz von einer kraft war festeig und deren autos sind zu klein äh na keiner von denen irgendwie die möglichkeit auf einen etwas größeren eigentlich schon mit dem bführerschein kannst du bis 200 tonnen halt alles fahren ja die frage ist halt bloß von wo holst du das ding deswegen meine ich ja äh michael meinte doch mal ebay 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 über ebay kleinanzeilen oder so ja ja what the fuck kann jetzt kein transporter mieten hab gerade kein papa für die scheiße ich hab para für die scheiße ja ich hab mal überlegen wie ich das ganze Fleisch bezahle nächste woche das ding leer das ding ist leer ich bin ja geht dein arz verkaufen ich auch schon überlegen kannst du es mal abkoppeln ich bin ich ja noch so was ich in einladen der kommt ja nicht vorbei ich habe mich immer noch nicht gefragt wegen seinem bierpunkt hier kein eisbräcker ich bin hier nur zum spielen deutsche bank übertragung von stiftung 4900 euro aktuell als also der freut sich über 9000 hat schon immer die ganze zeit darüber noch eigentlich fahren ich habe mit schule geredet wo gibt es essen wenn sie kein essen ich habe irgendwo essen gehört ja vorhin hat Joshua gesagt haben wir nicht einen Radlader keine Ahnung wir haben die eine komische Raupe ein Radlader ist was anderes ja ja deswegen, einen direkten Radlader haben wir nicht das ist auch der schöne Motor, halt auch mal die Schnauze brauchst du den gewohnt hier? zum verdichten oder so? ich brauche einen Radlader siehst du? das ist ein kleiner Bagger nein das ist kein großer Bagger das sind trotzdem Radlader und keine Bagger Aua, das kostet so viel Geld ist egal, gebraut der Not geht da kurz in den Textdatei nein, das macht er nicht, ich habe keinen Bock du weißt du, welche lasse damit klein, jah? ja, ne? na, ich sollte das schleindischeid auch noch ausklappen Huch. Warum sieht die Musik jetzt schön aus? Werbung. Nö. Muss es auch runterfahren. Ja, wollte ich gerade dann. Dann war er dann auf Zickel gekommen. Wollen wir in den Schlafen gehen? Das schiebe ich gleich wieder rein, keine Angst. Aber schiebe jetzt erstmal von der Seite dann hoch, weil da dieser kleine Haufen ist. Eigentlich könnten wir schlafen gehen. Wir müssen erst verdichten. Dichtig mal einfach mal. Du dummer Hurensohn. Und man, ich habe das Scheißding doch extra wieder angehoben. Dämmliche Wichskrücke. Wichskrücke. Ja, Wichskrücke. Wichskrücke. der das einzige bild was schon noch zu haupt ist schicke ich nur ihnen selber das hat einen grund warum warum ich es ihm schicken weil er es gerne vergessen würde aber es ist ja geblockt für zwei tage danach jetzt mag ich dich geblockt kindergarten nicht an der mama entspannt war doch irgendwo auf whatsapp so oft ist gott habe ich ihn eh wieder angeschrieben oh was kommt denn da ein großer jewler gehen ich sag es mal so er ist auf dieses bild nicht wirklich stolz ich finde es lustig er nicht und dann habe ich dann noch andere gestalten noch auf meinem handy hast du ihn wieder gefunden ich hab sie doch letztes geschickt gehabt so ja vielleicht was so in diesem zeitpunkt auch geblockt nach meinem bild geschickt hast dann ja warst du zu dem zeitpunkt verpies dich verpies dich doch mal hier weg mensch du musst dir sauber machen nachdem du hier nicht sauber machst vor außen rum man ich wollte mit verdichten euch du gehst du die 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 ich will es auch keine frau also was soll er sauber machen sich selbst ja wahrscheinlich oder macht doch mal ordentlich her mache ich doch aus willst du denn von mir hat sich immer noch hoch vorwärts zurückwärts fahren muss auch ab und zu drehen kann man nicht gut verteilen genau so jetzt statt dass man sich denn so ein schieber noch für hinten holt es gibt nämlich einige sachen die kannst du auch vorne und hinten dran machen wir zwei so eine dinge holz dann kannst du im prinzip vor und zurück fahren einfach mal ja eigentlich ganz geil wenn das natürlich funktioniert alles ich hänge an der wand fest junger willst du mich verarschen eigentlich musst du alles hoch schieben also das muss ich alles hoch schieben ok alles gut das ist aber hinter die halter voll Oh, nein, ja. muriel alter wer heißt bitte muriel die person die du wahrscheinlich gerade auf tinder oder auf la wu gefunden hast war nur eine arsch jo mit vorn ein kleines schubs na schade ich dachte wo Junge, warum zieht der denn immer so eine Scheiße hinter sich her? Ja, weil du vorne auf dem Schild noch ewig viel da hast und es wieder zurückziehst. Mal so. Du musst es weiter hochschieben. So, jetzt kannst du zurück. Bei mir liegt da nichts mehr. Bei mir liegt hier noch... Ok, jetzt ist es ok. Bei mir gehört uns nicht wahr? Was gehört uns nicht? Bei 3? Nein. Wow. Warte mal. Erntecke erst auf Feld 2 ab und bringe die Erzeugnisse hier zum Getreidehandel. Ja, ich habe komplett Feld 2 abgeerntet und alles. In dem Ding ist auch nichts drin. Und ich habe alles nach oben gefahren. Hä? 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 Hey, wieso? Moin. Bin ich verwirrt? Nee, der Anhänger ist leer. Als ob sie hier einen Buggy Auftrag haben. Sehr gut. Sehr gut. Na ja, gleich. Schönen. Na ja. Ok, irgendwie kriege ich die Scheiße davon und ich bin... Keine Ahnung, was da los ist. Aber jetzt wieso? Das ist schon in Ordnung. Und mehr als die ganze Zeit rüberfahren war ich jetzt nicht oder wie? Ich glaube das ist schon fertig verdichtet. I don't know. 97% ist jetzt verdichtet. Also nicht. Wie hast du den da aufgeladen? Zeig mir das mal. Ja. Warte. Also. Ich bin hier mit dem LKW eingestiegen und den kannst du ja noch ein bisschen größer machen. Ja. Dann habe ich den, setze ich den nochmal ab komplett und dann habe ich den da rausgefahren. Du hast es schon mit dem absetzen. Ich wusste nicht, ob du das weißt. Dass man da das... Ich muss mit drauf fahren vielleicht ja. Ich muss mit weg bringen. Ich bring dich gleich zur Seite man. Okay. Ja. Ich bin da um die Ecke. Ja. Digga. Komm her. So. Ich stehe jetzt schon mal, weil wir Platz fehlen. Ja. Nutzer hält mich auf. Doch nicht. Ja. Was zur hölle, hat die Greta? Gar nicht. Warum hat er jetzt seinen Traktor hergebracht? Ich habe keine Ahnung. Ich bin da rumgefahren ein bisschen. Ja. Und warum steht er jetzt hier? Wir sind uns hier nicht gehört. Ein bisschen rausfahren. Spazieren fahren oder was? einige dinge hatten jetzt gerade schon 100 prozent keine ahnung ob das jetzt durch das oder nicht man könnte direkt oben so eine scheiß verdichten wäre mir viel zu blöde und du kannst doch schnell aufhören ja ja reicht muss nur wahrscheinlich hier von dieser seite mal bitte ich kann viel zu schnell ich komm auf die scheiße hier nicht klein warum lässt du jetzt auch ich lade nicht aus ich habe den scheiß hier am rand weg gemacht man ich habe den gerade reingeholt die kohle ist manche in der jungle ich bin gut gelaunt aber irgendwie taktig ist es heute irgendwie Man plant extra nichts für den Tag, um dann zu hören zu bekommen, dass es dann erst abend irgendwann passiert. Es ist immer krass so was. Schön, dass man immer nichts planen kann. Kann man leider nicht ändern. Also auch wenn man die Schlüssel hat und alles, aber ich lerne trotzdem dabei sein. Ich will ja hier begrüßen und sowas. Ja, hast du dein Essen gemacht oder so? Hast du Alkohol vorbereitet? Alkohol? Für zwei Menschen, die kein Alkohol trinken. Achja, stimmt ja. Achja, ne, Michael trinkt nur kein Alkohol. Natti trinkt schon Alkohol. Also ich hab den Michaels Gewurzer, der hab ich auch alle dazu ein bisschen gezwungen, Alkohol zu trinken. Ich hab immer... Wir hatten so zwei Packungen Klopfer. Und ich hab dann immer so... Und? Nächste Runde oder was? Die haben mich nur angeguckt und lacht. Die haben mich nur angeguckt und lacht und haben gesagt, hey, ja, wie sie nicht. Ich werd aber bald. Ich meinst so perfekt. Vorgehen wir da. Wie gut wie immer. Außer wir hatten halt jetzt zu den zweiten Tag, wo wir jetzt vor euch waren, keine mitgebracht, weil... Kein Partner mit da war. Ja, zählen sie Klopper. Sehen sie mal ein paar Arten. So, irgendwann... Nicht einfach fahren? Ne. Und was machst du jetzt? Ich kipp das aus, was du da rein getan hast. Okay. Und dann machst du jetzt bitte das hier hinten auch noch so... Den... Den Fleck hier hinten machst du aber auch noch weg, ne? Ne. Den Fleck. Ja, da gibt's ein grüner Fleck. Den Kackstreifen. Den Kackstreifen, ne. Aber... Könnt ich das Silo jetzt nicht zumachen? Hm? Könnt ich das Silo jetzt nicht zumachen? Vielleicht muss es einfach noch ein bisschen... Dann muss es einfach vielleicht noch ein bisschen mehr rein? Es sieht ganz schön leer aus, ne? Ja. Und noch mehr rein. Das ist auch noch nicht alles von der Wiese, ne? Ach so! Ich hab mir einfach so keinen Bock mehr, den Scheiß da rein zu quetschen. Ich hab den Anhänger wieder zurückgegeben, weil ich dachte, dass schon alles da ist. Nö. Ey, jetzt mussten wir diesen riesigen Berg hier hoch. Was ist falsch mit dem Typen, ey? Wieso? Frag doch nix einmal. Einfach ob wir damit komplett fertig sind. Hat gefragt, also ist alles schon drin und du hast gesagt, ja. Ja, vom Anhänger, ja. Den Bagger hier macht was man. Den brauchst du nicht. Was? Doch, er will was richten. Er braucht ihn. Keine Sorge. Er bleibt doch mit dir. Ohhhh. Ah. Ich hab von ihm wieder raus. Okay, ich will ja da. Oh wow. Jetzt schieb drauf. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Ah, okay. Hochheben. Ist halt nicht. Was? Hochheben? Ja, du musst aber, nein, wenn du da gehst, hochheben. Das ist die Scheibe, das ist die Scheibe, das ist die Scheibe. Das ist die Scheibe, das ist die Scheibe, das ist die Scheibe. Das ist die Scheibe. Das ist die Scheibe, das ist die Scheibe. Das ist die Scheibe. Das ist die Scheibe, das ist die Scheibe. Das ist die Scheibe, das ist die Scheibe. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist jetzt gerade eine Notiz für meinen GTA Duplication Glitch, damit ich weiß, welche von beiden das Original ist. Ja, ich weiß. Witzig. Frippenficker. Frippenficker. Ja. Ja. Oh. Er hat mir eine Anfrage zum Schlafen geschickt. Ich musste sie annehmen. Schlafen. Schlafen. Anscheinend. Hm? Also ich hab's jetzt angenommen, aber ich bin immer noch hier. Ja. Ich hab's ja gesagt, ich bin gleich wieder da. Ja. 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 Ich glaub wer's selbst drauf dreht, auf jeden Fall vorbei hier. Bist du Aff eigentlich live? No. Warum nicht? Ich weiß nicht, man legt alles. Zeltes. Zeltes von Sie weiß, Josh. Oh, fuck. Konjunktur. Bei mir sieht es ungefähr so aus. Ich hab mein Pistorten-Ableed reingeschickt. Du bist unter die Map gefallen. Mega. Ja, geh raus und komm noch mal rein. Jetzt kann ich denn... Spiel abbrechen. Oder alter 4. Alter 4. Wie machen wir einen Screenshot? Alter 4. Flayer left the game. Next, man. Ja, die Benachrichtigung hab ich aber vorhin auch nochmal bekommen. Ich mach mal schnell ein Scheiß-Update installieren. Ja, von meinem Handy. Wie? Die hab ich nicht auf den... Achso, dein neuer Buch. Ein bisschen, ja. Knauset mal zurück aus. Also bei mir regnet. Vielleicht kam er ja von dir oder zieht gerade zu dir. Nee, weil... Aufgeregnet? Ich erkenne nicht, ob es regnet oder ob es geregnet hat. Es ist auf jeden Fall... Nasse Scheibenhaar ist auf jeden Fall. Guck auf den Boden. Also draußen. Nicht jetzt in deiner Wohnung. Ja, Digga. Bei dir muss ich vorsichtig sein. Ja, Digga. Es regnet. Ich hab grad im dunklen Hintergrund geguckt. Vom Nachbarn. Also im Fensterwelt. Dunkel war. Nein, es ist warm. Es war warm. Und... Ich mein so, ich bin fast auf den Garen gebrennert, ja. Ja. Geil. Also mein gefällt zu... Warum hat es so eine Heizung funktioniert? Es funktioniert so. Also aus dem Wohnzimmer ist sie ein bisschen durch, aber... Ein bisschen kaputt. Du bist so ein bisschen später, aber gut. Aber ich glaube... Ja, ja. Ich... Aber... Äh... Die Heizkörper sind noch gar nicht an. Also es ist... Noch zu kalt dafür, glaube ich. Äh... Zu kalt, Mann. Zu warm dafür. Der... Der Heiz... Ich glaube, er fragt wegen ihr. Ich denke mal, er fragt wegen ihr, ja. Weil sie so wahrscheinlich ne Frostbeule ist. Ich weiß nicht, ob sie. Ihn. Ja. Deswegen fragt er ja auch und nicht sie. Ja. So. Du bist dafür da, um die Frage zu beantworten. Ja. Die... Was du vorhin auch schon getan hast. Ja. Ah. Nächste mal eine Vorwaltung, dass du reinkommst, wäre ganz nett. Arschloch. Ja, gebe ich nicht mehr. Ich habe aber auch gerade daran überlegt. Soll ich jetzt mal was sagen? Ja. Junge, ich bin gerade auf der Karte am gucken, was meine Arbeiter so machen, weißt du? Aber wir synchronisieren Spieler. Weißt du, was sie gerade machen? Synchronisieren. Ja, ach nee. Obwohl, kann man sein, dass sie vielleicht schon weitergearbeitet haben, schon 50 Meter weiter sind. Ja, Chantal arbeitet auf Feld 34. Der Natsu fährt... Keine Ahnung wohin. Keine Ahnung wohin. Keine Ahnung. 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 Möcht. Easy. Im Okay. Im Okay. Keine Ahnung. Im�ss τους Making 준비 auftauchen. ηg ein hochstapel gabler und ein gabelstapler für den job dann bräuchte man im prinzip einen auch mit dem man die ganze zeit rumfährt leider gibt es ja keine lkw wo du die hinten rein schieben kannst oder wenn es vor ort wo man was abholt und darf einfach zur verfügung gestellt bekommt nein gibt es ja auch nicht das wäre glaube ich ein bisschen zu einfach da muss man halt mit 25 cent die minute muss man dann halt oder wie das eine spiel oder die zwei spiele in dem fall da keine namen bitte ich kaste sonst aus das ist bei ihm nicht vorhanden ich bin gerade am überlegen was ich mache man kannst davon träumen und soviel schaffst du nicht um das zu bezahlen ich bin jetzt ausgewichen ja so eine dumme situation hatte ich noch nie was ist hier passiert erwarte ich ach so ja so übrigens ich komme ja auch nicht weg ich hänge hier fest besser bis sechs ich bin nie ich bin aires der äh und runtergefahren. Ich bin sogar noch nach hinten gefahren. Okay, aber man darf hier nicht so schnell rausfahren, sonst... Oh, fuck! Kriegen wir hin, Jungs. Kriegen wir hin, ne mal mit der Ruhe, Jungs. Ich war runtergefahren. Hier ist ein Fluss. Das wäre nicht gut, Jungs. Junge, ich bin rübergefahren. Ich bin fucking Jesus im LKW. Komm schon, komm schon. Yo, Jungs, also ich habe das Spiel durchgespielt, ne? Du hast es durchgespielt? Ja. Ich habe keine... Du musst den LKW dafür einfahren, dass er zum Getreidehandel fährt und danach wieder zum Fetz fährt. Das wird gleich mein Job sein. Deswegen, wenn du ihn zum Getreidehandel oder irgendwo dahin fahren könntest, wäre es cool zu nehmen. Ich bin auf einer Getreidehandel. Getreidehandel da oben. So, LKW safe. Ja, schon machen wir mal die Plattform ein bisschen größer. Dann schiebe ich dich einfach gleich von hinten an. Junge, warum setzt du nur den Tempomat auf 9? Weil... Von wem dann? Du kommst doch nicht hoch. Oh. Jetzt hier rausfahren. Kurz in die Tankestelle fahren, haben wir Bock drauf? Ja, aber in echt. Ja, man. Ich hab keine Auto. Ich werde verstehen. Ich will hier erstmal hochkommen, ganz normal. Ich geh jetzt auf. Du musst die Plattform noch ein bisschen größer? Okay. Junge, ernsthaft, Mann. Das kann ich wieder kleiner machen. Wow! Das war zu eng. Ich glaube auch. Ich glaube, ich stelle mich hier mal kurz an. Ich baue mal kurz die Straße hier. Damit ich hier mal gerade stehe. Jetzt machst du sie noch ein bisschen wieder größer. So. Was ist los mit dir? Fahr doch doch. So. So. Dann kannst du dich kurz mal ein bisschen positionieren. So, und jetzt mach's bitte nicht wieder zu hängen. Schieb. Ja. Weiter. 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 So. So würde ich es lassen. So einfach? Ja, so würde ich es lassen. Weil vorhin ist das Ding in die Luft katapultiert worden. Judah ist das zuhin gemacht. Ungefähr, warte. Wo ist der LKW? Der ist mit dem Getreidehandel. Steht da. Ah, okay. Der steht direkt drauf. Und falsch rum. So, jetzt ist er eingeklemmt auch ein bisschen, glaube ich. Ja, alles gut. Auch wenn ich mir die Hälfte verstanden habe, aber ich habe das Dank gehört. Alles gut. Ich habe gesagt, falsch rum. Ja, das ist doch egal. Es gibt kein falsch rum. Ja, so wie ich den Kurs einfahren möchte schon. Dann fährst du ihn halt anders ein. Ja, ich bin nicht. Irgendwann, ich bin nicht. Du hast du aber noch nie gefunden. Ja. Aber ich bin nicht mehr von Jesus Christus. Und das ist ein Specht. Nein, ein Schwatz. Nein, ein Spast. Nein, ein Spast. Nein, ein Spast, Junge. Ein Spast? Ein Hurensohn? Ja, das sowieso. Aber so ein Vogel, der mit seinem Schnabel ging, ist super. Das sind Spechte. Spechte. Spechte ist schon richtig gewesen. ich glaube ich gehe unser feld hinten fliegen weißt du dann eigentlich schon was wir da sehen wollen oder wir können meist machen irgendein normale getreide so was wie sojabohnen irgendeine normale getreide so was wie sojabohnen warum rede ich so dass der grüne fendt kann ich den noch für nehmen oder hat auch nicht genug kraft der hier hinten in der garage steht der hat sehr viel ich bin so ein maler facken kostet wie kommt zu der einsicht mein magen also ich spüre dass ich mir erst mal eine halbe stunde auf dem bauern also auch gleich dünger mit rein machen deswegen dann ist es auch gleich gedüngt da muss ich jetzt erst mal zum shop fahren musst du so oder so für saatgut ich muss zum shopping sollten und ich war vergessen ein schon wieder fest du musst den step row rufen vielleicht es hilft dir die 588 die uns geld gibt für eier was passiert hier oder Warte mal, die Düngemaschine ist ja die vorne. Ne, Sähmaschine. Saatheer. Ist das beides nicht die Saatmaschine oder ist da auch eine Düngemaschine dabei? Hinten kommt das Saat, also es gibt den Anhänger hinten, da kommt das Dünge und Dingens, das Düngemittel und das Saatgut rein. Und vorne macht das beides gleichzeitig. Aber ich kann ja nicht relogen, Mann. Ich weiß noch nicht mal, was du gerade überhaupt machst. Ja, Dünge eigentlich rein. Getreideanwölz, so. Dann gehe ich hier kurz in den Drescher, ich muss das kurz hier alles noch fertig einrichten. Sag ihm, hey, ich bin für zwölf Warten, und dann passt das schon. Und ich weiß, was Reichweite. Hey, was machst du denn? Wie hast du das überhaupt geklappt? Reichweite checken. Das ist Flüssigdünger, da kann kein Flüssigdünger rein. Was heißt, ich muss den von das Zuhause nehmen. Nein, du musst Mineraldünger nehmen. Okay, dann hole ich jetzt ein paar Mal Mineraldünger. Paletten. Ich habe 25 Tonnen von meine Gülle von Katja. Ja, Gülle kann man ja nicht nutzen dafür. Gülle kann man nur in Güllefässern nutzen. Wenn mir hier überall Flüssigdünger rumstehen. Wo ist dieser scheiß LKW? Ich mache es einfach noch einfacher. Mineraldünger, hier. So, und dann Saatgut meintest du. Oh Mann, hier ist zwei da oben. Wieso fährst du eigentlich falsch rum? Warum fährst du falsch rum? 1, 8, 7. Oh, und gewinnt sogar noch. So fährt noch das Ding. Frau schön, ihr beiden, ihr schafft das. Ich schätze es aber auch drauf. Aber ich will dafür personagem. Sie haben es geschafft. Das ist mein Problem. Oh will ich gar nicht bescheuen? Oh, das ist mein Problem. Oh, das muss unendlich sein. Der Motor ist einfach zu sehen, oder? da passt viel rein du musst du kannst das vordere erstmal absatteln diese maschine selbst ja ja geht auch so weiter ich sehe was du hier gerade geht doch so nur an einigen stellen bist du wenn ich den scheiß mit mir ja warte mal so so nein hast du es auch wieder wangenommen so verpiss dich ich möchte diese frage ohne mann ansatz nicht beantworten danke hallo hallo kühe ich glaube das ist auf Klo haben wir Schafe oder haben wir keine Schafe mehr Schafe haben wir so kommen wir schon, kommen wir schon, kommen wir schon ja nein 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 So was das gefühlig weiß ist. Fickt euch beide. Wieso brauchst du denn jetzt einen Gabelstapler? Jetzt haben wir keine zwei mehr. Warum? Weil der eine beim Shop steht. Und beim Shop auch ständig Gabelstapler braucht. Eigentlich hat man hier die Frontlade auf den Traktoren. Der hat aber keinen. Du kannst ihn gleich haben. Ich muss nur das ganze Zeug da drauf schieben. Warum lädst du die Scheiße denn nicht auf? Alter willst du mich gerade komplett ficken oder was? Geht doch. Ja. 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 Das wäre eigentlich eine Idee. Ja. 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 Ich hab noch riesiges Ding gehört. Das hat nicht geklappt. jetzt hab ich geklappt jetzt mal tue ich gar nicht bei mir hört man das wenn ich anfangen würde zu lachen dann wird meine stimme immer so höher oder sowas und ab und zu fängst du auch an zu quietschen das ist immer ganz lustig ich habe sie möglicherweise also möglicherweise keine regale hin aber ich habe sie trotzdem gestellt hier auch halt noch so heu und regale hingestellt damit wir das so ab kapseln können dass man hier reinfahren kann wie in so einen lagerraum aber das ging nicht das ist ein gar bestapel zu haben ja ok ich mach mal dann die andere sehmaschine ah ne warte wir müssen noch Felder ernten da kommt jeder krabbel anruf wir können kein raps an wir haben kein schneidwerk frei so länger ich habe die scheiß jetzt direkt auf die kralle gelegt na jetzt geht's wie voll ist das ding? nicht mal hälfte glaube ich oh was ist das denn ist das denn! das ist das denn! was ist das denn? was ist das denn? ding mit dem rohr was passiert wir sitzen in dem scheiß ding gerade drinnen ich befülle gerade das kackding aber okay wie war nun mal ein schild? alt und ell? genau alt und ell also noch mehr kaufen wir sind bei dünger 61 prozent aber dünger holy shit ich habe zehn dinger davon geholt ja ich weiß dinger hast du zehn stück geholt sagt gut auch wollt ihr was soll ich hier rauflagern auf meinem sollst du irgendwas mitnehmen? nein hey cool dann erfick dich haben wir die lieferaufträge wieder? zwei stück gibt es glaube ich gerade was passiert? konsportieren die wirtschaften ja ne baumwolle der auftrag ist schon etwas länger da aber nachzumann machen wir nicht ja sehr gut dazu sehr gut weiter so ich glaube an dich yeah yeah check the ass von mir oh yeah geil 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 machen wir mal 10.000 saatgut kaufen von hier ja noch mal zu mir das machst du ja auch nie jetzt weißt du was du zu ihr sagen sollst schon ein wenn sie es machen ich habe vergessen dass du mir was fährst chill mal junge nein habe ich nicht außerdem habe ich das nicht zu Nazis Charakter gesagt sondern eher zu dem Anhänger den er hinten drauf hatte ja bitte killen sie sag mal hm sag mal reichen sie ja ja hast du die Taschen wieder dabei liebe das ist eine Edeine das ist eine Edeine nein du sollst nicht komplett weg gehen diese Maschine braucht gefühlt oder ne? also das ist was ich nicht besitze und danke dafür kannst du nicht einfach da bleiben und ich schieb von hier einfach alle der Reihe nach zu dir? kannst du? kannst du? kannst du? genau aha schieb? nicht sicher 8% kommen dann nach meinen Stoff. Sofort. So gut ist auf der anderen Seite von dir, oder? Ja, es funktioniert trotzdem. Irgendwas zum Erden, was man erden kann? Ja. Bogenwolle. Nein, wir haben noch Feld Nummer... Feld Nummer 5 kann noch geändert werden. Feld Nummer 5? Ja. Was ist Feld Nummer 5? Was ist erlaubt? Da ist Raps drauf. Wie erntet man das? Also mit einem Mähdrescher? Mit einem Mähdrescher und einem Schneidwerk. Haben wir einen Mähdrescher wo das passende Schneidwerk schon drauf ist? Wir haben einen Mähdrescher, aber wir haben kein Schneidwerk mehr frei. Hier den Pen, ideal, 9p. Genau, das ist der Mähdrescher. Wie steht das Tor auf? Ah, linke Maustaste. Mach halt das falsche Tor auf. Ich hab schon voll. Ja. Ja. Hättest du vorher sagen müssen. Ich muss noch die Preise hier nicht verkaufen. Hm. Hallo, Tora. Wird's nicht aufgehen? Ah, jetzt so. Hier, ja. Dazu, warum sehe ich hier eigentlich bei dir noch, dass du hier rumläufst? Wie meinst du das? Du bist im Traktor und ich sehe hier aber noch dich rumlaufen. Vielleicht bin ich gar nicht im Traktor. Nein. Nein. Aaaaaaah. Es tut mir leid, es hat sich georgen, Alter. Es tut mir leid, es hat sich georgen. schneidewerk kaufen ich weiß nicht was es sein soll der gleiche schickt vielleicht los und dann habe ich gerade pausenbrot gemacht gerade fast ein unfall gebaut oder ich habe es gesehen man alles in einem kühlschrank im traktor der ist unter dem beifahrer sitzt links ja dann können wir gleich schneidewerk dazu kaufen ich möchte jetzt raps ernten raps war das oder genau das deutsch grün oder welches grün hast du mir genommen ich glaube deutsche hänger ja da kommt das schneidewerk drauf und das schneide jetzt hier jetzt muss ich das einfach noch aufsetzen und auf den anhänger packen war genau du musst aber für hier in dem fall auf den anhängen auf die andere seite fahren ich wusste es da ist ein faal das ist ein baum ja feuer ja so wird das nichts nur ein bisschen platz zu schaffen das war schon besorgen wo ging gefahren ich glaube ich komme kloppen also ist mir noch nie passiert weil das nie so genau weiter 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 jetzt zurück setzen und das muss gerade aufliegen zurück und richtig bisschen vor so genau jetzt cool es ist drauf und jetzt kannst du es hinten an deinen medrasche los waren als ruhig das ding hier ein bisschen anfahren damit es wieder gerade wird außer du kriegst es auch so hin was war das nochmal als b am ende ne als b für was für programmieren als e habe ich schon ich bin auch schon die 15 meter gefahren was dann hab was dann sagt gut 18.000 kosten dünger 34.000 ja ich glaube das ding an düngen zur richtung wieso musst du überall traktor hin also das geht so du koppelst das ding ab weil du kannst traktoren immer auf jeden fall hinstellen in denen du das drehmoment nutzt da brauchst du wahrscheinlich mal auf und so ein bisschen zeit wenn du zu schnell um die kurven fährst fliegt das natürlich runter ist es nicht es ist es es ist diagonal drauf sagen wir es so ja ok wenn es nicht so lange nicht runter fällt also ich hasse bis jetzt nicht kriegt er irgendwas noch hin oder irgendwie nicht so oder irgendwie nicht so oder geht es oh 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 so den anhänger rettest du einfach mit deiner schaufel so den anhänger rettest du einfach mit deiner schaufel der traktor klingt so beschissen ja so wo muss sie denn hin eigentlich gibt man die eigentlich gibt man die eigentlich gibt man die ah da ist eine abladezone genau aber irgendwie aber wie ablade ist das aber auch was passiert ist und krass bämsen kann der auch nicht nicht wenn man so schnell fährt wie ich ich bin ein gaspedalmensch habe ich schon gehört ich bin gar nicht so schnell mit die gefahren der ja ohne scheiß man in der was war das ich glaube in der 80er zone hast du rum gemeckert warum die alte vor die wirklich 80 gefahren ist und hast angefangen druck zu machen ausklappen ausklappen ja weil 80 in einer 80er zone ich weiß es nicht das war lustig ne 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 aber schon meinst du ein uberfahrer das komm ich erstmal keiner ausklappen ausklappen hä was für ausklappen der garix drücken soll rausklappen ah ich möchte dir gut klagen diese anhänger ist nicht für solche sachen allgänglich gedacht nein nein weil wenn du abgibt seiten hast und egal wo du abgibt er kann nicht abgibt es ist irgendwie wichtig in welchem winkel ich das absehe weil man kann die höhe verändern und alles ne ist egal das ist einfach nur so schön halt ja ich glaube du kannst es jetzt erstmal nicht absehen ab 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 abladen weißt du da bisthon das ist nochmal rein geworfen wo hänge ich hier fest im leben was haben wir denn sonst noch für anhänger er lässt er lässt irgendwas raus ja richtig ja ja ok weit weiter hat schnauze nörder diesen anhänger der zum komischen coolen jule sehr einfach auf dem gras jetzt ich glaube man jetzt noch ein bisschen anpflanzen könnte den mord habe ich nicht was lässt was lässt denn der überhaupt raus meistens stroh weil du erntest raps dann ist es einfach nur das sind meistens ja das ist ja die kerne sind bei sich auf dem kern machst du ja ja Das bekomme ich hier, das bekomme ich mir weg, das bekomme ich so, da haben wir zwei Falltypen geholt. Ich hab Bock drauf, bin ich ganz ehrlich. Ich hab Bock drauf. Aber man, ich schreibe euch einfach nur an, dass ihr nur Scheiße arbeitet, mehr mach ich den ganzen Tag nicht. Scheiße, Alter. Scheiße, bist du der Besitzer der Farmen, ne? Wir sind halt alle die Besitzer. Das werden wir dann sehen. Ich werde nur eine Lieferung machen und mit dem Grabstab herumfahren. Mit einem Schnaubzucker-Tackway. Danke Schaufel. Das war, Arma die Schnaubzucker-Tackton ist toll. Der ist rot. Der ist rot und, der ist klein, der ist toll. Oh, du-du-du-du-du-du-du-du-du! Den Anhänger vor Anlassung stehen sollen. es ist ein fachschen doch schon kommt er nicht Das nimmt mir gerade den Dengst nicht. Die haben sich gebraucht. Ich wollte einen Namen schreiben. Über 70 Leute, die mitgemacht haben. Ich weiß ganz genau, unser Ärztgebnis war ungefähr so 17. 17. 17. 17. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 21. 21. 21. 22. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 5 ist richtig sonst könntest du auch gar nicht ich hab das extra gemacht ich hab das selber ausgemacht damit ich selber nicht die abonnenten ich hab das extra selber gemacht ich hab das selber ausgemacht ja wir müssen nur auch etwas zum abkontakt zur verfügung stellen 27 prozent 28 wenn du so bei 80 prozent bist funkgeräte haben wir hier zwar leider nicht aber ja so läuft es im echten leben ab ich würde gern mal mit funkgeräten ich sag's meinem kollegen immer warum kaufen wir uns nicht walkie talkies da könnte einer unten sein bei dachdecker immer so weißt du einer unten und wenn man da was braucht dann quatscht man einfach per walkie talkie statt anrufen oder hochschreien ich fange einfach mal an ich nehme mal den so ich nehme mal den namen raus und unser erster gewinner und gewinner drin ist luke und wir werden mal sehen was ich für dich jetzt gleich ziehe langsame schwebe boom let's fucking go ich weiß aber bevor mein bruder beheiratet ist war ich einmal bei saturn wo er durchsage kam so wollen wir das sehen na boah spetan die 302 das ist dein das ist dein ich dachte nur so ok meine mutter war dabei sie meinten ja das ist die kasse sushi und ein superrack baasche ich schreibe mir in den linken und in den kommentaren aber ich möchte ihn nix haben dann weiß ich ok dann machen wir hier weiter wir haben als nächstes David und... ein superrack okay ich habe einen bildschirm und sehr einfach ich habe gesehen ja man die machen das ist eine spurhaltung oder oder so mit der Scheiße oder? Du kannst ja auch Professor Duda fragen. Das war ja auch nicht. Hä? So eine Linie. Links-rechts, so weißt du? Ja. Hilfslinien. Ja. Äh, war wirklich auf Bestellung erst? Hier. So, ähm, kurze Frage. Wie lange bleibst du da? Ich? Ja, grob geschätzt. Lange. Okay. 700 Stunden. Wenn ich mich bis 23 Uhr nicht gemeldet habe, schreib mich bitte an. Okay, warum das? Weil ich geh Suppe essen. Du gehst Suppe essen. Und du brauchst für deine Suppe bis 23 Uhr? Ja. Er geht in den. Ah, 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 okay, gut. Nein, 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 nein. Das ist definitiv, aber es kann... Er soll nicht hier Fehler wie Mario machen. Dipp-Bilder. Ja, es ist komisch, wenn du eine Amateur-Porn-Dasche und... Ja, Digga, warum kommst du da nicht überhaupt wieder zu fragen, ob du uns was mitbringen kannst? Oder was bist du eigentlich für ein Asi? Von was? Ja, keine Ahnung, Mann. Wie fahr ich mich denn aus? Äh, nein, nein, keine Bilder, Mann. Nein, 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 aber wer benutzt dann, bis sie dann... Ja, ja, ich geh Suppe essen. Nein, aber sie... Sag doch einfach, dass du Eis-Laggierst... Nein, nein, sie meintest du mir so, wenn du Suppe haben willst, dann kannst du jetzt vorbeikommen und haben die Suppe essen. Ich will einen Döner haben. Gehst du jetzt mir einen Döner holen? Hast du das Geld? Oh, nein, Jesus ist rot. Nee. Oh, Chantal! Was? Tschüss! Ich hatte ja auch keinen Bock mehr auf den Döner. Äh... Äh... Was ist die Möglichkeit? So, fahr doch weiter. Was hat das denn von mir? Keine Ahnung. Die Suppenbeessen, Alter. Ich dachte, der geht Ramen essen und ist so dumm, Ramen auszusprechen oder so. Nee, nee, nee. Der meint halt so wahrscheinlich so Nudelsuppe, also Buchstaben sowohl oder so. Nee. Geht's mehr oder? Nein. Ja, ich fahr auch 10 kmh, nur noch fahren willst. 10 kmh, ne? Wenn wir dann losgehen, habe. Nee. Ich werde das wieder gucken. Ja, ich weiß, dass das ist das, was ich meinst, wenn sie zu laut redet, dann hört man sie einfach mal doppelt bis dreifach. Was wir mal machen? Nein, das ist alles... Fuckin, Fabi, halt die Fresse. Andere Gewinnspiele. Dafür, dass man stattdessen nie hört, ist es doch okay, wenn man sie ab und zu fünfmal hört. Eins, zwei, nehmen wir die einfach. Jetzt redet sie nämlich wieder nicht wegen dir. Wo kann man jetzt Drips wieder einstellen? Stron, es hat nicht funktioniert. Äh, dann... Dein GPS aktivieren. Das war für Samurai. Ist das Auto drive? Nein, das ist... äh, alt 0. Achso, Stron, schade, schade, schade. Alt C. Dann geht rechts so ein Satellit bei dir an. Da haben wir... Achso, ja. Und dann kannst du über Alt E einen Startpunkt setzen, dann musst du 15 Meter nach vorne fahren, also am besten eine gerade Linie, damit er das checkt, wie weit es so geht. So, wir haben... Äh, wie gerade du so fährst und wie deine Spur ist und so weiter. Ja. Und danach kannst du das einstellen. Aber fahr erst mal jetzt diese Linie zu Ränder und dann machst du den Startpunkt auf dein Hand. Kannst dein Rohr wieder einfahren. Das sind meine erste Abonnenten, die erste Szenen. Einfach noch mal. Oh, hier ist es Sina. Boom. So, jetzt starte ich. Das sind wir wieder drei Stück. Nummer eins. Team. Jawohl, mein Bro. Seison. QT. Bro. Ein, ist gut. Ein, ist gut. Ein, ist gut. Unbewegt. Ist Oliver dran? Sushi und... Ah. Der Recher ist echt im Arsch langsam. Der hat unter 50% Leben. Tut mir leid. Bei manchen Namen... Meine... Mein Mendoza... Ich habe auch neun T. Okay. E1. E1. Wie wähle ich jetzt den Startpunkt aus? Mit E. Let's go. Da musst du warten, bis so ein A unter dir ist. Also du musst vielleicht zweimal drücken, damit ist ein A. Ja, da ist ein A, ja. 15 Minuten geradeaus. Äh, 15 Meter. Sorry. Ohne was zu machen. Äh, du kannst auch mal dabei gleich dreschen. Und boom. Und Rare. E2. Hefe. 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 Keine Ahnung, es funktioniert nicht. Scheiß drauf. Sooo, egal. Ne, bei mir anscheinend. Uuuuund... Echt, das ist jetzt nicht richtig. Da bin ich leider zu faul für. Hm, schade. Hm... Ja, aber... Keine Dings gezogen. Keine Ghost Rear oder so. Also, dass er meinen Namen nicht gezogen hat, das ist normal, aber... Hat er keine Ghost Rear oder Collectors gezogen. Nur ein paar Superbrand. Man hängt ja wirklich so viel zur Miete gekostet. Wenn wir jedes Mal so viel für die Miete bezahlen mit 24.000... Ja, dann verkaufen dann doch billiger, ne? Wieso hat er jetzt 3.500 Euro mehr gekostet? Wen willst du hier ficken? Ich. Ja, man hat die das Geld aufgezogen. Okay, eigentlich mir, aber... Egal. Eigentlich nur zu allen, ne? Ah... Erstmal einen Gegenbank starten oder was? Komm wieder. Was? Was? ich bin nicht mal bei der hälfte von dem scheißfeld und ich habe jetzt schon nichts mehr zu gucken normal die maschine dauern würde wir haben schon das nonplusultra ich habe nichts mehr zum gucken das ist nicht mehr im cam oder streamer du vogel aus dem was man hier was hier zu oben könnte man im prinzip diese ballen machen oder wie das kann man nur bei weizen machen weil weizen wirklich stroh haufen hinterlässt da sieht man ja noch richtig stänge und so noch richtig na ja du siehst das auf jeden fall haufen hinterlassen wird den ort so wie beim rasen habe ich das gesehen und gras so was würde das ist mit dem ende der welt und so ein bisschen scheiße gemacht na ja es sieht nicht nur beschissen aus das ding ist es blockiert das ding komplett du kannst ja da nicht wenden das ist völlig unten bei der 16 zum beispiel also auch da wo du gerade bist du hast einfach so einen berg und da kommt einfach nur wasser ja das ist die eine seite und nach hinten hast du einfach eine scheiß vermatschte pixel wand von beiden bäumen äh gleich hm mein handy war die ganze zeit ausbruch kartoffelernte heute schon läuft schon seit sieben stunden durchgehend und sie ist immer noch nicht durch gibt es auf red so was spannendes was letzte mutter letzte mutter zu machen aber ich bin bis um acht dann auch wieder hier raus ich bin dann final fantasy spielen von sieben bis acht oder wie nein um acht ab acht wenn ich bin deswegen bis acht bin ich noch da reicht doch auch heute mit dem farbe hier vielleicht würde es die ganze nächste woche durch zocken werden ich bin ganz ehrlich mittlerweile wird es ziemlich langweilig deswegen kommt ich auch gerade auf redet deswegen es wird du hast halt jetzt schon fast alles einmal gemacht deswegen spiele installiert der kauf hat sich gar nicht gelohnt also ich bin ganz ehrlich worauf ich wirklich bock hätte wäre tesor alter ja der klatschpartner hat keinen controller mehr spiel das zu zweit es ist tesor selbes zu uns online ah ok dann ist es doch tesor weil ich habe noch ein r am ende gehört ne tesor tesor naja tesor kenn ich ja ich habe mich gegen tesor für ff4 zu entschied ja alles entspannt die zwei waren bei mir zur auswahl jetzt vor zwei wochen dabei halt so elder scrolls online halt grafisch komplett überlegen ist gegen final fantasy das ich weiß nicht wie da die die race mechaniken und sowas sind ich weiß auch nicht ob du mir das jemand sagen wirst weil du nicht so weit spielen wirst du meinst weil er weiß nicht so weit gespielt habe ja ich kann dir nicht sagen deswegen ist noch nicht so weit gespielt hast du ja ok aber wenn du es naja das kommt ja nicht nur auf mich drauf an ich sag es mal so wenn ich jetzt zum beispiel mit den jungs zocke und die beide innerhalb von den ersten 5 minuten sagen so die haben kein bock drauf ja nega dann werde ich es wahrscheinlich auch alleine nicht weiter spielen weil das ist nämlich der grund warum ich mit tesor aufgehört habe weil ich keinen bock hatte es alleine zu spielen alles genauso wie mit warframe na gut da hatte gar kein mal bock mehr drauf denn irgendwann ne warframe habe ich ne zeit lang nicht mehr gezockt ach warframe ich hab warzone verstanden ups ne digga warzone chill mal ich spiel den scheiß freiwillig mein bruder ja noch fragen was spielt man freiwillig warzone was ist das äh call of duty okay royal jaja hast mich dann mit call of duty nicht mehr gehabt äh braucht man auch nicht das wird sowieso jedes jahr immer nur schmutz produziert und schiebt es jetzt nicht darauf dass ich das nicht kann ja wenn man bei mir merkt wenn ich so auf den landwirtschaftssimulator zu dumm manchmal ja hast du jetzt ehrlich gesagt ja du kannst ja auch kein spiel ja deswegen irgendwann irgendwann scheiße ich auf irgendwelche spiele werde ich ein schreiber ach nee das kann ich ja auch nicht das kann ich überhaupt nichts alter kannst du nix ich bin halt zu dumm für die welt und zu gut für die welt kann ich bei dir rüssen oh michael ist jetzt mit max was ist da los was ist das ja mies lange chat auf reddit hatte zusammen unterwegs nein das ist der wohnsohn der vorhin die sind wahrscheinlich mit ihm unterwegs ganz ehrlich dass sie auch schon kein spiel kann das ist doch nichts wobei kein spiel ist auch ein bisschen hart er kann mein kraft so jeder kann irgendwas für ihn ist es halt einfach kein zocken ich bin ganz ehrlich ich bin ganz ehrlich fabi und mir hat wirklich spaß gemacht ja das freut mich bei euch das ist echt egal wie sind da drinnen aufgegangen alter hat gibt mich ich bin da definitiv vor ort alter ich werde es auch demnächst installieren kümmer du dich erst mal um einen neuen controller du proge damit die tl so anfangen können das auf der playstation anfang bleibt doch nicht sonst übelst du bist es sollt kann man sich schloss dann werdet ihr genauso sein wie wie jetzt max spieler mit controller am pc und das ist echt beschissen wie man da seine skills einsetzen muss wenn alle anderen auch was und das durchspiel dann habt ihr auch so ein kribbel weil ich kribbeln wir dann halt war also was das so eine bildet die auch also ja es gibt crossplay zum teil pc und mac und stadia teilen sich die server xbox und playstation haben jedoch jeweils das eigene was ist da die ja ich habe keine ahnung ich muss dann die pokémon stadium denken aber das was kommen wir dann wie wenig gras dieses feld gibt wo die shit ich bin doch jetzt bei 80 habe ich doch bescheid gesagt dass du bei über 80 bist fahr dein rohr aus nein ja schon höre ich das irgendwie nicht mehr sagen michael hört ernst dass sein chef und so alle hassen wenn er morgen kommt mal ja da soll ich schnauze halten ganz ehrlich wenn es zu spät wird dann wird zu spät und wenn du morgen nicht da bist dann bist du morgen nicht da ist morgen was besonderes wollt ihr den bundestag anzünden wenn du hier durch bist dann bleiben muss stehen weil jetzt zu wenden gemeinsam ist ein bisschen zu bleibt kurz stehen und er fährt weg jetzt habe ich auch schon gewendet man okay fangen die fangen die lehner vielleicht neben dir her glück ist das nicht unser feld sonst würde ich jetzt hier alles kaputt fahren nicht unser feld nein warum machen wir das denn gibt geld man ach so einfach von irgendwo und so was übrig bleibt können wir auch selber feld also wird automatisch für uns vertickt richtig sagen magenkrämpfe das ist schneller aufgelöst werden können wegen meiner galle bisher zwar unbewusst aber liebe dich auch so sein herz geschickt ja diese legal magenschmerzen gallen probleme was will er machen will er sagen ja hab dich mal nicht so und wenn ja sogar dann sagt sie einfach gar kein problem ich habe mich nicht so wenn ich dir jetzt mit dem rostingmesser die galle entfernen darf kannst du wenn dann brüllt auch sagen ja hab dich mal nicht so und da habe ich ihn wohl aus versehen angestellt ja ich kann es bei euch auch draußen lassen egal ich treibe ich ihn einfach noch darauf digga direkt game holen und dem bastard der neben ihm sitzt eine schelle geben alter ich hoffe michael du hast jetzt die ich hoffe du hast ihn laut alter ohne witz mag die person die neben ihm sitzt auch nicht allein schon von der story solche menschen hätte ich aus meinem leben ausradiert würde ich ja genauso machen kann sich auf ihn nicht verlassen okay weißt du das ist um wochen monate vorher geplant gewesen du hast gesagt das ist okay alles schön alles gut und jetzt auf einmal sagst du am eigentlichen termin ja bruder weißt du ich melde mich mal heute nicht am folgetermin ja bruder weißt du ein kumpel kam kurz vorbei ganz spontan rund fünf minuten von mir entfernt wir fahren mal kurz nach frankfurt 5 minuten der klinik im nordbahn und max wohnt digga ist scheißegal darum geht es nicht er geht ums prinzipiell und am nächsten tag so naja bruder eigentlich ich wollte sollte ich heute morgen da sein aber wer hat noch bock auf angeln mann vielleicht kommt vielleicht kommt kommentar von fari werden zum anderen geht ich glaube ich war lange nicht mehr an aber er würde wahrscheinlich selbst noch mal wieder naja kommt auch an wann das jetzt mal mit tom unterwegs soll ich glaube das ist schon ein weichen her mein traum habe ich ja auch seit alter ewig nicht mehr sehen als er durch zufall mal da war glaube ich habe ich ihn jetzt mal sehen ich habe mal was gewonnen ich habe dreimal schütteln gilt das als masturbation aber wie soll man es verstehen hoch runter hoch gleich drei oder hoch runter 1 hoch runter 2 hoch runter 3 ich glaube hoch runter 1 hoch unter 2 du bist gerade am überlegen wie oft man das bei dir dann masturbieren nennt einfach antwort immer nach jedem klogang alter selbst nach dem kacken du bist so widerlich alter noch eine kacke am arsch zu wichsen auf dem klo ich glaube jeder kennt den moment wenn es einfach nicht abfallen will vom arsch ich glaube jeder kennt den moment wenn es einfach nicht abfallen will vom arsch so hat die menschheit das türken erfunden junge der erste türkende mensch auf dem klo safe alter geh doch mal ab geh doch mal ab geh doch mal ab und dann mit man mag es so mit klopapier auf einmal hat man so fühlt man so richtig weiche zeug alter weil da noch die halbe wurst dran klebt und dann erstmal noch mehr klopapier und das klo halb verstopft schon weil es einfach nicht sauber werden will wieso redet ihr jetzt über kloß überpacken und über twerken und wichsen 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 twerken nicht türken aber türken können wir uns auch unterhalten Mohammed das ist ein arabischer namen du schwanzkorb ich habe mich noch nie mit der scheiße auseinandersetzt ja weißt du komm und da kommt in arabien das ist alles dasselbe das wäre genauso als würde ich sagen polen und russen sind dasselbe hey das war ein beispiel ich habe nicht gesagt dass es so ist weil es ist nicht so also halt deine schnauze ja da liegt nur eine grenze zwischen ja da liegen mehrere grenzen du fucking idiot was kommt hinter polen nicht russland weil der polen ist in deutschland russland und polen sind sehr weit auseinander weltkarte gleich kommt dieser moment die schnauze im ende zeigen wir nicht vor sei was das bedeutet da kommt noch also ok zwei grenzen tungeleit ok zwei grenzen die liegen auf jeden fall nicht aneinander ja ok russland russland landwirtschaft auch die komplette tastatur mitnehmen war hauptsache alles alter mit irgendwelchen kombis alter steuerung umschalt hoch runter alt links rechts enter was macht ein pirat am computer die enter taste drücken alter ich kann jetzt wieder gras mähen weil jedes feld fertig ist dafür alter da kommt noch belarus alter was auch immer das sein soll ich kann die schneid klingen ich kann die schneid klingen oh man du bist du leer ja ja no no aber ich bin fast fertig mit dem feld so im t 1 es war so viel saatgut und alles ich dachte mir so what the fuck also mein magen ist meine auch auf jeden fall will mich so kranken mit 100 let's go morgen zum arzt und das ist im ernst schiebt die schuld auf max kannst du gerne laut anhören okay chantal warum es bei dir so scheiße aus war mit dem gras das ist wirklich weil der fahrzeuge gefahren sind und man das direkt als spur sieht sehe ich gerade bei mir auch in meinen frischen gras dass ich noch nicht wollte aber ich hätte nicht gedacht dass man mal auf deinem channel landwirtschaft simulator mal sehen wird irgendwann kommt also polizeidings könnte ich mir schon lustig vorstellen online zu viert oder so einfach zu streiten waren zu viert oder zu dritt oder als ob ihr euch über das spiel lustig macht ja nein ist ja über was überfahren wie simulatoren oder über den links dem polizeilsimulator dann ist der simulatoren habe ich mich quasi nicht lustig und das meinte er auch nicht so weil er meint dass er so er hätte er sich einfach niemals vorgestellt dass ich sowas spiele oder sowas dream habe ich mir auch nicht vorgestellt ich bin auch fasziniert davon dass du das wirklich spielst du ja und das ist halt gerade das was er meinte zwei stunden insto ab aber ich glaube jetzt hast du schon ein paar mehr stunden ich bin alleine heute schon bei acht stunden wenn genau einer minute bringe ring der lang das heißt den alarm leuten das ist so eine art pyjama ich bin der heftigste motherfucker den es gibt junge look at my fucking pandas man diese pandas sehen jetzt nicht so aggressiv aus naja weißt du warum guck mal bitte was die gerade am fressen sind oder eher konsumieren bambus oder was die sind völlig entspannt tiefe und ein grün zeug alter dein auto autofokus hat funktioniert brustbehaarung ich brauche mal ein lkw hier gleich mal ich bin schon bei 80 kann man es eigentlich noch brustbehaarung nennen ich habe sie ja überall ich glaube das nennt man ganz körper ganz körperbehaarung einfach nur haarteppich haarteppich ja mann also ganz ehrlich wenn die haare dann draußen bleiben gar kein problem machen teppich draus auch ganz gut also erst mal verkaufen woher verkaufen eigentlich so so wachsstreifen und dann so die wachsstreifen verkaufen zum anhängen als im bilderrahmen als moderne für 300 euro oder so konstrukte kunst einfach ein wachsstreifen auf einem weißen oder auf einem schwarzen blattpapier einfach aufkleben 300 euro ja ein schönen dekoramen da drum oder modernes rahmen oder so gut hast du auch alles gut gesät schulei hast du wirklich nirgendwo mehr gelb ist auch am anfang nicht wo du wo ich so ein bisschen gesehen habe und das weiß ich nicht aber auf der anderen seite definitiv nicht mehr ist das unser fältchen eigentlich nicht ich denke warum kann ich sein kaputt fahren du hast es besät warum kann ich das jetzt nicht unser das fasziniert mich gerade auch es ist unseres ne 17 ist nicht unseres aber du hast es besät ja ja das stück war jetzt ein tick um die kurse vielleicht ich fahre ich es funktioniert nicht es hat funktioniert 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 klappt dich doch auf der rechten seite aus man dann kann ich doch direkt schon anfangen du wichser ja meine fräge wo kann man erstmal deine fähigkeit nach dem weiter oder so mehreren 30 prozent hier ok sag dann wieder bescheid einfach jo ich kann mal schnell den zu kloppen abdeckung öffnen nein egal ist doch du siehst noch nicht ja warum nicht dann war für die wache dann machen wir party mich holt sich ein gelben und dann ruhig noch ein bisschen also kaputt spätig für 30 euro die flasche und dann jetzt ja macht aber die hälfte des feldes wieder kaputt nice ist ja es ist so oder so danach besser also es ist egal ja aber ganz wichtig diesen kleinen stifter lasse ich da jetzt ist ok ich akzeptiere das sag einfach max der hat es verdient das so einfach schlagen nicht fragen ja und den kleinen streifen nach hinten lasse ich auch einmal mit kofis ja da machst du einfach selber dumme sau ey kündigungswelle bei amazon prime warum jetzt viele kunden abspringen ja digga ich sag es dir ganz einfach weil es einen huf und so was und außerdem kostet ein sub jetzt mittlerweile noch 3 euro weise brauche ich prime auch nicht mehr 15 1 und 21 gehört uns der rest gehört nicht uns das heißt hui ja 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 ich habe einen baum um gefahren du sagst hat die junge die mal einen baum gefällt sie hatten einmal einen baum gefällt ja ne 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 die kartoffel ernte ist fertig nach dem ganzen arbeitstag echt also der hat sich aber zeit gelassen ich glaube der kriegt erst mal ich glaube dem wird erst mal ein guter nudelstern abgezogen das schlimme ist einfach ich wollte gerade sagen erst mal lohn abgezogen aber da bekommt er kein lohn gar nicht gar nicht erst gemacht also wir bekommen geld aber der typ also den typen irgendwie eingestellt haben denn das für uns macht er bekommt nichts 22 wo ist ein problem aufgetreten trete von monte bei ihm sein pc ist abgestürzt hat einer unterschrieben mit kommt beste ob sein pc dann auch endlich mal aus bleibt unser feld ist übrigens fertig noch zu ich habe noch ich habe mich trotzdem überraschen jesus christ ja jesus war kein rosser der galt schimmer müssen so nicht aber nein so weit ich weiß glaube ich nicht aber jude aber ich glaube da brauchen wir mal ein bisschen biogas oder ich brauche gerade gar kein gras und ich bin gerade dabei den halt schnauze halt die schnauze halt die schnauze ich weiß ganz genau weswegen du das gerade gesagt hast und ich weiß auch ganz genau worauf anspielen willst und ich sage dir halt deine schnauze und dann frage ich dich warum duschköpfe elf löcher haben weil menschen nur zehn finger haben ja gut das ist ein argument ja auch zeit dass sie essen macht ja habe ich schon gelesen dazu fällt mir nichts sein dass ich geben soll ich bin fertig ist das scheiß ding so dreckig man warst wie jemals man nicht fertig damit habe ich ganz viel raten gemeint schon mal deswegen mach sauber ja digga wenn ich gerade mies am party machen bin ich habe schon länger her das meine ich nicht das war für finde ich eine entspannte runde ich meine jetzt richtig fett party machen meine eskalationszeiten dass das mit rumschreien rumtrampeln rum und dann sind ja aber halt einfach abgehungen abgehungen steil händen denn sie mit der gänse gänse ist meine ganz in ruhe und gerade 50.000 in unsere biogasanlage in unserem silo das sind locker eine millionen Hm, ja, kann auch nicht sein hoch im Sinne. Streamer will 5000 Kilometer fahren für verstorbene GTA-Spieler. Dazu, ich brauche dich mal nochmal. Ich will mal kurz ein Küppchen holen. Ist klar nicht. Ist klar nicht. Ausrufezeichen Küppchen in den Chat. Kann ich kurz die Küche betreten oder weniger? Wie viel hat der Anhänger denn? 60 Kilometer. Also ich denke mal für das Feld wird es noch reichen, oder? Ne, wir sind jetzt bei 40.000. Oh. Ah, jetzt bin ich nicht nah genug. Eeeh. Eeeh. Oh, den Küll. Ach, okay. Päuschen, ey. Das ist so scheiße hier. Zwei Pächer oder noch eins? Und zwei. So. Das kannst du so gesehen zwei mal 30.000 so gesehen von verschiedenen Getränken. woher muss das geliefert werden? Feld 5. Raffinerie. Julio, von wo hast du dieses Schild da eigentlich hinter dir von der Baustelle? Ähm, ich bin das eines Nachts bin ich mal etwas alkoholisiert draußen rumgelaufen. Und es war ziemlich kalt und das Schild stand da ziemlich einsam. Und ich dachte mir, komm, du bist ein guter Mensch. Du nimmst es mit in deine warme Wohnung, damit das Schild draußen nicht friert. Aber auch Argument, Alter. Und so neu aus und. Ist auch neu. Ich glaube, das ist einmal zum Monat halt. Ja, weil ich hab letztens ein Schild gesehen, das wurde komplett ungenietet. Das war, das war, lag am Boden und dieser Fuß davon, den man unten in die, in die Steine reinsteckt, komplett umgerissen. Also der Fuß war noch drin, das Schild lag auf dem Boden, Alter. Da muss irgendjemand rüber gebrettert sein, einfach. Ja. Nicht so. Mann, ihr Alter würde ich auch mal. Und deswegen hat Joshua kein Auto. Nö. Aber ich hab, äh, 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 ich hab ja auch ein Baustellen Schild. Beziehungsweise ein, äh, absolutes Halteverbot. Schild. Ich will irgendwann noch ein Spielstraßenschild wollen. Mir, mir besorgen. Bruder, du solltest in deinem Stream den Leuten auch was bieten und nicht zeigen, wie du am Handy sitzen kannst. Naja, ich hab gerade gesagt, ich mach Pause. Und so hast du den... Den Pausen-Ding ist an. Ich will ein Ortsschild vom Wedding, Mann. Ja, naja, wo willst du's herbekommen? Und außerdem, dann holst du die doch einfach. Ich hatte schon ein Parkverbot. Parkverbot hatte ich? Und das... Wieso wollt ihr Straßenschild? Was witzig ist? Digger wollen nicht, das passiert einfach. Es passiert einfach. Ja, ich will ein Ortsschild und nicht, ich habe ein Ortsschild. Naja, er will halt ein Ortsschild von Wedding haben. Von seiner Hood. Ja, Mann. Er hat letztens erst auch, ähm... Sag mal bitte noch rum, aber zu groß wie vor geht zu kommen. Überholen. Gibt's nicht. Kann ja auch sein, dass du Mitarbeiter der Stadt bist, aber gerade kein Auto zur Verfügung hast, weil der direkt Geselle sich mal wieder am Straßenrand stehen lassen hat und dich mit dem Bus fahren lassen hat, weil du zu frech zu dem warst. Gibt's alles. Oder du in dem Moment... Oder du in dem Szenario der Geselle bist du zu frech war und deswegen das Ding per BVG rumsparen musst. Ja. Gibt's auch. Das ist auch genau so wie mit Dings, äh, als die Freitag abgehauen sind. Und Fabi hat einfach ein Exit-Chill von meinem Hausführer mitgenommen. Ich musste zum Beispiel, wir waren in der Klinike Nordbahn oben und der hat mich einfach, weil ich wohl frech war und aus Versehen die ganze Zeit die Ziege kaputt gemacht habe beim drüber latschen, hat mir halt keiner gesagt, was eine gute Technik ist zum rüberlaufen, weißt du? Also hat mich einfach in die Firma geschickt von dort aus. Ich musste mein Koffer alles mit einem kleinen Drecksbus irgendwie, wo ich keine Ahnung habe, wo ich überhaupt war, weil ich das das erste Mal war, irgendwie in die Firma wie erfahren. Junge, jetzt hab ich so genervt. Ja, du Junge, aber jetzt mal ohne Scheiß so, ja, dann zähl mal deine Technik. Wie läuft man denn am besten über Ziegelsteine rüber, du Hund? Also über Dachziegel läuft es ja am besten, wenn du über die Höhenüberdeckung sollst. Bei der Höhenüberdeckung sind im Prinzip zwei Ziegel übereinander und dahinter ist im Prinzip die Latte. Dadurch ist da kein Hohlraum und das müsste eigentlich alles sicher sein. Toastlatte gesagt. Ja, irgendwann wurde es mir mal gesagt. Irgendwann. Nachdem es schon nochmal passiert ist. Boah, soll ich das ja wissen. Jetzt im Ernst. Wo soll man manche Sachen wissen? Ja, logisch nachdenken. Einfach mal mitdenken. Äh, äh, äh. Sag mir Seifal. Muss ich nicht nachdenken. Ach so. Ey. Lass mich halt zwei Jahre warten damit, ja? Dann wundere dich aber auch nicht bei den Schäden, Alter. Ja, soll mich nicht echt nicht wundern, Alter. Ach so Jungs, was gibt es jetzt noch zu machen, Alter. Warum ist denn der Dingswagen hier draußen? Ey, wer fährt denn die ganze Zeit die Scheiße hier raus und bringt sie nicht wieder zurück? Ihr scheiß Frittenficker. Also ich habe das Ding, dieses Ding wo du gerade eingestiegen bist, habe ich einmal rausgefahren um sauber zu machen. Dann haben sie wieder reingefahren. Warum ist denn der Tank von dem Scheiß Ding auch leer? Ja. Ah, das war ich. Wir haben da ganz viel noch dastehen, wenn wir sie aufbauen können. Nein, du musst ihn jetzt nicht aufbauen, Juli. Na wieso, dann wird der Shop doch wenigstens wieder aufgeräumt. Das war alles entspannt. Dann müssen genug Paletten bei uns da stehen. Naja, und, äh, das Ding ist direkt einsatzbereit fürs nächste Mal. Ja, ich würde auch so denken. Das gehört mit dazu eigentlich. Oder nicht? Ganz ehrlich, die zwei Dinge, die jetzt gerade hier drin sind, sind das recht eh nicht. Guck mal, erste Ding 10%, zweite Ding auch wahrscheinlich wieder 10%, also von daher. All easy man. Ja gut, okay, aber ich meine ja nur. Nein, nein, dich meine ich gerade nicht, alles gut. Also deine, das was du gesagt hast, ist schon richtig. Weil ich meine dazu gerade, weil er meinte, wir haben bei uns noch jede Menge davon. So, ja, das, jede Menge von uns benutzen wir auch noch. Ja, die Dinger kann ich nicht benutzen, die sind für andere. Ich glaube, ich räume dann schnell gleich nochmal die Wäsche aus und abnehmen im Zimmer. Oder ich lasse sie da stehen einfach. Indem nur eine Matratze und Kleidung mitbringen. Ja, die Huppe ist sowas von niedlich. Neee. Neee. Also irgendwann höre ich denn jetzt schon auf meinen Kopfhörern? Sonst habe ich das doch dauerhaft vorhin über dem Monitor gehört. Hä? Hä? Sinn gibt es nicht. Zwei Bahnen. So, ich bin jetzt hier dran und kann nicht auffüllen. Du musst die Paletten erst rausholen. Da muss ich auch noch mit dem Schatzgabenstabbervernehmer. Nee, 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 kein Gott. Der ist mit Ehren das Ding dran und dann kannst du auch Backen rausholen. Ja, ich glaube, das stellt sich dann in den Bereich rein, oder? Ja. Wo man es halt reinpackt eigentlich. Ja, nice. Ist meine Musik schon wieder pausiert? Nein. Ja, das ist einfach so müde. Man, ich mach erstmal schiffen und dann wichsen, Junge. Dann wirst du vielleicht viel Helper. Ja. Aber das Abschütteln auf der hinteren Seite nicht vergessen. Ja, ich muss ein bisschen Schmörken üben. Mh. Mh. Nein, Sonderunterfall dann runter. Hast du wenig Sprung drin? Nee, natürlich nicht. Schade. Warum wollt ihr einen Sprung genauer sein oder? Will ich ja nicht. Ist einfach nur so gesagt. Ist halt bei jedem so, Handy runterfallen, kaputt? Nee, schade. So nach dem Motto, wenn man es so ausspricht, von dass es nicht passiert. Oh, oh, Monta, 3.0. Jetzt geht es los. War der Vorteil 2.0 als der Fehler? Yes, Alter. Leckender. Ist wieder abgestürmt. Geil. Barbi, kannst du dich noch erinnern? Werden, äh, den, äh, von, 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 von dem einen Hurensohn da, von den, von Lieferanten und so was? Wo wir denn eigentlich gedacht haben, dass wir den noch kriegen und der dann einfach weg war? Wollt eigentlich diese Tasche klauen von Lieferanten oder von so einem Liefer-Service. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Alles gut. Ja, wer weiß, ob Natsu so was fällt in Bayern da unten. Wir haben Lieferando erfunden. Du meinst, das Lieferando, was euch nicht mehr beliefern will, also dich? Nein, das ist ein, äh, eigener 4-2-Räder. Also, die haben kein Lieferando, weil die Lieferando Hurensohn sind. Ach so, ey. Ja, Mann, leider haben wir die nicht mitgenommen. Hätten wir direkt mitnehmen sollen eigentlich, als es da stand. Digga, bin ich ganz ehrlich, wär ich dabei gewesen, ich hätt's einfach komplett durchgezogen. Ich wär hingegangen, hätt das Ding geschnappt, Alter, und wär ab nach Hause. Das war noch so vor meiner schamlosen Zeit. Ah, ich kann nur das Silo zudecken. Morgen haben wir Silage. Und übermorgen Geld. Muss eigentlich abgetankt werden? Oh, ja, scheiße. Okay, ich komm noch mal kurz aufholen. Wo bleibt hier jetzt mal ne Trophäe von Steam? Ja, da ist mein erstes Feld abgesehen, hab alle. Sonst gibt's ja auch immer so ne dummen Trophäe. Ja, Digga, die Trophäe wurde dir gerade wieder abgenommen, weil ich gesehen habe, dass du dein scheiß LKW wieder irgendwo stehen hast lassen. Ja, ich hab ihn aber am Rand gestellt, ja. Digga, fahr dir noch einmal wieder nach Hause, Mann. Fangen wir mit diesem Traktor hinten drauf an? Ja. Du hängst, glaub ich, fest, oder? Nein, ich hab nicht aufs Gas gedrückt, weil ich erst mal gucke, wo ich bin. Neben dem Schaub. Ja, hab ich dann auch gesehen. Wo gebe ich das jetzt ab hier, des Raps? Ich hab noch... ...ein Papst voll im Tank. Hern wir noch mal. Oh. Oh. Kann ich das Ding jetzt eigentlich vom Anhänger nehmen oder soll das da drauf bleiben? Ja, du kannst das auch unternehmen. Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Kannst du schon vorne loslassen? Hm. Kannst du schon vorne loslassen? Ja, der ist richtig stabilisierter drauf. Nein, der ist zwar nicht. Eigentlich, oder? Bist du gerade angedockt? Nein, bist du nicht. Nee, nee, warst du nicht. Nee, warst du nicht. Nee, der war nicht. Schade. Ja, warten wir mal kurz, bis... Ja, das klappt. Leer. Dann kannst du die Maschine zuklappen komplett. Hier zurückfahren nochmal hoch. Wie war das Zuglappen X, wahr? Nee. Aber erst muss das Rohr rein. Und das Rohr mal wieder einfahren? Vier Benachrichtigungen. Gefällt meine Antwort. Du? BTF Nimo hat seine Frau gelegt und ich habe das erst jetzt zu sehen. Wen interessiert's? Dich? Nee. Wer hat das geschrieben? Keine Ahnung. Das ist eine Empfehlung bei Twitter. Ja, was schwecken. Meine ganze Bruder, ich nachher essen. Ähm, meine Aufgleiche, aber dann habe ich wenigstens was zu essen. Aber mir sagen, ich habe nie was zu essen, ne? Ich habe doch gleich was zu essen. Ja, aber mich immer runter machen. Digga, im Gegensatz zu dir ist, ich habe was hier. Das ist der Unterschied. Ich habe die Pommes noch. Ich glaube, ich habe doch einmal Pommes vergessen. Das heißt, ich habe auch noch Pommes. Er wollte, glaube ich, noch einen. Er wollte, glaube ich, die gar nicht mitnehmen. Easy. Das heißt, ich habe so oder so noch Pommes. Und ich wollte irgendwie eine Packung mitnehmen. Ich weiß nicht, weil ich Pommes mal hast. Digga, alles ist gut, was wir vergessen. Ja, okay, er wollte nicht mitnehmen. Digga, machen wir das. Das ist spannend, als ob es mich juckt, ob die die jetzt mitnimmt oder nicht. Pommes! Das ist schon sehr freundlich. Wir haben Pommes hier und easygoing. Tiefkühlpommes jetzt da oder richtig geile Pommes? Ja, ja, Tiefkühlpommes. Äh, Pfizga, guten Morgen. Tiefkühlpommes. Tiefkühlpommes. Ja. Tiefkühlpommes. ich hatte ich war richtig gehalten ist als wir bekommen ist am anfang gelabert hatten wir vergessen ja hatte ich gern aber auch nicht so den hunger so die die ja komisch war das meine ich gerade nicht Ich weiß nicht, was ich jetzt reingemacht habe. Aber seine Frau, da bringt die auch Album raus. Nein. Rosen, blau, Pfeichel mit rot, Äpfel sind Bananen, das weiß ich ganz genau. Twitter, hör bitte auf, denn diese Benachrichtigungen nerven mir so auf. Hat's auf den Punkt gebracht. Ja, Twitter verboten mir Benachrichtigungen verschicken. Aber was ist eine Satzstellung? Ey, ich hab auch keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Das ist genau in die Ahnung. Das ist der Punkt. Okay, ist frei. Ja, ist gut. Ja, ist so. Kannst du auch machen? Also doch. Ihr konntet die machen, wenn ihr hättet wollen. Oder... Nein, das nicht. Hä? Alle noch da. Guten Tag. Guten Tag. Kannst du das Lichter machen? Ja. Oh Mann, an dem Rot. Stimmt, da sieht man mein Bart nicht mehr so extrem. Kann ich sagen, liegt beim Licht. Brotlich-Bürtel? Mhm. Sind wir in Hamburg an der Lefa-Wahn? Wirklich? Mhm. Wirklich? Was ist denn hier los? Ja, du musst doch das Ding abkoppeln. Ja. Nee, das dauert runter. Das war so nervig. Ja. 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 Und danke nochmal. Und danke nochmal. Wie sollte man das nicht essen können? Keine Ahnung, Mann. Vor allem bei mir halt derjenige, der wirklich alles frisst, ist dem scheißegal. Heißt nur noch mehr Curry. Was ist denn da los? Warum wirst du nicht entladen? Josef, ich weck doch deine Ehre nur so geben, oder? Wo ist es gerade hin, Alter? Das Lied ist gerade mega abgegangen und auf einmal... Was kommt mit anderes? Ich weiß es nicht, ich war die ganze Zeit mit Fett 16 beschäftigt. Da muss fast nackt gerichtet werden. Ops, da waren die Bücher wohl zu weit weg. Wir haben hier wieder einen schönen Gravel, aber das ist der falsche. Auch der falsche. Auch der falsche. Das ist der richtige. Hier. Warum kann man nur... Die Gülle-Masse sehen, also wieviel Gülle man hat, wenn man diese Scheiß-Anhänger irgendwo ran koppelt. Das ist Bullshit. Ich habe es nicht in jedem Zeitung. Ich habe es nicht in jedem Zeitung und es nicht in jedem Zeitung. Ich habe eine erste Zeit, die Gülle-Masse sehen, also wieviel Gülle-Masse erneet sein. Und ich kann ihn nicht mit einem Schönen-Masse sehen. Der hat nur an den Weg geöffnet sein, aber es ist der schönsten Dورale-Masse. Jetzt auf einmal schafft er es da drauf zu sein. Wo soll ich denn den Kuh stellen? In den Merck zurück auf seinen Platz. Ja. Und das Sägewerk hinter die Garage. Wir haben dafür noch keinen Platz. Äh, Wahnsinn. Ach, Jula, wolltest du keinen ASMR-Eat-Stream machen? Mh, Null. Ich werde meine Haare auch nicht gemessen haben. Wo waren diese da gerade noch mal? Hinter den Silos. Hinter den Silos. Mh, Mh, Mh. Mh, Mh. Mh, Mh. Mh, Mh, Mh. Man kommt damit noch nicht mal richtig in die Kurve, ey. Wirklich. Gerade, perfekt. Gerade abgesetzt auf dieses Ding. Weißt du, und man kommt damit nicht mal um die Kurve. Nein, man macht hier irgendwelche Move, Stunt auf einmal so auf zwei Räder auf einer Seite noch fahren. Und dann dazu. Aber muchas C Mh, Mh. Wirklich. Wirklich. Irrõchen. Jetzt brauche ich mich zu haben. Aber wirklich. Und dann machen wir die Party. Wirklich. 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 Ah ja wir sind ja auf dieser welt heute auch die einzigen farmer zuständig sind ich würde sagen 100 euro für ein ei oder was? die können nicht nein sagen blöd sieht doch aus wenn ich vegan noch einmal leben irgendwie Leute ist egal klangst du die auch an was veganer ei? nein veganer ach ein veganer? ne ob so künstlich konkurrenz zu erschaffen weißt du was ich mein? ja bl acom irgendwie gesund was? das ist ja auch gut ja, soll ich wieder anmachen? nee, das hat mich wirklich hä? hä? was ist da besser? was ist los man? ja weil ich den klingel hat verloren verloren haben weil sie ist einfach runtergerutscht soll ich es machen also davor war es ja komplett drauf also richtig drauf schnauze hat sie mir wollen davor hatte ich das richtig drauf also so wie es sich auch gehört was ist ich kann damit nicht richtig fahren weil es zu lang ist vorne ich habe das dann umgesetzt ein bisschen nach der genügend ist das komplexe ja wer ist mein umgefahren ok ich muss gerade wirklich angst mit meinem leben haben Ja, 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 ja. Die schon wieder, ey. Das heißt, die schon wieder. Kann man vielleicht gerne scheiße lassen, dass ich mein Auto sauber machen. Ich komm nicht mehr an. Ich bin da gestabter oder so. Ja. Dann hoffen wir weg. Ja. Dann hoffen wir weg. Ja. 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 Nein. Ja. 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 actually. Ja. Ja. Ja, ich hole es mal. Ja. Ja, natürlich ist es direkt mit einem langen Stabstab, glaube ich, das ist ein langes Haus, aber es ist nicht so gut. Wie viel ist da, ein so ein Ding oder zwei? Nur noch ein. Ja, ich glaube, ich darf da schnell vom Platz hier kommen. Hier liegt lieber noch Glas auf den Straßen. Ja, da gibt das Finger da nicht weg. Das ist das. Was sind die Haltung? Wie gesagt, ich klatsche noch fünf oder sechs rein. Ja, danke. 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 Warte, hast du eine große Kuhweide gekauft oder eine normale? Ach so, ja, dann passen da vielleicht keine 50 Kühe rein. Ach so, nein, nein, nein. Hm. Ja, nein. Große Kuhweide 200. Große Kuhweide 200. Also 1 Juli. Ja. Tja, hast du gerade mal für mich alleine? Ja, ja, ja. Ganz ehrlich, so wie ich den Teller gerade geschlungen habe. Passt das doch. Ja, mal gucken. Ich muss nicht aufstehen, also nein. So, Geräte sind weggepackt. Irgendjemand hat sein Auto hier wieder mit einem nichts stehen lassen. Ja, ich muss nicht aufstehen. Ich muss nicht aufstehen. Ich glaube, dass das was er dabei ist. Das ist ja schon so, ja. Du meinst, dass er eingepackt hat? Ja, nicht. Warte, hast du denn nun? Ich hab da wieder. Ähm. Ich dachte gerade, ich hab das gehört und deswegen. Die Bioga hat dann dann gebraucht, leider etwas Zeitungen anzulaufen, bis man Geld damit will. Alles gut, Digga. Aber jetzt ist spannend hier. Guck mal mal. Habe ich aber vorhin schon gesehen. Oh ja, geil. Erstmal eine Dusche. So, wer hat dazu nochmal gekauft? Level 187, Junge. Halt die Schnauze, Digga. Wo steht schon wieder 187? Ich bin so verwirrt, wenn er das immer sagt. Ähm. Card Market. Das ist jemand, der eine Karte von mir gekauft hat. Ja. Hat das doch gleich. Habe ich doch. Ich hab sie verwirrt, Entschuldigung. Was haben wir gekauft? Kann sein. Ja, kann sein. Ja, ich hab aber nicht zugemacht. Deswegen sag ich einfach mal. Entschuldigung. Das ist auch knapp. Ist okay, Entschuldigung. Du, 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 du. Du, du, du. Ich dem, mein stream auch gleich aus. Hast du, du bist ja eh gleich weg, ne? Mhm. Ja, dann kannst du es eigentlich. Ja, fast neun Stunden gespringen. Ops. Du meinst, fast neun Stunden Farming Simulator gespielt? Ja. Wobei, ich glaube Farming Simulator war sogar noch lecker geworden. Ich glaube da, ähm. Das ist jetzt so. Der hat auch deutlich vorhin stunden sein. Weil ich hab ja vorher erst ein bisschen spät angefangen. Das stimmt. Da bin ich gespannt, wie viel Gesamtspielzeit du hast. Kann ich dir gleich, kann ich dir gerne sagen? Give me a second. Ja, gerade kannst du es nicht sagen. Weil das wird meistens erst nachdem du verendet hast. Und zugefügt. Hm. Ein Tag, zwei Stunden, 38 Minuten und 41 Sekunden. Aha, schon über 24 Stunden. Huch. Wie viel Lachshantara? Mhm. Wie viel Spülstoff? Mhm. Mhm. Ja. Was hast du Spülpunkten? Wie viel Spülstoff? Wie viel Spülstoff? Wie viel Spülstoff? Wie viel Spülstoff? Krank. Ja, ich fand schon zehn Stunden bei mir krank. Ich fand schon 10 Stunden bei mir krank. Jetzt ist es doch kalt, ne? Also, entspann dich gut. Ich steh mal. Dann guck ich gleich ein bisschen weiter kennen dann nochmal, bro. Da hätt ich Bock auf ne zweite Staffel machen. Kann man hier diesen Säuberungsting benutzen? Ja. Mit R. Wie? R. Diesen Säuberungsting, das heißt hochdrückt gar einige. Nein, ich auch. Du drückst die Taste R, wie Raufbold. Wie Rüdiger. Oder Romeo. Digga, guck mal. Lächerlich, er drückt R und es passiert aber gar nichts. Ja, Digga, lächerlich. Hast du auch die richtige Taste gedrückt? Nee, ich hab die Taste M gedrückt, weil die neben R ist. Ja, glaub ich sogar. Das ist das Schlimme daran. Ich weiß nicht, aber ich hab das Sprungbrett am Nacht ganz oben zu kommen benutzt. Ja, ja, ich hab das Sprungbrett am Nacht ganz oben zu kommen benutzt. Ja, ja, ich hab das Sprungbrett am Nacht ganz oben zu kommen benutzt. Hm. Was? Ja, wir haben es den Breitling passt mal hier auf, ne? Ja. Also, und dann… Sorry. Geht das in die Endphase? dazu sagst du bescheid, wenn ich speichern kann? war das nun gerade das Zeichen, dass ich speichern darf? leider nicht. ich weiß nur ein, ja mach ich nicht ok ich weiß jetzt auch noch was diese kostenlose Überflussplanungen sind für die kostenlosen Helfer genau ja das hatten wir doch schon mal, Glecker ja du hattest jetzt zumindest vermisest du hattest schon teils gesagt gehabt und wir meinten alle, ja das ist ziemlich schlüssig, macht Sinn ok du kannst speichern ja, spiel speichern spiel abbrechen so ja man mal wieder gewundert, dass es echt zu lange ging ja du hattest mal die zwei minuten ab, war ne alter äh digger hatte ich auch vor aber trotzdem so einfach mal noch fast noch die schütten digger vielen Dank für alle Zuschauer, die da waren heute immer wieder ja danke für die 2-9-Follow auch wenn es wahrscheinlich ein Bot war trotzdem danke das macht so schlimm ja ja haben wir jetzt geschlossen dann gucken wir nochmal nach der spielzeit hoffentlich seid ihr mit Moria dabei ja 1 Tag 2 Stunden passt ich habe 120 Stunden das sind wie viele Tage äh 48 72 knapp 3 Tage gut 120 Stunden guten Morgen Jummi so 48 sind 2 Tage richtig 48 Stunden 48 Stunden nochmal und dann schön jetzt und was soll ich sagen freut dich mal was habe ich dann 4 Stunden ich habe einen halben Tag überhaupt also zurückgehen kannst das Spiel nicht mehr ok über kleine Spielstunde ich finde das Spiel überhaupt nur toll Mudrunner 5 Minuten einfach mal ein paar Tage Spiel auf dem Motten 11 Hm? Muttrunner können wir auch mal spielen. Hab ich 5 Minuten gespielt? Ja, ich hab den Muttrunner vielleicht auch ein paar hundert Stunden. Muttrunner. 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 Oder du spiel halt anscheinend echt mit den falschen Leuten. Oder du lässt dich nicht faszinieren. Naja, ich kann mich ja nicht davon faszinieren lassen, wenn ich die Matten habe, da mal zu spielen. Du hast auch geschafft, mich selbst faszinieren zu lassen, indem ich dachte, hey, wie geil ist das bitte, dass ich hier einen 300 Meter Holzstand durch alles zu spüren kann. Wie schön. Naja, bei Sachen, wo ich mich selber fasziniere, das ist, ähm... Ja, ist der Zweck für ihn gewesen. Wie viele Spielstunden habe ich da? Ja, insgesamt 16 Tage. Ja, danke. Ja, danke. So, neun Stunden sind wir erreicht. Ich bedanke mich nochmal für ihn, der dabei war. Beim nächsten Mal gerne wieder. Haut Rinsen und Grinsen. Ja, danke. 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 Ja, danke.